Einleitung von Der abenteuerliche Simplicissimus Teil 1 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Hans-Jakob Christoffel von Grimmelshausen Der abenteuerliche Simplicissimus Ganz neu eingerichteter, allenthalben viel verbesserter, abenteuerlicher Simplicius Simplicissimus Das ist ausführliche, unerdichtete und recht memorable Lebensbeschreibung eines einfältigen, wunderlichen und seltsamen Vaganten namens Melchior Sternfels von Fuchsheim Wie, wo, wann, auch welcher Gestalt er nämlich in diese Welt gekommen, Wie er sich darinnen verhalten, was er Merk- und Denkwürdiges gesehen, gelernet, gepraktiziert und hin und wieder mit vielfältiger Leibs- und Lebensgefahr ausgestanden, auch warum er endlich solche wiederum freiwillig und ungezwungen verlassen habe, annehmlich, erfreulich und lustig zu lesen, wie auch sehr nützlich und nachdenklich zu betrachten. Es hat mir Wollen behagen, mit Lachen die Wahrheit zu sagen. Wohlgemeinte Vorerinnerung an die großgünstige Leser Hochgeehrte, geneigte und sehr werte liebe Landsleute! Hiermit erscheinet meine neue, ganz umgegossene, mit schönen, von mir, meinem Knän, Meuder, Ursele und Sohn Simplicio inventierten Kupferstücken ausgezierte, lusterweckende und sehr nachdenkliche Lebensbeschreibung, wozu mich ein kühner und rechtverwegener Nachdrucker veranlasset, indem er meinem Herrn Verleger, seine höchst ruhmwürdige Mühe und Unkosten, Fleiß und Arbeit, die er in erster Einrichtung und annehmlicher Vorstellung dieses meines ihm allein mitgeteilten Werkleins und den daraus erhobenen geringfügigen Gewinn, weiß nicht, ob aus selbsteigenem, neidischem Herzen oder, wie ich eher davor halte, aus tollkühner Anreizung etlicher Missgönner, verwegnerweise sich unterstanden, aus den Händen zu reißen und ganz unrechtmäßig ihm es selbst zuzueignen. Welches frevelhaftige Beginnen mir, als ich's vernommen, so sehr zu Herzen gegangen, dass ich darüber in eine höchst gefährliche Krankheit geraten, von welcher ich bis auf diese Stunde noch nicht genesen kann. Nichtsdestoweniger habe ich meinem geliebten Sohn Simplicio anbefohlen, anstatt meiner ein Traktätchen zu verfertigen und solches euch, hochwerten Landsleuten, mit Ehistem zuzuschicken, auch eure Judikium darüber zu vernehmen, dessen Titul also lautet »derer in fremde Ämter greifende Frevler rechtmäßige Nägelbeschneidung«. Hoffe, solch Werklein werde ihnen nicht unangenehm sein, weil darinnen solche Arkana enthalten, welche vortreffliche Mittel an die Hand geben, das Seinige in höchster Zufriedenheit und angenehmster Sicherheit zu besitzen. Indessen lasset euch diese Edition meiner Lebensgeschichte, dabei meines Verlegers Namen befindlich, vor anderen lieb sein. Dann die anderen Exemplarien, da das Wiederspiel befindlich, werde ich, so wahr ich Simplicissimus heiße, nicht vor meiner Geburt erkennen, sondern, weil ich Atemhole anzufeinden und wo ich sehe, aus selben Scharmutzel zu machen, auch dem Nachspicker eine Kopie davon zu übersenden, nicht unterlassen. Im Übrigen kann ich auch nicht unangedeutet lassen, dass mein Verleger meinen ewig währenden Kalender vor kurz verwichener Zeit mit großer Mühe und Unkosten auch zu Ende gebracht, in gleichem noch viele annehmliche Traktätel, als das Weiß und Schwarz oder satirische Pilgram, die Landsströtzerin Courage, den abenteuerlichen Spring ins Feld, Keuschen Josef, samt seinem getreuen Diener Musai, und die anmutige Liebs- und Leidsbeschreibung Dietwalz und Amelinden, samt den zweenköpfigen Ratios Datus ans Tageslicht gebracht, dabei auch künftig in einem kleinen Jahrbuch oder Kalender in Quarto die Kontinatio meiner wunderlichen Begebnisse, so ich und mein junger Simpli leben werden, folgen soll, nun euch, geliebte Landsleute, dadurch einigen Gefallen zu erzeigen. Sollte sich ein zuteppischer und fremdes Gut begehrender Langfinger gleichfalls finden, selbigen nachzuspicken und nachzuformen, soll immer gewiß ein solches Bad oder Vergeltung zugerichtet werden, dass er sein Lebtag an Simplicissimus denken soll. Dies bitte ich, ihr Herren Landsleute, wollet, wo ihr euch befindet, nicht ungeahnet lassen. Diene euch hinwiederum, wo ich kann und weiß, und verbleibe, euer stets beharrlich dienender Simplicius Simplicissimus. Ende der Einleitung Gelesen von Hokus Pokus Kapitel 1 von Der abenteuerliche Simplicissimus Teil 1 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Rainer Der abenteuerliche Simplicissimus Teil 1 von Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen Erstes Buch Erstes Kapitel Simplex erzählet sein bäuerisch Herkommen, was er von Sitten hab an sich genommen. Es eröffnet sich zu dieser unserer Zeit, von welcher man glaubet, dass es die letzte sei, unter geringen Leuten eine Sucht, in der die Patienten, wann sie daran krank liegen, und so viel zusammengeraspelt unterschachert haben, dass sie, neben ein paar Kellern im Beutel, ein närrisches Kleid auf die neue Mode mit tausenderlei seidenen Bändern antragen können, oder sonst etwa im doch Glücksfall mannhaft und bekannt worden, gleich rittermäßige Herren und adelige Personen von uraltem Geschlecht sein wollen. Da sich doch oft befindet und auf fleißiges Nachforschen nichts anderes herauskommt, als dass ihre Voreltern Schornsteinfeger, Taglöhner, Karchelzieher und Lastträger, ihre Vättern Eseltreiber, Taschenspieler, Gaukler und Seiltänzer, ihre Brüder, Büttel und Schergen, ihre Schwestern, Näherin, Wäscherin, Besenbinderinnen oder wohl gar Huren, ihre Mütter, Kupplerinnen oder Gehexen und in Summe ihr ganzes Geschlecht von allen 32 Ahnichen her, also besudelt und befleckt gewesen, als des Zuckerbastels Zunft zu Prag immer sein mögen. Ja, sie, diese neue Nobilisten, seien oft selbes so schwarz, als wann man sie in Guinea geboren und erzogen wären worden. Solchen närrischen Leuten nun mag ich mich nicht gleichstellen, ob zwar die Wahrheit zu bekennen nicht ohn ist, dass ich mir oft eingebildet, ich müsste unfehlbar auch von einem großen Herren oder wenigst einem gemeinen Edelmann meinen Ursprung haben, weil ich von Natur geneigt, das Junkernhandwerk zu treiben, wann ich nur den Verlag und den Werkzeug dazu hätte. Zwar ungescherzt, mein Herkommen und Auferziehung lässt sich noch wohl mit eines Fürsten vergleichen, wann man nur den großen Unterschied nicht ansehen wollte. Was? Mein Knän, dann also nennet man die Bette im Spessart, hatte einen eigenen Palast, sowohl als ein anderer, ja so artlich, dergleichen ein jeder König, er mag auch mächtiger als der große Alexander selbst sein, mit eigenen Händen zu bauen nicht vermag, sondern solches in Ewigkeit wohl unterwegs lassen wird. Er war mit Leimen gemalet und anstatt des unfruchtbaren Schiefers, kalten Bleies und roten Kupfers mit Stroh bedeckt, darauf das edel Getreid wächst und damit er, mein Knän, mit seinen hochgeachteten und von Adam selbst herstammenden Adel und Reichtum recht prangen möchte, ließ er die Mauer um sein Schloss nicht mit Mauersteinen, die man am Weg findet oder an unfruchtbaren Orten aus der Erde gräbet, viel weniger mit liederlichen, gebackenen Steinen, die in geringer Zeit verfertigt und gebrennt werden können, wie andere große Herren zu tun pflegen, aufführen, sondern er nahm Eichenholz dazu, welcher nützliche, edle Baum, als worauf Bratwürste und fette Schinken wachsen, bis zu seinem vollständigen Alter über hundert Jahre erfordert. Wo ist ein Monarch, der ihm dergleichen nachtut? Wo ist ein Potentat, der ein Gleiches ins Werk zu richten begehret? Seine Zimmer, Säle und Gemächer hatte er inwendig vom Rauch ganz erschwärzen lassen, nur darum, die weil dies die beständigste Farbe von der Welt ist und dergleichen Gemäld bis zu seiner Perfektion mehr Zeit braucht, als ein künstlicher Maler zu seinen trefflichsten Kunststücken erheischet. Die Tapezereien waren das zärteste Geweb auf dem ganzen Erdboden, dann diejenige machte uns solche, die sich von Alters vermaß, mit dem Minerva selbst um die Wette zu spinnen. Seine Fenster waren von keiner anderen Ursach halber dem Sankt-Nitt-Glas gewidmet, als darum, die, weil er wusste, dass ein solches vom Hanf- oder Flachsamen anzurechnen, bis es zu seiner vollkommenen Verfertigung gelanget, weit mehrere Zeit und Arbeit kostet, als das beste und durchsichtigste Glas von Muran. Dann, sein Stand, machte ihm ein Belieben zu glauben, dass alles dasjenige, was durch viel Mühe zu Wege gebracht würde, auch eben darum höchst schätzbar und desto köstlicher sei. Was aber köstlich sei, das sei auch dem Adel am anständigsten und Stimme mit demselben am allerbesten überein. Anstatt der Pagen, Lakaien und Stallknechte hatte er Schaf, Böcke und Säu, jedes feinordentlich in seine natürliche Lieberei gekleidet, welche mir auch oft auf der Weid aufgewartet, bis ich ihres Dienstes ermüdet, sie von mir gejaget und heimgetrieben. Die Rüst- oder Harnischkammer war mit Pflügen, Kersten, Ächsen, Hauen, Schaufeln, Mist- und Heugabeln, genugsam und auf das Beste und Zierlichste versehen, mit welchen Waffen er sich täglich übete. Dann Hacken und Ereuten war seine Disziplina Militaris, wie bei den alten Römern zu Friedenszeiten. Ochsen anspannen war sein hauptmannschaftliches Kommando, Mist ausführen sein Fortifikationswesen und Ackern sein Feldzug, Holzhacken war sein tägliches Exerzitium Corpores, wie auch das Stall ausmisten seiner Adelige Kurzweile und Turnierenspiel. Hiermit bestritt er eine ganze Weltkugel, so weit er reichen konnte, und jagte ihr damit alle Ernten eine reiche Beute ab. Dieses alles setze ich hinan und überhebe mich dessen gar nicht, damit niemand Ursache habe, mich mit anderen meinesgleichen neuen Nobelisten auszulachen, denn ich schätze mich nicht besser, als mein Knän war, welche diese seine Wohnung an einem sehr lustigen Ort, nämlich im Spessart, all wo die Wölfe einander gute Nacht geben, liegen hatte. Dass ich aber nichts Ausführliches von meines Knäns Geschlecht, Stamm und Namen vorher diesmal doziert, beschiert um geliebter Kürze willen, vornehmlich, weil es ohne das all hier um keine adelige Stiftung zu tun ist, da ich soll aufschwören. Genug ist es, weil man weiß, dass ich im Spessart geboren bin. Gleich wie nun aber meines Knäns Hauswesen in allen Stücken sehr adelig vermerkt wird, also kann ein jeder Verständiger auch leichtlich schließen, dass meine Auferziehung derselben gemäß und ähnlich gewesen, und wer solches davor hält, findet sich auch nicht betrogen. Dann in meinem zehnjährigen Alter, hatte ich schon die Prinzipia in Ob Gemeldeten, meines Knäns adeligen Exerzitien begriffen, aber der Studien halber konnte ich neben dem berühmten Amphistidi hin passieren, von welchem Suidas meldet, dass er nicht über fünf zählen konnte. Dann mein Knänen hatte vielleicht einen viel zu hohen Geist und folgete daherroh dem gewöhnlichen Gebrauch jetziger Zeit, in welcher viel vornehme Leute, mit Studieren oder, wie sie es nennen, mit Schulpossen sich nicht viel zu bekümmern pflegen, weil sie ihre Leute haben, der Plaggscheißerei abzuwarten. Sonst war ich ein trefflicher Musikus auf der Sackpfeife, mit deren ich schöne Jalemi-Gesänge machen konnte. Auch darinnen dem vortrefflichen Orpheus nichts nachgab, also, dass wie diese auf der Harpfe, so ich auf der Sackpfeife exzellierte. Aber die Theologiam anbelangend, lasse ich mich nicht bereden, dass einer meines Alters damals in der ganzen Christenwelt gewesen sei, der mir darin hätte gleichen mögen. Denn ich kannte weder Gott noch Menschen, weder Himmel noch Hölle, weder Engel noch Teufel und wusste weder Gutes noch Böses zu unterscheiden. Daherroh unschwer zu gedenken, dass ich vermittelt solcher Theologie wie unsere ersten Eltern im Paradies gelebet, die in ihrer Unschuld von Krankheit, Tod und Sterben weniger von der Auferstehung nichts gewußt. O Edels Leben, du mögst wohl Esels Leben sagen, in welchem man sich auch nichts um die Medizin bekümmert. Eben auf diesen Schlag kann man meine vortreffliche Erfahrenheit in dem Studio Legum und allen anderen Künsten und Wissenschaften so viel in der Welt Sein auch Verstehen Ja, ich war so perfekt und vollkommen in der Unwissenheit, daß es mir unmöglich war zu wissen, daß ich so gar nichts wußte. Ich sage noch einmal, mein edeles Leben, das ich damals führete. Aber mein Knähen wollte mich solche Glückseligkeit nicht länger genießen lassen, sondern schätzte billig sein, daß ich meiner Adeligen Geburt gemäß auch adelig tun und leben sollte. Derowegen fing er an, mich zu höheren Dingen anzuziehen und mir schwerere Lektiones aufzugeben. Ende von Kapitel 1 Buch 1 simplex wird zu einem hirten erwählet und das Lob selbigen Lebens erzählet. Er begabte mich mit der herrlichsten Dignität, so sich nicht allein bei seiner Hofhaltung, sondern auch in der ganzen Welt befand, nämlich mit dem uralten Hirtenamt. Er vertraute mir erstlich seine Säu, zweitens seine Ziegen und zuletzt seine ganze Herde Schafe, daß ich selbige Hüten, Weiden und vermittelst meiner Sackpfeife, welcher Klang ohne das, wie Strabo schreibt, die Schafe und Lämmer in Arabia fettmachet, vor dem Wolf beschützen sollte. Damal gleichete ich wohl dem David, außer daß jener, anstatt der Sackpfeife, nur eine Harfe hatte, welches kein schlimmer Anfang, sondern ein gut Omen für mich war, daß ich noch mit der Zeit, wenn ich anders das Glück dazu hätte, ein weltberühmter Mann werden sollte. Denn von Anbeginn der Welt sind jeweils hohe Personen Hirten gewesen, wie wir dann von Abel, Abraham, Isaac, Jakob, seinen Söhnen und Mose selbst in Heiliger Schrift lesen, welcher zuvor seines Schwers Schafe hüten mußte, ehe er Heerführer und Legislator über sechshunderttausend Mann in Israel ward. Jaha, möchte mir jemand vorwerfen, das waren heilige, gottergebene Menschen und keine spessarter Bauernbuben, die von Gott nichts wußten. Ich muß gestehen, und kann es nicht in Abrede sein, aber was hat meine damalige Unschuld dessen zu entgelten? Bei den alten Heiden fand man sowohl solche Exemplar als bei dem auserwählten Volk Gottes. Unter den Römern sind vornehme Geschlechter gewesen, so sich Ohnzweifel Bubulkos, Dattilios, Pomponios, Vitulos, Vitellios, Agnios, Capros und dergleichen genennet, weil sie mit dergleichen Viehe umgegangen und solches auch vielleicht gehütet. Zwar Romulus und Remus seien selbst Hirten gewesen, Spartacus, vor welchem sich die ganze römische Macht so hoch entsetzet, war ein Hirt. Was? Hirten sind gewesen, wie Lucianus in seinem Dialogo Helene bezeuget, Paris, Priamides Königssohn, und Anchises, des trojanischen Fürsten Enäe, Vater. Der schöne Endymion, um welchen die Keusche Luna selbst gebuhlet, war auch ein Hirt. Ithem, der gräuliche Polyphemus. Ja, die Götter selbst, wie Phornutus saget, haben sich dieser Profession nicht geschämet. Apollo hütet Admeti, des Königs in Thessalia, Kyhe. Mercurius, sein Sohn Daphnis, Pan und Proteus, waren Erzhirten. Dahero sind sie noch bei den närrischen Poeten der Hirten Patronen. Mesa, König in Moab, ist, wie man im zweiten Buch der Könige lieset, ein Hirt gewesen. Kyrus, der gewaltige König Persarum, ist nicht allein vom Mithridate, einem Hirten, erzogen worden, sondern hat auch selbst gehütet. Gygas war ein Hirt, und hernach durch Kraft eines Rings ein König. Ismail Sofi, ein persischer König, hat in seiner Jugend ebenmäßig das Vieh gehütet. Also, daß Philo der Jud in Vita Moses trefflich wohl von der Sache redet, wenn er saget, das Hirtenamt sei eine Vorbereitung und Anfang zum Regiment. Denn gleich wie die Bellicosia und Martialia Ingenia erstlich auf der Jagd geübt und angeführet werden, also soll man auch diejenige so zum Regiment gezogen sollen werden, erstlich in dem lieblichen und freundlichen Hirtenamt anleiten. Welches alles mein Knän wohl verstanden haben muß, wie er dann ein trefflich verschlagenes Kapitolium gehabt und mit einem tiefsinnigen Verstand versehen war, und mir noch bis auf diese Stunde keine geringe Hoffnung zu künftiger Herrlichkeit machet. Aber indessen wieder zu meiner Herde zu kommen, so wisset, daß ich den Wolf ebenso wenig kannte als meine eigene Unwissenheit selbsten. Derowegen war mein Knän mit seiner Instruktion desto fleißiger. Er sagte, »Bub, bis flissig, loß die Schaff nitze wiet von ananger laffen, und spill wacker auf der Sackpfiffer, daß der Wolf nit komm und schader dau, dann he is ja a solcher vierbeinig der Schelm und Dieb, der Menschau und Vieher frisst. Und wann du aber fahrlässi bist, so will eich dir der Buckel a'raumer.« Ich antwortet mit gleicher Holdseligkeit, »Knäno, sag mir a, wei der Wolf seiet, eich hun noch ka'n Wolf gesehen.« »A, dau grober Eselkopp«, repliziert er hinwieder, »Dau bleivest dein Lebe, langer Narr.« Geid mich wunner, was aus dir wehrer wird, bis schon so a großer Dölpel und weist noch net, was der Wolf für a feierfäußiger Schelm is. Er gab mir noch mehr Unterweisungen und war zuletzt unwillig, maßen er mit einem Gebrümmel fortging, weil er sich bedünken ließ, mein grober und ungehobelter, durch seine Unterweisung noch nicht genugsam auspolierter Verstand könne seine subtile Unterweisungen nicht fassen, noch zu dieser Zeit derselben fähig sein. Simplex pfeift tapfer auf seiner Sackpfeifen, bis die Soldaten ihn mit sich fortschleifen. Da fing ich an, mit meiner Sackpfeife so gut Geschirr zu machen, daß man den Krotten im Krautgarten damit hätte vergeben mögen, also daß ich vor dem Wolf, welcher mir stetig im Sinn lag, mich sicher genug zu sein bedünkte. Und weilen ich mich meiner Meuder erinnert, also heißen die Mütter im Spessart und am Vogelsberg, daß sie oft gesagt, sie besorge, die Hühner würden dermaleins von meinem Gesang sterben, also beliebte mir auch zu singen, damit das Remedium wider den Wolf desto kräftiger wäre. Und zwar ein solch Lied, das ich von meiner Meuder selbst gelernt hatte. Du sehr verachteter Bauernstand, bist doch der Beste in dem Land. Kein Mann dich knugsam preisen kann, wenn er dich nur recht siehet an. Wie stünd es jetzt und um die Welt, hätt Adam nicht gebaut das Feld. Mit Hacken nährt sich anfangs der, von dem die Fürsten kommen her. Es ist fast alles unter dir, ja, was die Erde bringt herfür. Wovon ernähret wird das Land, geht dir anfänglich durch die Hand. Der Kaiser, den uns Gott gegeben, uns zu beschützen, muss doch leben. Von deiner Hand auch der Soldat, der dir doch zufügt, manchen Schad. Fleisch zu der Speis zeugst auf allein, von dir wird auch gebaut der Wein. Dein Pflug der Erden tut so Not, daß sie uns gibt genugsam Brot. Die Erde wär ganz wild durchaus, wenn du auf ihr nicht hieltest Haus. Ganz traurig auf der Welt es stünd, wenn man kein Bauersmann mehr fünd. Drum bist du billig hoch zu ehren, weil du uns alle tust ernähren. Natur, die liebt dich selber auch, Gott segnet deinen Bauernbrauch. Vom bitterbösen Brodergram hört man nicht, daß an Bauern kam, daß doch den Adel bringt in Not und manchen Reichen gar in Tod. Der Hoffart bist du sehr befreit, absonderlich zu dieser Zeit. Und daß sie auch nicht sei, dein Herr, so gibt dir Gott des Kreuzes mehr. Ja, der Soldaten böser Brauch dient gleichwohl dir zum Besten auch. Daß Hochmut dich nicht nehme ein, sagt er, dein Hab und Gut ist mein. Bis hierher und nicht weiter kam ich in meinem lieblich tönendem Gesang, dann ich ward gleichsam in einem Augenblick von einem Trupp Kurassierer samt meiner Herde Schafen umgeben, welche im großen Wald verirret gewesen und durch meine Musik und Hirtengeschrei wieder waren zurechtgebracht worden. Ho, ho, gedachte ich, dies sind die rechten Kauzen, dies sind die vierbeinigte Schelmen und Diebe, davon dir dein Knäen sagte. Denn ich sah anfänglich Ross und Mann, wie hiebevor die Amerikaner die spanische Kavallerie, vor eine einzige Kreatur an und vermeinete nicht anders, als es müßten Wölfe sein. Wollte Derowegen diesen schröcklichen Zentauris den Hunssprung weisen und sie wieder abschaffen. Ich hatte aber zu solchem Ende meine Sackpfeife kaum aufgeblasen, da ertappte mich einer aus ihnen beim Flügel und schleuderte mich so ungestüm auf ein Leerbaurenpferd, so sie nebenan da mehr erbeutet hatten, daß ich auf der anderen Seite wieder herab auf meine liebe Sackpfeife fallen mußte, welche so erbärmlich anfing zu schreien und einen so kläglichen Laut von sich zu geben, als wann sie alle Welt zur Barmherzigkeit hätte bewegen wollen. Aber es half nichts. Wiewohl sie den letzten Atem nicht sparete, mein Unfeld zu beklagen, ich mußte einmal wieder zu Pferd. Gott geb, was meine Sackpfeife sang oder sagte. Und was mich zum meisten verdroß, war dieses, daß die Reuter vorgaben, ich hätte der Sackpfeife im Fallen wehgetan, darum sie dann so kätzerlich geschrieen hätte. Also ging meine Mäher mit mir dahin in einem stetigen Trab, wie das Primum mobile, bis in meines Knähens Hof. Wunderseltsame Tauben und Kauderwelsche Grillen stiegen mir damals ins Hirn, denn ich bildete mir ein, weil ich auf einem solchen Tier säße, dergleichen ich niemals gesehen hatte, so würde ich auch in einen eisernen Kerl vermetomophisiert werden, indem ich diejenigen, die mich fortführten, auch ganz eisern sah. Weil aber solche Verwandlung nicht folgte, kamen mir andere Grillen in meinen albern Kopf. Ich dachte, diese fremden Dinger wären nur zu dem Ende da, mir die Schafe helfen heimzutreiben, sinde mal keiner von ihnen keines hinwegfraß, sondern alle so einhellig, und zwar des geraden Wegs, in meines Knähens Hof zueileten. Derowegen sah ich mich fleißig nach meinem Knähn um, ob er und mein Meuder uns nicht bald entgegen gehen und uns willkommen sein heißen wollten. Aber vergebens, er und meine Meuder samt unserm Ursele, welches meines Knähens einzige und liebste Tochter war, hatten die Hintertür getroffen, das Reißaus gespielt und wollten dieser heillosen Gäste nicht erwarten. Kapitel 4 Simplicius' Residenz wird ausgeplündert. Niemand ist's, der die Soldaten verhindert. Wiewohl ich nicht bin gesinnet gewesen, den friedliebenden Leser mit dieser leichtfertigen Reuterbursch in meines Knähens Haus und Hof zu führen, weil es schlimm genug darin hergehen wird, so erfordert jedoch die Folge meiner Historie, dass ich der lieben Posterität hinterlasse, was vorab scheuliche und ganz unerhörte Grausamkeiten in diesem unserm teutschen Krieg hin und wieder verübet worden. Zumalen mit meinem eigenen Exempel zu bezeugen, dass alle solche Übel von der Güte des Allerhöchsten zu unserm Nutz oft notwendig haben verhängt werden müssen. Dann, lieber Leser, wer hätte mir gesagt, dass ein Gott im Himmel wäre, wann keine Krieger meines Knähens Haus zernichtet und mich durch solche Fahrung unter die Leute gezwungen hätten, von denen ich genugsamen Bericht empfangen? Kurz zuvor konnte ich nichts anders wissen, noch mir einbilden, als dass mein Knähn, Meuder, Ursule, ich und das übrige Hausgesind allein auf Erden sei, weil mir sonst kein Mensch noch einzige andere menschliche Wohnung bekannt war als meines Knähns zuvor beschriebener adeliger Sitz, darin ich täglich aus- und einging. Aber bald hernach erfuhr ich die Herkunft der Menschen in diese Welt und dass sie keine bleibende Wohnung hätten, sondern oftmals, ehe sie sich's versehen, wieder daraus müßten. Ich war nur mit der Gestalt ein Mensch und mit dem Namen ein Christenkind, im Übrigen aber nur eine Bestia. Aber der Allerhöchste sah meine Unschuld mit barmherzigen Augen an und wollte mich beides zu seiner und zu meiner Erkenntnis bringen. Und wiewohl er tausenderlei Wege hierzu hatte, wollte er sich doch ohne Zweifel nur desjenigen bedienen, in welchem mein Knähn und Meuder andern zum Exempel wegen ihrer liederlichen Auferziehung gestraft würden. Das Erste, das diese Reuter täten und in den schwarz gemalten Zimmern meines Knähns anfingen, war, dass sie ihre Pferde einstelleten. Hernach hatte jeglicher seine sonderbare Arbeit zu verrichten, deren jede lauter Untergang und Verderben anzeigte. Denn ob zwar etliche anfingen zu metzgen, zu sieden und zu braten, dass es sah, als sollte ein lustig Bankett gehalten werden, so waren hingegen andere, die durchstürmten das Haus oben und unten, ja, das heimliche Gemach war nicht sicher, gleichsam, ob wäre des gülden Fell von Kolchis darin verborgen. Andere machten von Tuch, Kleidungen und allerlei Hausrat große Päck zusammen, als ob sie irgends einen Krempelmarkt anrichten wollten. Was sie aber nicht mitzunehmen gedachten, war zerschlagen und zugrunde gerichtet. Etliche durchstachen Heu und Stroh mit ihren Degen, als ob sie nicht Schaf und Schweine genug zu stechen gehabt hätten. Etliche schütteten die Federn aus den Betten und fülleten hingegen Speck, andere Dürrfleisch und Sonstgerät hinein, als ob als dann besser darauf zu schlafen wäre. Andere schlugen Ofen und Fenster ein, gleichsam, als hätten sie einen ewigen Sommer zu verkündigen. Kupfer und Zinngeschirr schlugen sie zusammen und packten die gebogene und verderbte Stücken ein. Bettladen, Tische, Stühle und Bänke verbrannten sie, da doch viel klafter Dürrholz im Hof lag. Häfen und Schüsseln mußte endlich alles entzwei, entweder weil sie lieber gebraten aßen oder weil sie bedacht waren, nur eine einzige Mahlzeit allda zu halten. Unsere Magd war im Stall dermaßen traktiert, daß sie nicht mehr daraus gehen konnte, welches zwar eine Schande ist, zu melden. Den Knecht legten sie gebunden auf die Erde, steckten ihm ein Sperrholz ins Maul und schütteten ihm einen Melkkübel voll garstig Mistlachenwasser in Leib. Das nannten sie einen schwedischen Trunk, der ihm aber gar nicht schmeckte, sondern in seinem Gesicht sehr wunderliche Minen verursachte, wodurch sie ihn zwungen, eine Partei anderweits zu führen, allda sie Menschen und Viehe hinwegnahmen und in unseren Hof brachten, unter welchen mein Knän, meine Meuder und unsere Ursele auch waren. Da fing man erst an, die Steine von den Pistolen und hingegen anstatt deren der Bauern Daumen aufzuschrauben und die armen Schelmen so zu foltern, als wenn man hätte Hexen brennen wollen, maßen sie auch einen von den gefangenen Bauern bereits in Backofen steckten und mit Feuer hinter ihm her waren, unangesehen er noch nichts bekannt hatte. Einem anderen machten sie ein Seil um den Kopf und reitelten es mit einem Bengel zusammen, daß ihm das Blut zu Mund, Nas und Ohren heraussprang. In Summe, es hatte jeder seine eigene Invention, die Bauern zu peinigen und also auch jeder Bau seine sonderbare Martha. Allein mein Knän war meinem damaligen Bedünken nach der glücklichste, weil er mit lachendem Munde bekannte, was andere mit Schmerzen und jämmerlicher Weheklage sagen mußten. Und solche Ehre widerfuhr ihm ohne Zweifel darum, weil er der Hausvater war. Denn sie satzten ihn zu einem Feuer, banden ihn, daß er weder Hände noch Füße regen konnte, und rieben seine Fußsohlen mit angefeuchtem Salz, welches ihm unsere alte Geiß wieder ablecken und dadurch also kützeln mußte, daß er vor Lachen hätte zerbersten mögen. Das kam so artlich und mir so anmutig vor, weil ich meinen Knän niemals ein solches langwieriges Gelächter verführen gehöret und gesehen, daß ich gesellschafthalber oder, weil ich's nicht besser verstund, von Herzen mitlachen mußte. In solchem Gelächter bekannte er seine Schuldigkeit und öffnete den verborgenen Schatz, welcher von Gold, Perlen und Kleinodien viel reicher war, als man hinter den Bauern hätte suchen mögen. Von den gefangenen Weibern, Mägden und Töchtern weiß ich sonderlich nichts zu sagen, weil mich die Krieger nicht zusehen ließen, wie sie mit ihnen umgingen. Das weiß ich noch wohl, daß man teils hin und wieder in den Winkeln erbärmlich schreien hörte. Schätze wohl, es sei meiner Meuder und unserem Ursele nit besser gegangen als den anderen. Mitten in diesem Elend wandte ich Braten und war um nichts bekümmert, weil ich noch nicht recht verstunde, wie dieses alles gemeinet wäre. Ich half auch Nachmittag die Pferde tränken, durch welches Mittel ich zu unserer Magd in Stall kam, welche wunderwerklich zerstrobelt aussahe. Ich kannte sie nicht. Sie aber sprach zu mir mit kränklicher Stimme, O Bub, lauf weg, sonst werden dich die Reuter mitnehmen. Guck, daß du davonkommst, du siehst wohl, wie es so übel. Meras konnte sie nicht sagen. Ende von Kapitel 4, Buch 1 Abschnitt 3 von der abenteuerliche Simplicissimus, Teil 1 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Der abenteuerliche Simplicissimus, Teil 1 von Hans-Jakob Christoffel von Grimmelshausen Erstes Buch, Kapitel 5 und 6 Das fünfte Kapitel Simplex, das Reißaus behändiglich spielet Wann sich Bäumregen, er Herzensangst fühlet Da machte ich gleich den Anfang, meinen unglücklichen Zustand, den ich vor Augen sei, zu betrachten und zu gedenken, wie ich mich forderlichst ausdrehen und davonlaufen möchte. Wohin aber? Dazu war mein Verstand viel zu gering, einen Vorschlag zu tun. Doch hat es mir so weit gelungen, dass ich gegen Abend in Wald bin entsprungen und meine liebe Sackpfeife auch in diesem äußersten Elend nicht verlassen. Wo nun aber weiters hinaus? Sintemal mir die Wege und der Wald so wenig bekannt waren, als die Straßen durch das gefrorene Meer hinter Nova Zempler bis Ginkina hinein. Die stockfinstere Nacht bedeckte mich zwar zu meiner Versicherung, jedoch bedauchte sie meinen finstern Verstand nicht finster genug. Daheru verbarg ich mich in ein dickes Gesträuch, da ich sowohl das Geschrei der getrillten Bauern als das Gesang der Nachtigallen hören konnte. Welche Vöglein sie, die Bauern, von welchen man teils auch Vögel zu nennen pflegt, nicht angesehen hatten, mit ihnen Mitleiden zu tragen oder ihres Unglückshalber das liebliche Gesang einzustellen. Darum legte ich mich auch ohne all Sorg auf ein Ohr und entschlief. Als aber der Morgenstern im Osten herfürflackerte, sah ich meines Knäns Haus voller Flammen stehen, aber niemand, der zu löschen begehrte. Ich begab mich hierfür in Hoffnung, jemanden von meinem Knän anzutreffen, ward aber gleich von fünf Reutern erblickt und angeschrien, Jung, komm rüber, oder skal mir die Tüffel hallen, ich schieb dich, da die der Dampf zum Hals utgat. Ich hingegen blieb ganz stockstill stehen und hatte das Maul offen, weil ich nicht wusste, was der Reuter wollte oder meinte, und indem ich sie so ansahe, wie eine Katze ein Neuscheunentor, sie aber wegen ihres Morastes nicht zu mir kommen konnten, welches sie ohne Zweifel rechtschaffen vexierte, löste der eine seinen Karabiner auf mich, von welchem urplötzlich Feuer und unversehlichem Klampf, den mir Echo durch vielfältige Verdopplung grausamer machte. Ich dermaßen erschreckt ward, weil ich dergleichen niemals gehöret oder gesehen hatte, dass ich's allzu bald zur Erde niederfiel und alle Viere von mir streckete. Ja, ich regte vor Angst keine Ader mehr und wiewohl die Reuter ihres Weges vortreten und mich ohne Zweifel vor Tod liegen ließen, so hatte ich jedoch den selbigen ganzen Tag das Herz nicht, mich aufzurichten, noch mich nur ein wenig hin und wieder umzusehen. Als mich aber die Nacht wieder ergriff, stund ich auf und wanderte so lang im Wald fort, bis ich von fern einen faulen Baum schimmernd sahe, welcher mir eine neue Furcht einjagte, kehrete derowegen Sporen streichs wieder um und ging so lang, bis ich wieder einen anderen dergleichen Baum erblickte, von dem ich mich gleichfalls wieder fortmachte und auf diese Weise die Nacht mit Hin- und Widerrennen von einem faulen Baum zum anderen vertrieb. Zuletzt kam mir der liebe Tag zu Hilf, welcher den Bäumen gebot, mich in seiner Gegenwart unbetrübt zu lassen. Aber hiermit war mir doch nichts geholfen. Dann mein Herz stark voll Angst und Furcht und die Schenkel voll Müdigkeit, der leere Magen voll Hunger, das Maul voll Durst, das Hirn voll närrischer Einbildung und die Augen voller Schlaf. Ich ging dann noch vierter, wusste aber nicht wohin. Je weiter ich aber ging, je tiefer ich von den Leuten hinweg in den Wald kam. Damals stimmte ich aus und empfand, entklammern jedoch ganz unvermerkt, Klammer zu, die Wirkung des Unverstands und der Unwissenheit. Wenn ein unvernünftig Tier an meiner Stelle gewesen wäre, so hätte es besser gewusst, was es zu seiner Erhaltung hätte tun sollen als ich. Doch war ich noch so witzig, als mich abermals die Nacht übereilte, dass ich in einen hohlen Baum kroch, meine werte Liebessackpfeife, fleißig in Achtnahme und also mein Nachtlager zu halten, gänzlich entschlossen war. Das sechste Kapitel Simplex hört Worte, die lauten andächtig, sieht den Einsiedel, pfeift und wird ohnmächtig. Kaum hatte ich mich zum Schlaf bequemet, da höret ich folgende Stimme. Oh, große Liebe gegen uns undankbare Menschen! Ach, mein einziger Trost, meine Hoffnung, mein Reichtum, mein Gott! Und so dergleichen mehr, dass ich nicht alles merke, noch verstehen können. Dieses waren wohl Worte, die einem Christenmenschen, der sich in einem solchen Stand, wie ich mich dazu mal befunden, billig aufmuntern, trösten und erfreuen hätten sollen. Aber, o Einfalt und Unwissenheit, es waren mir nur böhmische Dörfer und alles eine ganz unverständliche Sprache, aus deren ich nicht allein nichts fassen konnte, sondern auch eine solche, von deren Seltsamkeit ich mich entsatzte. Da ich aber hörte, dass dessen, der sie redete, Hunger und Durst gestillet werden sollte, riete mir mein unträglicher Hunger und fast vor Speisemangel ganz zusammengeschnurrter Magen, mich auch zu Gast zu laden. Derowegen fasste ich das Herz, wieder aus meinem hohlen Baum zu gehen und mich der gehörten Stimme zu nähern. Da wurde ich eines großen Manns gewahr, in langen, schwarz-grauen Haaren, die ihm ganz verworren auf den Achseln herumlagen. Er hatte einen wilden Bart, fast formiert wie ein Schweizer Käse. Sein Angesicht war zwar bleichgelb und mager, aber doch ziemlich lieblich und sein langer Rock mit mehr als tausend Stückern von allerhand Tuch überflickt und aufeinandergesetzt. Um Hals und Leib hatte er eine schwere, eiserne Kette gewunden, wie St. Wilhelmus und sah er sonst in meinen Augen so scheußlich und fürchterlich aus, dass ich anfing zu zittern wie ein nasser Hund. Was aber meine Angst mehrete, war, dass er ein Kruzifix ungefähr sechs Schuhe lang an seine Brust drückte. Und weil ich ihn nicht kannte, konnte ich nichts anders ersinnen, als dieser alte Kreis müsste ohne Zweifel der Wolf sein, davon mir mein Knähen kurz zuvor gesagt hatte. In solcher Angst wischte ich mit meiner Sackpfeife für, welche ich als meinen einzigen, angenehmsten und wertesten Schatz noch vor den Reutern salviert hatte. Ich blies zu, stimmte an und ließ mich gewaltig hören, diesen gräulichen Wolf zu vertreiben, über welcher gelligen und ungewöhnlichen Musik an einem so wilden Ort, der Einsiedel anfänglich nicht wenig stutzte, ohne Zweifel vermeinende, es sei etwa ein teuflisch Gespenst hingekommen, ihn wie etwa den großen Antonio widerfahren, zu tripulieren und seine Andacht zu zerstören. Sobald er sich aber wieder erholete, spottete er meiner, als seines Versuchers im hohlen Baum, wo hinein ich mich wieder retiriert hatte. Ja, er war so getrost, dass er gegen mir ging, den Feind des menschlichen Geschlechts genugsam auszuhöhnen. Ha! sagte er, du bist ein Gesell dazu, die heiligen, ungöttliche Verhängnus, etc. Mehreres habe ich nicht verstanden, dann seine Nährung ein solch Grausen und Schröcken in mir erregte, dass ich des Amts meiner Sinne beraubet ward und dorthin in Ohnmacht niedersang. Ende von Kapitel 5 und 6 Abschnitt 4 von Der abenteuerliche Simplicissimus Teil 1 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Rolf Kaiser Bochum, Deutschland im Februar 2009 Der abenteuerliche Simplicissimus Teil 1 von Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen Abschnitt 4 Erstes Buch Kapitel 7 bis 11 Kapitel 7 Simplex wird in einer Herberg traktiert, obgleich wird sehr großer Mangel gespüret. Was Gestalten mir wieder zu mir selbst geholfen worden, weiß ich nicht, aber dieses wohl, dass ich aus dem hohlen Baum mich befande, der Alte meinen Kopf in seinem Schoß und vorn meine Juppe geöffnet gehabt. Als ich mich wieder erholete, da ich den Einsiedler so nahe bei mir sahe, fing ich ein solch grausam Geschrei an, als ob er mir im selben Augenblick das Herz aus dem Leib hätte reißen wollen. Er aber sagte, »Mein Sohn, schweig! Ich tue dir nichts! Sei zufrieden!« Etc. Je mehr er mich aber tröstete und mir liebkosete, je mehr ich schrie, »O, du frißt mich!« »O, du frißt mich!« »Du bist der Wolf und willst mich fressen!« »Ei, jawohl!«, »Nein, mein Sohn«, sagte er, »Sei zufrieden!«, »ich frißt dich nicht!« Dies Gefecht und erschröckliches Geheule verführt ich sehr lang, bis ich mich endlich so weit ließ weisen, mit ihm in seine Hütte zu gehen. Darin war die Armut, selbst Hofmeisterin, der Hungerkoch und der Mangel Küchenmeister.« Da wurde mein Magen mit einem Gemüse und Trunk Wassers gelabert und mein Gemüt, so ganz verwirrt war, durch des Alten tröstliche Freundlichkeit wieder aufgerichtet und zurechtgebracht. Derowegen ließ ich mich durch die Anreizung des süßen Schlafes leicht betören, der Natur solche Schuldigkeit abzulegen. Der Einsiedel merkte meine Notdurft, darum ließ er mir den Platz allein in seiner Hütte, weil nur einer darin liegen konnte. Ungefähr um Mitternacht erwachte ich wieder und hörete ihn folgendes Lied singen, welches ich hernach auch gelernet. »Komm, Trost der Nacht, o Nachtigall, laß deine Stimm mit Freudenschall aufs Lieblichste erklingen. komm, komm und lob den Schöpfer dein, weil andere Vöglein schlafen sein und nicht mehr mögen singen. Laß dein Stimmlein laut erschallen, dann vor allen kannst du loben, Gott im Himmel hoch dort oben. Ob schon ist hin der Sonnenschein und wir im Finstern müssen sein, so können wir doch singen von Gottes Güt und seiner Macht, weil uns kann hindern keine Nacht, sein Lob zu vollen bringen. Drum dein Stimmlein laß erschallen, dann vor allen kannst du loben, Gott im Himmel hoch dort oben. Echo der Wilde wie der Hall will sein bei diesem Freudenschall und lässet sich auch hören. Verweist uns alle Müdigkeit, der wir ergeben alle Zeit, lehrt uns den Schlaf betören. Drum dein Stimmlein laß erschallen, dann vor allen kannst du loben, Gott im Himmel hoch dort oben. Die Sterne so am Himmel stehn, sich lassen zum Lob Gottes sehn und Ehre ihm beweisen. Die Eul auch, die nicht singen kann, zeugt doch mit ihrem Heulen an, dass sie Gott auch tu preisen. Drum dein Stimmlein laß erschallen, dann vor allen kannst du loben, Gott im Himmel hoch dort oben. Nur her, mein liebstes Vögelein, wir wollen nicht die Feulste sein und schlafend liegen bleiben. Viel mehr, bis das die Morgen röt, erfreuet diese Welt eröd, in Gottes Lob vertreiben. Lass dein Stimmlein laut erschallen, dann vor allen kannst du loben, Gott im Himmel hoch dort oben. Und während dem diesem Gesang bedungt mich wahrhaftig, als wann die Nachtigall sowohl als die Eule und Echo mit eingestimmt hätten, und wann ich den Morgenstern jemals gehöret oder dessen Melodie auf meiner Sackpfeife nachzumachen vermöcht, so wäre ich aus der Hütte gewischt, meine Karte mit einzuwerfen, weil mich diese Harmonia so lieblich zu sein bedunkte. Aber ich entschlief und erwachte nicht wieder bis wohl in den Tag hinein, da der Einsiedel Ich will dir Essen geben und als dann den Weg durch den Wald weisen, damit du wieder zu den Leuten und noch vor Nacht in das näheste Dorf kommest. Ich fragte ihn, was sind das für Dinger Leuten und Dorf? Er sagte, bist du dann niemalen in keinem Dorf gewesen und weißt auch nicht, was Leute oder Menschen seint? Nein, sagte ich, nirgends als hier bin ich gewesen, aber sage mir doch, was seint Leute, Menschen und Dorf? Behüte Gott, antwortete der Einsiedel, bist du närrisch oder gescheit? Nein, sagte ich, meiner Mäuder und meines Knäns Bub bin ich und nicht der närrisch oder der gescheit. Der Einsiedel verwunderte sich mit Seufzen und Bekreuzigung und sagte, wohl, liebes Kind, ich bin gehalten, dich um Gottes Willen besser zu unterrichten. Darauf fielen unsere Reden und Gegenreden wie folgend Kapitel ausweiset. Ende von Kapitel 7 Buch 1 Simplex Simplex gibt seinen Verstand an den Tag durch seine törichte Antwort und frag Einsiedel Einsiedel Wie heißest du Simplicius Ich heiße Bub Ich sehe wohl, daß du kein Mägdlein bist. Wie hat dir aber dein Vater und Mutter gerufen? Ich habe keinen Vater oder Mutter gehabt. Wer hat dir dann das Hemd gegeben? Mein Meuder Wie hieße dich dann dein Meuder? Sie hat mich Bub geheißen, auch Schelm, langöhrigter Esel, ungehobelter Rulz, ungeschickter Dölpel und Galgenvogel. Wer ist dann deiner Mutter Mann gewesen? Niemand. Bei wem hat dann dein Meuder des Nachts geschlafen? Bei meinem Knän. Wie hat dich dann dein Knän geheißen? Er hat mich auch Bub genennet. Wie aber heißt dein Knän? Er heißt Knän. Wie hat ihn aber dein Meuder gerufen? Knän und auch Meister. Hat sie ihn niemals anders genennet? Ja, sie hat. Wie dann? Rülp, grober Bengel, volle Sau, alter Scheißer und noch wohl anders, wenn sie haderte. Du bist wohl ein unwissender Tropf, dass du weder deiner Eltern noch deinen eigenen Namen nicht weißt. Ah ja, weißt du's doch auch nicht. Kannst du auch beten? Nein, unser Ann und mein Meuder haben als das Bette gemacht. Ich frage nicht hier nach, sondern ob du das Vater Unser kannst. Ja, ich. Nun, so sprich's dann. Unser lieber Vater, der du bist Himmel, heiliget werde nahm, zukommest dein Reich. Dein will, schee Himmel ad Erden, gib uns Schuld, als wir unseren Schuldigern Geber, führ uns nicht in kein Bösversucher, sondern erlöse uns von dem Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit, Ammer. Bist du nie in die Kirche gegangen? Ja, ich kann wacker steigen und hab als einen ganzen Busen voll Kirschen gebrochen. Ich sagte nicht von Kirschen, sondern von der Kirchen. Haha, Kriechen, Geld, es seien so kleine Fläumlein, Geld, du. Ach, das Gott, Walte, weißt du nichts von unserem Herrn Gott? Ja, er ist daheim an unserer Stubentür gestanden auf dem Helgen. Mein Meuder hat ihn von der Kürbe mitgebracht und hingekleibt. Ach, gütiger Gott, nun erkenne ich erst, was vor eine große Gnade und Wohltat es ist, wem du deine Erkanntnus mitteilest und wie gar nichts ein Mensch sei, dem du solche nicht gibest. Ach, Herr, verleihe mir deinen heiligen Namen also zu ehren, daß ich würdig werde, um diese hohe Gnade so eiferig zu danken, als freigebig du gewesen, mir solche zu verleihen. Höre Simplici, denn anders kann ich dich nicht nennen, wann du das Vaterunser betest, so musst du also sprechen. Vaterunser, der du bist im Himmel, geheiliget werde dein Name, zukomme uns dein Reich, dein Wille geschehe, auf Erden wie im Himmel, unser täglich Brot gib uns heut, und gelt du auch Käse dazu? Ach, liebes Kind, schweig und lerne, solch ist dir viel nötiger als Käse. Du bist wohl ungeschickt, wie dein Mäuder gesagt hat. Solchen Buben, wie du bist, stehet nicht an, einem alten Mann in die Rede zu fallen, sondern zu schweigen, zuzuhören und zu lernen. Wüßte ich nur, wo deine Eltern wohneten, so wollte ich dich gern wieder hinbringen und sie zugleich lehren, wie sie Kinder erziehen sollten. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Unser Haus ist verbrannt und mein Mäuder hinweggelaufen und wiederkommen mit dem Ursele und mein Knähen auch, und unsere Magd ist krank gewesen und ist im Stall gelegen. Die hat mich fortlaufen heißen. Was gist du, was host? Wer hat dann das Haus verbrannt? Ha! Es sind so eiserne Männer kommen. Die seien auf so Dingern gesessen, groß wie Ochsen, haben aber keine Hörner. Dieselbe Männer haben Schafe und Küh und Säuge stochen, Ofen und Fenster eingeschlagen, und da bin ich auch weggelaufen, und da ist danach das Haus verbrannt gewesen. Wo war dann dein Knähen? Ha! Die eiserne Männer haben ihn angebunden, da hat ihm unsere alte Geist die Füße gelecket, da hat mein Knähen lachen müssen und hat denselben eisernen Männern viel Weißpfähne gegeben, große und kleine, auch hübsche Gelbe und sonst schöne glitzrechte Dinger und hübsche Schnüre voll weiße Kügelein. Wann ist dies geschehen? Ei, wie ich der Schafe habe hüten sollen! Sie haben mir auch meine Sackpfeifewolle nehmen! Wann hast du der Schafe sollen hüten? Ei, hörst du es nicht, da die eisernen Männer kommen sind, und danach hat unser Strobelkopfwichte angesagt, ich soll auch weglaufen, sonst würden mich die Krieger mitnehmen, sie hat aber die eiserne Männer gemeinet, und da seien ich weggelaufen und seien hierher gekommen. Wohinaus willst du aber jetzt? Ich weiß wega nicht, ich will bei dir hier bleiben. Dich hier zu behalten, ist weder meine noch deine Gelegenheit, ist, als dann will ich dich wieder zu Leuten führen. Also sage mir dann auch, was Leute vor Dinger seien. Leute seint Menschen wie ich und du, dein Knän, deine Meuder und eure An seint Menschen, und wann deren viel beieinander seint, so werden sie Leute genennet. Haha! Nun gehe und iss! Dies war unser Diskurs, unter welchem mich der Einsiedel oft mit den allertiefsten Seufzen anschauete. Nicht weiß ich, ob es darum geschahe, weil er ein so groß Mitleiden mit meiner überaus großen Einfalt und dummen Unwissenheit hatte oder aus der Ursache, die ich erst über etliche Jahre hernacher erfuhr. Ende von Kapitel 8, Buch 1 Neuntes Kapitel Simplex, ein Christenmensch, anfängt zu werden, als er ein Bestia vor war auf Erden. Ich fing an zu essen und hörete auf zu pappeln, welches nicht länger wehrete, als bis ich nach Notdurft gefüttert hatte und mich der Alte fortgehen hieß. Da suchte ich die allerzartesten Worte herfür, die mir meine bäuerische Grobheit immer mehr eingeben konnte, welche alle dahin gingen, den Einsiedel zu bewegen, daß er mich bei ihm behielte. Obzwar es ihm nun beschwerlich gefallen, meine verdrüßliche Gegenwart zu gedulden, so hat er jedoch beschlossen, mich bei ihm zu leiden, mehr, daß er mich in der christlichen Religion unterrichtete, als sich in seinem vorhandenen Alter meiner Dienste zu bedienen. Seine größte Sorge war, meine zarte Jugend dürfte, eine solche harte und sehr strenge Art zu leben, in die Länge nicht ausharren mügen. Eine Zeit von ungefähr drei Wochen war mein Probierjahr, in welcher eben St. Gertraut mit den Gärtnern zu Feld lag, also, daß ich mich auch in deren Profession gebrauchen ließ. Ich hielt mich so wohl, daß der Einsiedel ein sonderliches Gefallen an mir hatte, nicht zwar der Arbeit halber, so ich zuvor zu vollbringen gewohnt war, sondern weil er sahe, daß ich ebenso begierig seine Unterweisungen hörete, als geschickt die wachsweiche und zwar noch glatte Tafel meines Herzens, solche zu fassen, sich erzeigte. Solcher Ursachen halber ward er auch desto eifriger, mich in allem Guten anzuführen. Er machte den Anfang seiner Unterrichtung vom Fall Luzifers, von dannen kam er in das Paradeis, und als wir mit unseren Eltern daraus verstoßen wurden, passierte er durch das Gesetz Moses und lernete mich vermittels der zähen Gebote Gottes und ihren Auslegungen, von denen er sagte, daß sie eine wahre Richtschnure seien, den Willen Gottes zu erkennen und nach demselben ein heiliges, gottwohlgefälliges Leben anzustellen, die Tugenden von den Lastern zu unterscheiden, das Gute zu tun und das Böse zu lassen. Endlich kam er auf das Evangelium und sagte mir von Christi Geburt, Leiden, Sterben und Auferstehung. Zuletzt beschloss er es mit dem jüngsten Tag und stellete mir Himmel und Hölle vor Augen und solches alles mit gebührenden Umständen, doch nicht mit gar zu überflüssiger Weitläufigkeit, sondern, wie ihn dünkte, daß ich's am allerbesten fassen und verstehen möchte. Wann er mit einer Materia fertig war, hub er eine andere an und wußte sich bisweilen in aller Geduld nach meinen Fragen so artlich zu regulieren und mit mir zu verfahren, daß er es mir auch nicht besser hätte eingießen können. Sein Leben und sein Reden waren mir eine immerwährende Predigt, welche mein Verstand, der eben nicht so gar dumm und hölzern war, vermittels göttlicher Gnade nicht ohne Frucht abgehen ließ, allermaßen ich alles dasjenige, was ein Christ wissen soll, nicht allein in gedachten dreien Wochen gefasset, sondern auch eine solche Liebe oftmals zu diesem meinem Unterrichter und zu dessen Unterricht gewonnen, daß ich des Nachts nicht davor schlafen konnte. Ich habe seit Hero der Sache vielmal nachgedacht und befunden, daß Aristoteles Libertertius de anima wohl geschlossen, als er die Seele eines Menschen einer leeren, unbeschriebenen Tafel verglichen, darauf man allerhand notieren könne, und daß solches alles darum von dem höchsten Schöpfer geschehen sei, damit solche glatte Tafel durch fleißige Impression und Übung gezeichnet und zur Vollkommenheit und Perfektion gebracht werde. Dahero denn auch sein Kommentator Averroes, Liber secundus de anima, da der Philosophus sagt, der Intellectus sei als Potentia, werde aber nichts in Actum gebracht, als durch die Scientiam, das ist, es sei des Menschenverstand allerdings fähig, könne aber nichts ohne fleißige Übung hineingebracht werden, diesen klaren Ausschlag gibet, nämlich, es sei dieses Scientia oder Übung die Perfektion der Seele, welche für sich selbst überall nichts an sich habe. Solches bestätigt Cicero, Liber secundus, tusculane questiones, welcher die Seele des Menschen ohne Lehre, Wissenschaft und Übung einem solchen Feld vergleichet, das zwar von Natur fruchtbar sei, aber wenn man es nicht baue und besame, gleichwohl keine Frucht bringe. Solches alles erwiese ich mit meinem eigenen Exempel, dann, dass sich alles sobald gefasset, was mir der fromme Einsiedel vorgehalten, ist daher kommen, weil er die geschlichte Tafel meiner Seele ganz leer und ohne einzige zuvor hineingedruckte Bildnüssen gefunden, so etwas anders hineinzubringen, hätte hindern mögen. Gleichwohl aber ist die pure Einfalt, gegen anderen Menschen zu rechnen, noch immerzu bei mir verblieben, da Hero der Einsiedel, weil weder er noch ich meinen rechten Namen gewußt, mich nur Simplicium genennet. Mit ihm lernete ich auch beten, und als er meinem steifen Vorsatz bei ihm zu bleiben, ein Genügen zu tun entschlossen, bauten wir vor mich eine Hütte gleich der seinigen, von Holz, Reisern und Erde, fast formiert wie der Musketierer im Feld ihre Zelten oder besser zu sagen, die Bauern an Teilsorten ihre Rubenlöcher haben, zwar so nieder, dass ich kaum aufrecht darin sitzen konnte. Mein Bette war von dürrem Laub und Gras und ebenso groß als die Hütte selbst, so dass ich nicht weiß, ob ich dergleichen Wohnung oder Höhlen eine bedeckte Lägerstadt oder eine Hütte nennen soll. Ende von Kapitel 9, Buch 1 Zehntes Kapitel Simplex lernt wunderlich Lesen und Schreiben, will auch beim Einsiedel willig verbleiben. Als ich das erste Mal den Einsiedel in der Bibel lesen sahe, konnte ich mir nicht einbilden, mit wem er doch ein solch heimlich und meinem Bedünken nach sehr ernstlich Gespräch haben müsste. Ich sahe wohl die Bewegung seiner Lippen, hörte auch das Gebrummel, hingegen aber sahe und hörte ich niemand, mit dem er redete und obzwar ich nichts von Lesen und Schreiben gewußt, so merkte ich doch an seinen Augen, dass er es mit etwas in selbigem Buch zu tun hatte. Ich gab Achtung auf das Buch und nachdem er solches beigelegt, machte ich mich dahinter, schlug's auf und bekam im ersten Griff das erste Kapitel des Hiobs und die davorstehende Figur, so ein feiner Holzschnitt und schön illuminierend war, in die Augen. Ich fragte dieselbe Gebilder seltsame und meinem simplen Verstand nach ganz ungereimte Sachen. Weil mir aber keine Antwort widerfahren wollte, ward ich ungeduldig und sagte, eben als der Einsiedel hinter mich schlich, Ihr kleine Hudler, habt Ihr dann keine Mäuler mehr? Habt Ihr nicht allererst mit meinem Vater, dann also mußte ich den Einsiedel nennen, lang genug schwätzen können? Ich sehe wohl, daß Ihr auch dem armen Knän seine Schafe heimtreibet und das Haus angezündet habet. Halt, halt, ich will dies Feuer noch wohl löschen und Euch Einhalt tun, daß es nicht weiter Schaden tue. Damit stund ich auf, Wasser zu holen, weil mich die Not vorhanden zu sein bedünkte. Wohin, Simplizzi? fragte der Einsiedel, den ich hinter mir nicht wußte. Ei, Vater, sagte ich, da sind auch Krieger, die haben Schafe und wollen sie wegtreiben, sie haben's dem armen Mann genommen, mit dem Du erst geredet hast. So brennet auch sein Haus schon Lichterlohe und wann ich nicht bald lösche, so wird's verbrennen. Mit diesen Worten zeigte ich ihm mit dem Finger, was ich sahe. Bleibe nur, sagte der Einsiedel, es ist noch keine Gefahr vorhanden. Ich antwortete meiner Höflichkeit nach, bist Du dann blind, wäre Du, daß sie die Schafe nicht forttreiben, so will ich Wasser holen. Ei, sagte der Einsiedel, diese Bilder leben nicht, sie seint nur gemacht, uns vor längst geschehene Dinge vor Augen zu stellen. Ich antwortete, Du hast ja erst mit ihnen geredet, warum wollten sie dann nicht leben? Der Einsiedel mußte, wider seinen Willen und Gewohnheit, über diese meine kindische Einfalt und einfältige Kindheit lachen und sagte, Liebes Kind, diese Bilder können nicht reden. Was aber ihr Tun und Wesen sei, kann ich aus diesen schwarzen Linien sehen, welches man lesen nennet. Und wann ich der Gestalt lese, so hältest Du davor, ich rede mit den Bildern, so aber nichts ist. Ich antwortete, wann ich ein Mensch bin wie Du, so müßte ich auch an den schwarzen Zeilen können sehen, was Du kannst. Wie soll ich mich in Dein Gespräch richten? Lieber Vater, bericht mich doch eigentlich, wie ich die Sache verstehen solle. Darauf sagte er, Nun wohl an, mein Sohn, ich will Dich lehren, daß Du sowohl als ich mit diesen Bildern wirst reden und was sie bedeuten, wirst verstehen können. Allein es wird Zeit brauchen, in welcher ich Geduld und Du Fleiß anzulegen. Demnach schrieb er mir ein Alphabet auf Birkenerinden nach dem Druck formiert und als ich die Buchstaben kannte, lernete ich buchstabieren, folgens lesen und endlich besser schreiben, als es der Einsiedel selbst konnte, weil ich alles dem Druck nachmalete. Ende von Kapitel 10 Buch 1 Simplex erzählet Speis, Hausrat und Sachen, die der Mensch ihm zu nutzen kann machen. Zwei Jahre ungefähr, nämlich bis der Einsiedel gestorben und etwas länger als ein halbes Jahr nach dessen Tod bin ich in diesem Wald verblieben. Derohalben siehet mich vor gut an, dem kuriosen Leser, der oft auch das geringste wissen will, unser Tun, Handel und Wandel und wie wir unser Leben durchgebracht zu erzählen. Unsere Speise war allerhand Gartengewächs, Rüben, Kraut, Bohnen, Erbsen, Linsen, Hirsch und dergleichen. Wir verschmähten auch keine Buchen, wilde Äpfel, Birn, Kirschen, ja die Eicheln machte uns der Hunger oft angenehm. Das Brot oder besser zu sagen unsere Kuchen buken wir in heißer Asche aus zerstoßenem Wälschen Korn. Im Winter fingen wir Vögel mit Sprinkeln und Stricken, im Frühling und Sommer aber bescherte uns Gott Junge aus den Nestern. Wir behalven uns oft mit Schnecken und Fröschen, so war uns auch mit Reusen und Anglen das Fischen nicht zuwider, in dem unweit von unserer Wohnung ein Fisch und krebsreicher Bach hinfloss, welcher alles unser Grobgemüse hinunterkonvoyieren mußte. Wir hatten auf eine Zeit ein junges wildes Schweinlein aufgefangen, welches wir in einen Pferch versperret, mit Eicheln und Buchen auferzogen, gemästet und endlich verzehret, weil mein Einsiedel wußte, dass solches keine Sünde sein könnte, wann man genießet, was Gott dem ganzen menschlichen Geschlecht zu solchem End erschaffen. Salz brauchten wir wenig und von Gewürz gar nichts, dann wir dürften die Lust zum Trunk nicht erwecken, weil wir keinen Keller hatten. Die Notdurft an Salz gab uns ein Pfarrer, der ungefähr dreimal wegs von uns wohnete, von welchem ich noch viel zu sagen habe. Unsern Hausrat betreffende, dessen war genug vorhanden, denn wir hatten eine Schaufel, eine Haue, eine Axt, ein Beil und einen eisernen Hafen zum Kochen, welches zwar nicht unser Eigen, sondern von obgemeldtem Pfarrer entlehnet war. Jeder hatte ein abgenütztes, stumpfes Messer, selbige waren unser Eigentum und sonst nichts. Ferner bedorften wir auch weder Schüsseln, Teller, Löffel, Gabeln, Kessel, Pfannen, Rost, Bratspieß, Salzbüchs, noch Andertisch und Küchengeschirr, dann unser Hafen war zugleich unsere Schüssel und unsere Hände waren auch unsere Gabeln und Löffel. Wollten wir aber trinken, so geschahe es durch ein Rohr aus dem Brunnen, oder wir hingen das Maul hinein wie Gideons Kriegsleute. Von allerhand Gewand, Wolle, Seiden, Baumwolle und Leinen, beides zu Betten, Tischen und Tapezereien hatten wir nichts, als was wir auf dem Leib trugen, weil wir vor uns genug zu haben schätzten, wann wir uns vor Regen und Frost beschützen konnten. Sonsten hielten wir in unserer Haushaltung keine gewisse Regul oder Ordnung, außerhalb an Sonn- und Feiertagen, an welchen wir schon um Mitternacht hinzugehen anfingen, damit wir noch früher genug ohnmännliches vermerken, in obgemältem Pfarrherrnkirche, die etwas vom Dorf abgelegen war, kommen und dem Gottesdienst abwarten können. In derselben verfügten wir uns auf die zerbrochene Orgel, an welchem Ort wir sowohl auf den Altar als zu der Kanzel sehen konnten. Als ich das erste Mal den Pfarrherrn auf dieselbige Steigen sahe, fragte ich meinen Einsiedel, was er doch in demselben großen Zuber machen wollte. Nach verrichtetem Gottesdienst aber gingen wir ebenso verstohlen wie daheim, als wir hinkommen waren, und nachdem wir mit müdem Leib und Füßen zu unserer Wohnung kamen, aßen wir mit guten Zähnen übel, als dann brachte der Einsiedel die übrige Zeit zu mit Beten und mich in gottseligen Dingen zu unterrichten. An den Werktägen täten wir, was am nötigsten zu tun war, je nachdem sich's fügte und solches die Zeit des Jahres und unsere Gelegenheit erforderte. Einmal arbeiteten wir im Garten, das andermal suchten wir den feisten Grund, an schattigen Orten und aus hohlen Bäumen zusammen unseren Garten anstatt der Tung damit zu bessern. Bald flochten wir Körbe oder Fischreußen oder machten Brennholz, fischten oder täten ja so etwas wieder den Müßiggang. Unter allen diesen Geschäften ließ der Einsiedel nicht ab, mich in allem Guten getreulichst zu unterweisen. Unterdessen lernete ich in solchem harten Leben Hunger, Durst, Hitze, Kälte und große Arbeit, ja alles Ungemach überstehen und zuvorderst auch Gott erkennen und wie man ihm Rechtschaffen dienen sollte, welches das vornehmste war. Zwar wollte mich mein getreuer Einsiedel ein Mehreres nicht wissen lassen, dann erhielte davor, es sei einem Christen genug, zu seinem Ziel und Zweck zu gelangen, wann er nur fleißig bete und arbeite, dahero es kommen, obzwar ich in geistlichen Sachen ziemlich berichtet ward, mein Christentum wohl verstund und die deutsche Sprache so schön redete, als wann sie die Orthographia selbst ausspräche, daß ich dann noch der Einfältigste verblieb, gestalten ich, wie ich den Wald verlassen, ein solcher elender Tropf in die Welt war, daß man keinen Hund mit mir aus dem Ofen hätte locken können. Ende von Kapitel 11 Buch 1 Abschnitt 5 von Der Abenteuerliche Simplicissimus Teil 1 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Christian. Der Abenteuerliche Simplicissimus Teil 1 von Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen Abschnitt 5 Erstes Buch Kapitel 12 bis 14 Kapitel 12 Simplex merkt eine Art, selig zu sterben, eine Begräbnis auch leicht zu erwerben. Zwei Jahre ungefähr hatte ich zugebracht und das harte eremitische Leben kaum gewohnet, als mein bester Freund auf Erden seine Haue nahm, mir aber die Schaufel gab und mich seiner täglichen Gewohnheit nach an der Hand in unseren Garten führete, da wir unser Gebet zu verrichten pflegten. Nun, Simplici, liebes Kind, sagte er, dieweil Gottlob die Zeit vorhanden, da ich aus dieser Welt scheiden, die Schuld der Natur bezahlen und dich in dieser Welt hinter mir verlassen solle, zumal in deines Lebens künftige Begegnissen beiläuftig sehe und wohl weiß, dass du in dieser Einöde nicht lang verharren wirst, so habe ich dich auf dem angetretenen Weg der Tugend stärken und dir einzige Lehren zum Unterricht geben wollen, vermittelst deren du, als nach einer unfehlbaren Richtschnur, zur ewigen Seligkeit zu gelangen, dein Leben anstellen sollest, damit du mit allen Heiligen Auserwählten das Angesicht Gottes in jenem Leben ewiglich anzuschauen gewürdiget werdest. Diese Wort setzten meine Augen ins Wasser, wie hiebevor des Feindes Erfindung die Stadt Willingen. Einmal sie waren mir so unerträglich, dass ich sie nicht ertragen konnte. Doch sagte ich, herzliebster Vater, willst du mich denn allein in diesem wilden Wald verlassen? Soll dann, mehrers vermochte ich nicht herauszubringen, denn meines Herzens Qual ward aus überflüssiger Lieb, die ich zu meinem getreuen Vater trug, all so heftig, dass ich gleichsam wie tot zu seinen Füßen niedersank. Er hingegen richtete mich wieder auf, tröstete mich, so gutes Zeit und Gelegenheit zuließ, und verwiese mir, gleichsam fragend, meinen Fehler, ob ich nämlich der Ordnung des Allerhöchsten widerstreben wollte. Weißt du nicht, sagte er weiters, dass solches weder Himmel noch Hölle zu tun vermügen? Nicht also, mein Sohn, was unterstehst du dich meinem schwachen Leib, welcher vor sich selbst der Ruhe begierig ist, aufzubürden? Vermeinest du mich zu nötigen, länger in diesem Jammertal zu leben? Ach nein, mein Sohn, laß mich fahren, sinte mal du mich, ohne das, weder mit Heulen, noch viel weniger mit meinem Willen, länger in diesem Elend zu verharren, wirst zwingen können, indem ich durch Gottes ausdrücklichen Willen daraus gefordert werde, welchem göttlichen Befehl ich auch, mit allen Freuden nachzukommen, mich itzo bereite. Folge anstatt deines unnützen Geschreis meinen letzten Worten, welche seint, dass du dich je länger, je mehr selbst erkennen sollest. Und wann gleich du so alt als Methusalem würdest, so laß solche Übung nicht aus dem Herzen. Denn daß die meiste Menschen verdammt werden, ist die Ursache, dass sie nicht gewußt haben, was sie gewesen und was sie werden können oder werden müssen. Weiters riete er mir getreulich, ich sollte mich jederzeit vor böser Gesellschaft hüten, dann derselben Schädlichkeit wäre unaussprechlich. Er gab mir dessen ein Exempel und sagte, Wann du einen Tropfen Malvasir in ein Geschirr voll Essig schüttest, so wird er alsbald zu Essig. Wirst du aber so viel Essig in Malvasir gießen, so wird er auch unter dem Malvasir hingehen. Liebster Sohn, sagte er, vor allen Dingen bleib standhaftig. Lasse dich die Kreuzeshitze von deinem angefangenen löblichen Werk nicht abwendig machen, denn wer verharret bis ans Ende, der wird selig. Geschieht's aber wieder, mein Verhoffen, daß du aus menschlicher Schwachheit fällst, so bleibe ja nicht boshaftigerweise in deinen Sünden stecken, sondern stehe durch eine rechtschaffende Buße geschwind wieder auf. Dieser sorgfältige, fromme Mann hielt mir allein dies wenige vor, nicht zwar, als hätte er nichts mehrers gewußt, sondern darum, weil ich ihn erstlich meiner Jugend wegen nicht fähig genug zu sein bedünkte, ein mehrers in solchem Zustand zu fassen, und dann, weil wenig Worte besser als ein langes Geplauder im Gedächtnis zu behalten seint, und wann sie anders Saft und Nachdruck haben, durch das Nachdenken größer Nutzen schaffen als ein langer Sermon, den man ausdrücklich verstanden hat und bald wieder zu vergessen pflegt. Diese drei Stücke, sich selbst erkennen, böse Gesellschaft meiden und beständig verbleiben, hat dieser fromme Mann ohne Zweifel deswegen vor gut und nötig geachtet, weil er solches Selbsten praktizieret, und daß es ihm dabei nicht misslungen ist, dann, nachdem er sich selbst erkannt, hat er nicht allein böse Gesellschaften, sondern auch die ganze Welt geflohen, ist auch in solchem Vorsatz bis an das Ende verharret, an welchem Ohnzweifel die Seligkeit hänget, welcher Gestalt aber folget hernach. Nachdem er mir nun obige Stück vorgehalten, hat er mit seiner Reithaue angefangen, sein eigenes Grab zu machen. Ich half, so gut ich konnte, wie er mir befahl, und bildete mir doch dasjenige nicht ein, worauf es angesehen war. Indessen sagte er, »Mein lieber und wahrer einziger Sohn, dann ich habe sonst keine Kreatur als dich zu Ehren unsers Schöpfers erzeuget. Wann meine Seele an ihren Ort gegangen ist, so leiste meinem Leib deine Schuldigkeit und die letzte Ehre, scharre mich mit derjenigen Erde wieder zu, die wir an Jezo aus dieser Grube gegraben haben.« Darauf nahm er mich in seine Arme und druckte mich küssend viel härter an seine Brust, als einem Mann, wie er zu sein schiene, hätte möglich sein können. »Liebes Kind«, sagte er, »ich befehle dich in Gottes Schutz und sterbe um so viel desto fröhlicher, weil ich hoffe, er werde dich darin aufnehmen.« Ich hingegen konnte nichts anders als klagen und heulen. Ich hing mich an seine Ketten, die er am Hals trug, und vermeinte, ihn damit zu halten, damit er mir nicht entgehen sollte. Er aber sagte, »Mein Sohn, lass mich, dass ich sehe, ob mir das Grab lang genug sei.« Legte demnach die Ketten ab, samt dem Oberrock, und begab sich in das Grab, gleichsam wie einer, der sich sonst schlafenlegen will, sprechende, »Ach, großer Gott, nun nimm wieder hin die Seele, die du mir gegeben. Herr, in deine Hände befehle ich meinen Geist, etc.« Hierauf beschloß er seine Lippen und Augen sänftiglich. Ich aber stund da wie ein Stockfisch und meinte nicht, daß seine liebe Seele den Leib gar verlassen haben sollte, dieweil ich ihn öfters in dergleichen Verzuckungen gesehen hatte. Ich verharrete, wie meine Gewohnheit in dergleichen Begebenheiten war, etliche Stunden neben dem Grab im Gebet. Als sich aber mein allerliebster Einsiedel nicht mehr aufrichten wollte, stieg ich zu ihm ins Grab hinunter und fing an, ihn zu schütteln, zu küssen und zu liebeln, aber da war kein Leben mehr, weil der grimmige, unerbittliche Tod den armen Simplicium seiner holden Beiwohnung beraubet hatte. Ich begoss, oder, besser zu sagen, ich balsamierte den entseelten Körper mit meinen Zähren, und nachdem ich lang mit jämmerlichem Geschrei hin und her geloffen und mich mit Haarausraufen übel gebärdet, fing ich an, ihn mit mehr Seufzen als Schaufeln voller Grund zuzuscharren. Und wann ich kaum sein Angesicht bedeckt hatte, stieg ich wieder hinunter, entblößte es wieder, damit ich's noch einmal sehen und küssen möchte. Solches trieb ich den ganzen Tag, bis ich fertig worden und auf diese Weise die Funeralia, Exequias und Luctus Gladiatoris allein geendet, weil ohn das weder Baare, Sarg, Decke, Lichter, Totenträger noch Geleitsleute und auch keine Klerisei vorhanden gewesen, die den Toten besungen hätte. Kapitel 13 Simplex will seine Einöde verlassen, pflegt doch bald, andere Gedanken zu fassen. Über etliche Tage nach meines so werten und herzlieben Einsiedels ableiben verfügte ich mich zu obgemältem Pfarrer und offenbarte ihm meines Herrn Tod, begehrte benebens trat von ihm, wie ich mich bei so gestalter Sache verhalten sollte. Unangesehen er mir nun stark widerraten, länger im Wald zu verbleiben und mir die augenscheinliche Gefahr, darinnen ich schwebte, vorhielte, so bin ich jedoch tapfer in meines Vorgängers Fußstapfen getreten, maßen ich den ganzen Sommer hindurch tät, was ein frommer Monakus tun soll. Aber gleich wie die Zeit alles ändert, also ringert sich auch nach und nach das Leid, so ich um meinen Einsiedel trug, und die äußerliche scharfe Winterskälte löschte die innerliche Hitze meines steifen Vorsatzes zugleich aus. Je mehr ich anfing zu wanken, je träger wart ich in meinem Gebet, weil ich, anstatt göttliche und himmlische Dinge zu betrachten, mich die Begierde, die Welt auch zu beschauen, überherrschen ließ, und als ich der Gestalt nichts Nutz wurde, im Wald länger gut zu tun, gedachte ich wieder zu gedachtem Pfarrer zu gehen, zu vernehmen, ob er mir nach wie zuvor aus dem Wald raten wollte. Zu solchem Ende machte ich mich seinem Dorf zu, und als ich hinkam, fand ich's in voller Flamme stehen, denn es eben eine Partei Reuter ausgeplündert, angezündet, teils Bauern niedergemacht, viel verjaget und etliche gefangen hatten, darunter auch der Pfarrer selbst war. Ach Gott, wie ist das menschliche Leben so viel Mühe und Widerwärtigkeit! Kaum hat ein Unglück aufgehöret, so stecken wir schon in einem anderen. Mich verwundert nicht, dass der heidnische Philosophus Timon zu Athen viel Galgen aufrichtete, darin sich die Menschen selber aufknüpfen und also ihrem elenden Leben durch eine kurze Grausamkeit ein Ende machen sollten. Die Reuter waren eben wegfertig und führten den Pfarrer wie einen armen Sünder an dem Strick daher. Unterschiedliche schrien, »Schieß die Schelmen nieder!« Andere aber wollten Geld von ihm haben. Er aber hub die Hände auf und bat um des jüngsten Gerichts willen um Verschonung und christliche Barmherzigkeit. Aber umsonst, dann einer ritte ihn übern Haufen und versetzte ihm zugleich einen Paragraphum über den Kopf, dass der rote Saft danach ging und er im Fallen alle vier von sich streckte und Gott seine Seele befahl. Den anderen noch übrigen gefangenen Bauern ging's gar nicht besser. Da es nun sah, als ob diese Reuter in ihrer tyrannischen Grausamkeit ganz unsinnig worden wären, kam ein solcher Schwarm bewährter Bauern aus dem Wald, als wenn man in ein Wespennest gestochen hätte. Die fingen an, so gräulich zu schreien, so grimmig da reinzusetzen und darauf zu schießen, daß mir alle haargen Berg stunden, weil ich noch niemals bei dergleichen Kürbe gewesen, dann die Spessater und Vogelsberger Bauern lassen sich fürwahr so wenig als die Hessen, Sauerländer und Schwarzwälder auf ihrem Mist foppen. Davon rissen die Reuter aus und ließen nicht allein das eroberte Rindvieh zurück, sondern warfen auch Sack und Pack von sich, schlugen also ihre ganze Beute in Wind, damit sie nicht selbst den Bauern zur Beute würden. Doch kamen ihnen teils in die Hände, mit denen sie leidenübel umgingen. Diese Kurzweile benahm mir beinahe die Lust, mich aus meiner Einöde zu begeben und die Welt zu beschauen, da nicht gedachte, wenn es so darin hergeht, so ist die Wildnuss weit anmutiger. Doch wollte ich auch hören, was der Pfarrer dazu sagte. Derselbe war wegen empfangener Wunden und Stöße ganz matt, schwach und kraftlos. Doch hielt er mir vor, daß er mir weder zu helfen noch zu raten wisse, weil er damalig selbst in einen solchen Stand geraten wäre, in welchem er besorglich das Brot am Bettelstab suchen müßte, und wann gleich ich noch länger im Wald verbleiben würde, so hätte ich mich seiner Hilfleistung nichts zu getrösten, weil, wie ich vor Augen sähe, beides, seine Kirche und Pfarrhof, im Feuer stünde. Hiermit verfügte ich mich ganz traurig gegen den Wald zu meiner Wohnung, und demnach ich auf dieser Reis sehr wenig getröstet, hingegen aber um viel andächtiger worden, beschloss ich bei mir, die Wildnis nimmermehr zu verlassen, sondern mein Leben gleich einem Einsiedel in Betrachtung göttlicher Dinge zu beschließen, maßen ich schon nachgedachte, ob nicht möglich wäre, daß ich ohne Salz, so mir bisher der Pfarrer mitgeteilt hatte, leben und also aller Menschen entbehren könnte. Simplex erzählt mit Entsetzen und Grausen, wie die Soldaten mit fünf Bauern hausen. Damit ich aber diesem meinem Entschluß nachkommen und ein rechter Waldbruder sein möchte, zog ich meines Einsiedlers hinterlassen Herrenhemd an und gürtete seine Kette darüber, nichts war, als hätte ich sie bedürft, mein unbändig Fleisch zu mortifizieren, sondern damit ich meinem Vorfahren sowohl im Leben als im Habit gleichen, mich auch durch solche Kleidung desto besser vor der rauen Winterskälte beschützen möchte. Den anderen Tag, nachdem obgemältes Dorf geplündert und verbrannt worden, als ich eben in meiner Hütte saß und zugleich neben dem Gebet gelbe Rüben zu meinem Aufenthalt im Feuerbriet, umringten mich bei vierzig oder fünfzig Musketierer. Diese, ob zwar sie ob meiner Person Seltsamkeit erstauneten, so durchstürmten sie doch meine Hütte, durchstankerten alles auf das Genaueste und suchten, was da nicht zu finden war, denn nichts als Bücher hatte ich, die sie mir durcheinandergeworfen, weil sie ihnen nichts taugten. Endlich, als sie mich besser betrachteten und an meinen Federn sahen, was für einen schlechten Vogel sie gefangen hatten, konnten sie leicht die Rechnung machen, dass bei mir eine schlechte Beute zu hoffen. Demnach verwunderten sie sich über mein hartes und sehr strenges Leben und hatten mit meiner zarten Jugend ein großes Mitleiden, sonderlich der Offizier, so sie kommandierte. Ja, er ehrte mich und begehrte gleichsam bittend, ich wollte ihm und den Seinigen den Weg wieder aus dem Wald weisen, in welchem sie schon lang und in der Irre herumgegangen wären. Ich widerte mich ganz nicht, sondern, damit ich dieser unfreundlichen Gäste nur desto eher wieder loswerden möchte, führte sie den nächsten Weg gegen dem Dorf zu, allwo der obgemälte Pfarrer so übel traktiert worden, dieweil ich sonst keinen anderen Weg wußte. Ehe wir aber vor den Wald kamen, sahen wir ungefähr einen Bauern oder Zehen, deren ein Teil mit Feuerrohren bewährt, die übrigen aber geschäftig waren, etwas einzugraben. Die Musketierer gingen auf sie los und schrien, Halt! Halt! Jene aber antworteten mit Rohren. Und wie sie sahen, dass sie von den Soldaten übermannet waren, lief einer da, der ander dort hinaus, also, dass die müden Musketier keinen von ihnen ereilen konnten. Derowegen wollten sie wieder herausgraben, was die Bauern eingescharret. Das schickte sich um so viel desto besser, weil sie die Hauen und Schaufeln, so sie gebraucht, liegen ließen. Sie hatten aber wenig Streiche getan, da höreten sie eine Stimme von unten herauf, die sagte, »O, ihr leichtfertige Schelmen! O, ihr Erzbösewichter! O, ihr verfluchte Lauren! Vermeinet ihr wohl, daß der Himmel eure unchristliche Grausamkeit und Bubenstücke ungestraft hingehen lassen werde? Nein, es lebet noch mancher redlicher Kerl, durch welche eure Unmenschlichkeit dermaßen vergolten werden soll, daß euch keiner von euren Nebenmenschen mehr den Hintern lecken dürfe!« Hierüber sahen die Soldaten einander an, weil sie nicht wußten, was sie tun sollten. Etliche vermeinten, sie hörten ein Gespenst. Ich aber gedachte, es träume mir. Ihr Offizier hieß tapfer zu graben. Sie kamen gleich auf ein Faß, schlugen's auf und fanden einen Kerl darin, der weder Nasen noch Ohren mehr hatte und gleichwohl noch lebte. Sobald sich derselbe ein wenig ermunterte und vom Haufen etliche kannte, erzählete er, was maßen die Bauern den vorigen Tag als einzige seines Regiments auf Fütterung angewiesen, ihrer sechs gefangen bekommen, davon sie allererst vor einer Stunde fünfe, so hintereinander stehen müssen, totgeschossen, und weil die Kugel ihn, weil er der sechste und letzte gewesen, nicht erlanget, indem sie schon zuvor durch fünf Körper gedrungen, hätten sie ihm Nasen und Ohren abgeschnitten, zuvor aber gezwungen, daß er ihrer fünfen, Salva Venia, den Hintern lecken müssen. Als er sich nun von den er- und gottvergessenen Schelmen sogar geschmäht gesehen, hätte er ihnen, wiewohl sie ihn mit dem Leben davonlassen wollten, die allerunnützesten Worte gegeben, die er erdenken mögen, und sie alle drei bei ihrem rechten Namen genennet, der Hoffnung, es würde ihm etwan einer aus Ungeduld eine Kugel schenken. Aber vergebens, sondern, nachdem er sie verbittert gemacht, hätten sie ihn in gegenwärtig Fass gesteckt und also lebendig begraben, sprechend, weil er des Todes so eiferig begehre, wollten sie ihm zum Possen hierin nicht willfahren. Indem dieser seinen überstandenen Jammer also klagte, kam eine andere Partei Soldaten zu Fuß über Zwerchs den Wald herauf. Die hatten obgedachte Bauern angetroffen, fünf davon gefangen bekommen und die übrigen totgeschossen. Unter den Gefangenen waren vier, denen der übel zugerichtete Reuter kurz zuvor so schändlich zu Willen sein müssen. Als nun beide Parteien aus dem Anschreien einander erkannten, einerlei Volk zu sein, traten sie zusammen und vernahmen wiederum vom Reuter selbst, was sich mit ihm und seinen Kameraden zugetragen. Da sollte man seinen blauen Wunder gesehen haben, wie die Bauern getrillt und geschurigelt wurden. Etliche wollten sie gleich in der ersten Furie totschießen, andere aber sagten, nein, man muß die leichtfertigen Vögel zuvor rechtschaffen quälen und ihnen eintränken was sie an diesem Reuter verdienet haben. Indessen bekamen sie mit den Musketen so treffliche Rippstöße, dass sie hätten Blut speien mögen. Zuletzt trat ein Soldat hervor und sagte, ihr Herren, dieweil es der ganzen Soldateska eine Schande ist, dass diesen Schurken, deutet damit auf den Reuter, fünf Bauern so gräulich getrillt haben, so ist billig, dass wir solchen Schandflecken wieder auslöschen und diese Schelmen den Reuter wieder hundertmal lecken lassen. Hingegen sagte ein anderer, dieser Kerl ist nicht wert, dass ihm solche Ehre widerfahre, dann wäre er kein Bernhäuter gewesen, so hätte er allen redlichen Soldaten zu Spott diese schändliche Arbeit nicht verrichtet, sondern wäre tausendmal lieber gestorben. Endlich ward einhellig beschlossen, daß ein jeder von den saubergemachten Bauern solches an zehen Soldaten also wettmachen und zu jedem Mal sagen sollte, hiermit lösche ich wieder aus und wische ab die Schande, die sich die Soldaten einbilden empfangen zu haben, als uns ein Bernhäuter hinten leckte. Nachgehens wollten sie sich erst resolvieren, was sie mit den Bauern weiters anfahren sollten, wann sie diese saubere Arbeit würden verrichtet haben. Hierauf schritten sie zur Sache, aber die Bauern waren so halsstarrig, daß sie weder durch Verheißung, sie mit dem Leben davonzulassen, noch durch einzigerlei Martha hierzu gezwungen werden konnten. Einer führete den fünften Bauer, der nicht geleckt worden war, etwas beiseits und sagte zu ihm, Wann du Gott und alle seine Heiligen verleugnen will, so werde ich dich laufen lassen, wohin du begehrest. Hierauf antwortete der Bau, er hätte sein Lebtage nichts auf die Heilige gehalten und auch bisher noch geringe Kundschaft mit Gott selbst gehabt, schwur auch darauf, so Lenniter, daß er Gott nicht kenne und kein Teil an seinem Reich zu haben begehre. Hierauf jagte ihm der Soldat eine Kugel an die Stirn, welche aber so viel effektuiert, als wann sie an einen stählernen Berg gegangen wäre. Darauf zuckte er seine plaute und sagte, Holla, bist du der Haar? Ich habe versprochen, dich laufen zu lassen, wohin du begehrest. Siehe, so schicke ich dich nun ins höllische Reich, weil du nicht den Himmel willst, und spaltete ihm damit den Kopf bis auf die Zähne voneinander. Als er dorthin fiel, sagte der Soldat, so muß man sich rächen und diese lose Schelmen zeitlich und ewig strafen. Indessen hatten die anderen Soldaten die übrigen vier Bauern so geleckt waren worden auch unterhanden. Die banden sie über einen umgefallenen Baum mit Händen und Füßen zusammen so artlich, daß sie den Hintern gerade in die Höhe kehrten, und nachdem sie ihnen die Hosen abgezogen, nahmen sie etliche Klafter Lunden, machten Knöpfe daran und fielten ihnen so unsauberlich durch solchen hindurch, daß der rote Saft hernach ging. Also, sagten sie, muß man euch Schelmen den gereinigten Hindern auströcknen. Die Bauern schrien zwar jämmerlich, aber es war kein Erbarmen, sondern den Soldaten nur eine Kurzweil, denn sie höreten nicht auf zu sägen, bis Haut und Fleisch ganz auf das Bein hinweg war. Mich aber ließen sie wieder nach meiner Hütte gehen, weil die letzt gemählte Partei den Weg wohl wußte. Also kann ich nicht wissen, was sie endlich mit den Bauern vollends angestellet haben. Ende von Kapitel 14 Buch 1 Das Fünfzehnte Kapitel Simplex wird von den Soldaten spoliert, ihm beträumt, wie es im Krieg betrieben wird. Als ich wieder heimkam, befand ich, daß mein Feuerzeug und ganzer Hausrat samt allem Vorrat an meinem armseligen Essensspeisen, die ich den Sommer hindurch in meinem Garten erzogen und auf künftigen Winter vor mein Maul ersparet hatte, miteinander fort war. Wo nun hinaus gedacht ich? Damals lernete mich die Not erst recht beten. Ich gebot aller meiner wenigen Witz zusammen zu Ratschlagen, was mir zu tun oder zu lassen sein möchte. Gleich wie aber meine Erfahrenheit schlecht und gering war, als konnte ich auch nichts Rechtschaffendes schließen, das Beste war, dass ich mich Gott befahl und mein Vertrauen allein auf ihn zu setzen wusste, sonst hätte ich ohne Zweifel desperieren und zugrunde gehen müssen. Über das lagen mir die Sachen mit dem verwundeten Pfarrer und denen fünf so erbärmlich gefiedelten Bauern, so ich denselben Tag gehöret und gesehen ohne Unterlass im Sinn. Ich dachte nicht so viel um Essensspeise und meiner Erhaltung nach als derjenigen Antipathier, die sich zwischen Soldaten und Bauern enthält. Doch konnte meine Alberkeit nichts ersinnen, als so nicht einerlei Geschlechts von Adam her, sondern wilde und zahme wären, wie andere unvernünftige Tiere, weil sie einander so grausam verfolgen. In solchen Gedanken entschlief ich vor Unmut und Kälte mit einem hungrigen Magen. Da dünkte mich gleich wie in einem Traum, als wann sich alle Bäume, die um meine Wohnung stunden, gählig veränderten und ein ganz anderer Ansehen gewinnen. Auf jedem Gipfel saß ein Kavalier und alle Äste wurden anstatt der Blätter mit allerhand Kerlen geziert. Von solchen hatten etliche lange Spieße, andere Musketen, kurze Gewehr, Partisanen, Fähnlein, auch Trommeln und Pfeifen. Dies war lustig anzusehen, weil alles so ordentlich und fein gradweißig aneinander teilete. Die Wurzel aber war von ungültigen Leuten, als Handwerkern, Taglöhnern, mehrenthalts Bauern und dergleichen, welche nichtsdestoweniger dem Baum seine Kraft verliehen und wieder von neuem mitteilten, wann er solche zu Zeiten verlor. Ja, sie ersetzten den Mangel der abgefallenen Blätter aus den ihrigen zu ihrem eigenen noch größeren Verderben. Benebens seufzeten sie über diejenige, so auf dem Baum saßen, und zwar nicht unbillig, dann die ganze Last des Baums lag auf ihnen und druckte sie dermaßen, dass ihnen alles Geld aus dem Beutel, ja hinter sieben Schlössern herfür ging. Wann es aber nicht herfür wollte, so striegelten sie die Kommissarie mit Besemen, die man militarische Exekution nennet, die ihnen die Seufzer aus den Herzen, die Tränen aus den Augen, das Blut aus den Nägeln und das Mark aus den Beinen heraus gingen. Noch dannoch waren Leute unter ihnen, die man Fatzvögel nannte. Diese bekümmerten sich wenig, nahmen alles auf die leichte Achsel und hatten in ihrem Kreuz anstatt des Trostes allerhand Gespei. Das sechzehnte Kapitel Simplex träumt ferner vom kriegerischen Leben, das man geringe nicht pflegt zu erheben. Also mussten sich die Wurzeln dieser Bäume in lauter Mühseligkeit und lamentieren, diejenige aber auf den untersten Ästen in viel größrer Mühe, Arbeit und Ungemach gedulden und durchbringen, doch waren diese jeweils lustiger als jene, daneben aber auch trotzig, tyrannisch, mehrenteils gottlos und der Wurzel jederzeit eine schwere unerträgliche Last. Um sie stund dieser Reim. Hunger und Durst auch Hitz und Kält, Arbeit und Armut wie es fällt, Gewalttat Ungerechtigkeit treiben wir Landsknecht alle Zeit. Diese Reimen waren umso viel desto weniger erlogen, weil sie mit ihren Werken übereinstimmten. Denn Fressen und Saufen, Hunger und Durst leiden, Huren und Buben, Rasslen und Spielen, Schlemmen und Dämmen, Morden und wieder ermordet werden, Totschlagen und wieder zu Tod geschlagen werden, Tribulieren und wieder gedrillt werden, Jagen und wieder gejaget werden, Ängstigen und wieder geängstiget werden, Rauben und wieder beraubt werden, Plündern und wieder geplündert werden, Sich fürchten und wieder gefürchtet werden, Jammer anstellen und wieder jämmerlich leiden, Schlagen und wieder geschlagen werden und in Summa nur verderben und beschädigen und hiergegen wieder verderbt und beschädiget werden, da ihr ganzes Tun und Wesen, woran sie sich weder Winter noch Sommer, weder Schnee noch Eis, weder Hitze noch Kälte, weder Regen noch Wind, weder Berg noch Tal, weder Felder noch Morast, weder Gräben, Pässe, Meer, Mauren, Wasser, Feuer noch Welle, weder Vater noch Mutter, Brüder und Schwestern, weder Gefahr ihrer eigenen Leiber, Seelen und Gewissen, ja weder Verlust des Lebens noch des Himmels oder sonst einzig ander Ding, wie das Namen haben mag, verhindern ließen, sondern sie weberten in ihren Werken immer emsig fort, bis sie endlich nach und nach in Schlachten, Belägerungen, Stürmen, Feldzügen und in den Quartieren selbst, so doch der Soldaten irdische Paradeis sind, sonderlich, wenn sie fette Bauren antreffen, umkamen, starben, verdarben und krepierten, bis auf etliche wenige, die in ihrem Alter, wann sie nicht wacker geschunden und gestohlen hatten, die allerbest Bettler und Landstürzer abgaben. Zunächst über diesen mühseligen Leuten saßen so alte Hühnerfänger, die sich etliche Jahre mit höchster Gefahr auf den untersten Ästen beholfen, durchgebissen und das Glück gehabt hatten, dem Tod bis dahin zu entlaufen. Diese sahen ernstlich und etwas reputierlicher aus als die unterste, weil sie um einen Gradum hinaufgestiegen waren. Aber über ihnen befanden sich noch höhere, welche auch höhere Einbildungen hatten, weil sie die unterste zu kommandieren, diese nannte man Wammesklopfer, weil sie den Pikenierern mit ihren Prügeln und hellen Potsmater den Rücken sowohl als den Kopf abzufegen und den Musketierern Baumöl zu geben pflegten, ihr zu schmieren. Über diesen hatte des Baumesstamm einen Absatz oder Unterscheid, welches ein glattes Stück war, ohne Äste, mit wunderbarlichen Materialien und seltsamer Seifen des Missgunsts geschmiert. Also dass kein Kerl, er sei dann vom Adel, weder durch Mannheit, Geschicklichkeit noch Wissenschaft hinaufsteigen konnte, Gott geb, wie er auch klettern könnte, denn es war glätterpoliert als eine marmorsteinene Säule oder stählerner Spiegel. Über demselben Ort saßen die mit den Fähnlein, deren waren teils jung und teils bei ziemlichen Jahren. Die Jungen hatten ihre Vettern hinaufgehoben, die Alten aber waren zum Teil von sich selbst hinaufgestiegen, entweder auf einer silbernen Leiter, die man Schmiralia nennet, oder sonst auf einem Steg, den ihnen das Glück aus Mangel anderer gelegt hatte. Besser oben saßen noch Höhere, die auch ihre Mühe, Sorge und Anfechtung hatten. Sie genossen aber diesen Vorteil, dass sie ihre Beutel mit demjenigen Speck am besten spicken können, welchen sie mit einem Messer, das sie Kontribution nannten, aus der Welt über den Baum abschüttete, solchen zu erquicken, dass sie das Beste von oben herab auffingen und den untersten so viel als nichts zu kommen ließen. Dahero pflegten von den untersten mehr Hungers zu sterben, als ihrer vom Feinde umkamen, welcher Gefahr miteinander die höchste endübrige zu sein schienen. Dahero war ein unaufhörliches Gekrabbel und Aufklettern an diesem Baum, weil jeder gern an den obersten glückseligen Orten sitzen wollte. Doch waren etliche faule liederliche Schlingel, die das Kommisbrot zu fressen nicht wert waren, welche sich wenig um eine Oberstelle bemühten und einen Weg als den anderen tun mussten, was ihre Schuldigkeit erforderte. Die unterste, was ehrgeizig war, hoffeten auf der oberen Fall, damit sie an ihren Ort sitzen möchten, und wann verdröstlichen Alter, da sie besser hinter Ofen taugten, als im Feld vorm Feind zu liegen und demselben die Spitze zu bieten. Und wann schon einer wohl stund und seine Sache rechtschaffen verrichtete, auch sich tapfer in allen Gefahren verhielte, so ward er vom anderen geneidet oder sonst durch einen unversehnlichen unglücklichen Dunst beides der Schage und des Lebens beraubt. Nirgends hielt es härter als an obgemeltem glattem Ort. Denn welcher einen guten Feldweibel oder Scherganten hatte, verlor ihn ungern, welches aber geschehen musste, wann man einen Fähnrich aus ihm gemacht hätte. Man nahm Dahero anstatt der alten Soldaten viel lieber Plackscheißer, Kammerdiener, erwachsene Pagen, arme Edelleute, irgends Vettern und sonst Schmarotzer und Hunger leider, die denen so etwas Ende von Kapitel 16 Buch 1 Abschnitt 7 von Der abenteuerliche Simplicissimus Teil 1 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Christian Der abenteuerliche Simplicissimus Teil 1 von Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen Abschnitt 7 Erstes Buch Kapitel 17 bis 20 Kapitel 17 Simplex verstehet der Adel allein im Krieg im Krieg pflegt beehret zu sein. Dieses verdroß einen Feldweibel so sehr, daß er trefflich anfing zu schmählen, aber Adelhold sagte, Weißt du nicht, weißt du nicht, daß man je und allwegen die Kriegsämter mit adeligen Personen besetzt hat, als welche hierzu am tauglichsten seien? Graue Bärte schlagen den Feind nicht, man könnte sonst eine Herdeböcke zu solchen Geschäft Es heißt, ein junger Stier wird vorgestellt, dem Haufen als erfahren, den er auch hübsch beisammen hält, trotzdem von vielen Jahren. Der Hirt darf ihm vertrauen auch, ohne Ansehen seiner Jugend, man judiziert nach bösem Brauch aus Altertum die Tugend. Sage du mir, du alter Krachwedel, ob nicht edelgeborene Offizierer von der Sodalteska besser respektiert werden, als diejenige, so zuvor gemeine Knechte gewesen, und was ist von Kriegsdisziplin zu halten, wo kein rechter Respekt ist? Darf nicht der Feldherr einem Kavalier mehr vertrauen als einem Bauernbuben, der seinem Vater vom Pflug entlaufen und seinen eigenen Eltern kein Gut tun wollen? Ein rechtschaffender Edelmann, ehe er seinem Geschlecht durch Untreu, Feldflucht oder sonst etwas dergleichen einen Schandflecken anhinge, eh würde er ehrlich sterben. Zudem gebührt dem Adel der Vorzug in Allwege, wie solches Lege Honorum Digestorum de Honoribus zu sehen. Johannes de Platea will ausdrücklich, daß man in Bestallung der Ämter dem Adel den Vorzug lassen und die Edelleute den Plebeis schlecht soll vorziehen. Ja, solches ist in allen Rechten bräuchlich und wird in Heiliger Schrift bestätigt, denn Beata terra beata terra cuius rex nobilis est, saget Sirach, Kapitel X, welches ein herrliches Zeugnis ist des Vorzugs, so dem Adel gebühret. Und wann schon einer von euch ein guter Soldat ist, der pulverriechen und in allen Begebenheiten treffliche Anschläge geben kann, so ist er darum nicht gleichtüchtig, andere zu kommandieren und vorsichtig sich zu verhalten, da hingegen diese Tugend dem Adel angeboren oder von Jugend auf angewöhnet wird. Seneca 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 Das ist, ein heroisches Gemüt hat diese Eigenschaft an sich, daß es zur Ehrerjagung aufgemuntert wird. So hat auch kein hoher Geist einiges belieben an geringen und nichtswürdigen Dingen. Welches auch Faustus Poeta in diesem Disticho exprimieret hat. Site rusticitas vilem genuisset agrestis, nobilitas animi, non forret istatui. Über das hat der Adel mehr Mittel, ihren Untergehörigen mit Geld und den schwachen Kompanien mit Volk zu helfen, als ein Bauer. So stünde es auch nach dem gemeinen Sprichwort nicht fein, wenn man den Bauern über den Edelmann setzte. Auch würden die Bauern viel zu hoffertig, wann man sie also strack zu Herren machte, dann man saget, es ist kein Schwert, das schärfer schiert, als wann ein Bauer zum Herren wird. Hätten die Bauern durch lang hergebrachte löbliche Gewohnheit die Kriegs- und andere Ämter in Possession, wie der Adel, so würden sie gewißlich sobald keinen Edelmann einkommen lassen. Zudem, ob schon euch Soldaten von Fortun, wie ihr genennet werdet, man oft gern helfen wollte, daß ihr zu höheren Ehren erhaben würdet, so seid ihr aber alsdann gemeiniglich schon so abgelebt, wenn man euch probiert hat und eines bessern würdig schätzet, daß man Bedenken haben muß, euch zu befördern, dann da ist die Hitze der Jugend verloschen, und gedenket ihr nur schlechts dahin, wie ihr euren kranken Leibern, die durch viel erstandene Widerwärtigkeit ausgemergelt und zu Kriegsdiensten wenig mehr nutzt sind, gütlich tun und wohl pflegen möget. Gott gebe, wer Fechte und Ehre einlege, hingegen aber ist ein junger Hund zum Jagen viel freudiger als ein alter Löw. Der Feldweibel antwortete, »Welcher Narr wollte dann dienen und sich in augenscheinliche Todesgefahr begeben, wann er nicht hoffen darf, durch sein Wohlverhalten befördert und also um seine getreue Dienste belohnet zu werden? Der Teufel hole solchen Krieg. Auf diese Weise gilt es gleich, ob sich einer wohl hält oder nicht, ob einer dem Feind frisch unter die Augen tritt oder das Hasenpanier aufwirft. Ich habe von unserem alten Obristen vielmals gehöret, daß er keinen Soldaten unter sein Regiment begehre, der ihm nicht festiglich einbilde, durch Wohlverhalten ein General zu werden. So muß auch alle Welt bekennen, daß diejenige Nationen so gemeinen, aber doch rechtschaffenen Soldaten forthelfen und ihre Tapferkeit bedenken, gemeiniglich viktorisieren, welches man an den Persern und Türken wohl siehet. Es heißt, die Lampe leucht dir fein, doch mußt du sie auch laben mit Fettolivensaft, die Flamm sonst bald verlischt, getreuer Dienst durch Lohn gemäht wird und erfrischt, Soldatentapferkeit will Unterhaltung haben. Adelhold antwortete, wenn man eines redlichen Manns rechtschaffende Qualitäten siehet, so wird er freilich nicht übersehen, maßen man heutigen Tags viel findet, welche vom Pflug, von der Nadel, von dem Schusterleist und vom Schäferstecken zum Schwert gegriffen, sich wohlgehalten und durch solche ihre heroische Tapferkeit und rühmliche Unerschrockenheit weit über den gemeinen Adel in Grafen und Freiherrenstand geschwungen. Wer war der kaiserliche Johann von Wert, wer der schwedische Stallhans, wer der hessische kleine Jakob und St. Andreas? Ihresgleichen sind noch viel bekannt, die ich kürzerhalber nicht alle nennen mag. Ist also gegenwärtiger Zeit nichts Neues, wird auch bei der Posterität nicht abgehen, daß geringe, doch redliche Leute durch Krieg zu hohen Ehren gelangen, welches auch bei den Alten geschehen. Tamerlanes ist ein mächtiger König und schreckliche Furcht der ganzen Welt worden, der doch zuvor nur ein Säuhirt war. Agathokles, König in Sizilien, ist eines Häfeners Sohn gewesen. Telefas, ein Wagner, ward König in Lydien. Des Kaisers Valentiniani Vater war er ein Seiler. Mauritius Cappadox, ein leibeigener Knecht, ward nach Tiberio Kaiser. Johannes Cemisces kam aus der Schule zum Kaisertum. So bezeuget Flavius Vupiscus, daß Bonosus Imperator, eines armen Schulmeisters Sohn gewesen sei. Hyperbolus, Kermidis Sohn, war erstlich ein Laternenmacher und nachgehends Fürst zu Athen. Justinus, so vor Justiniano regierte, war vor seinem Kaisertum ein Säuhirt. Hugo Capetus, eines Metzgers Sohn, hernach König in Frankreich. Pizarro's gleichfalls ein Schweinhirt und hernach Markgraf in den westindischen Ländern, welcher das Gold mit Zentnern auszuwägen hatte. Der Feldweibel antwortete, dies alles lautet zwar wohl auf meinen Schrot, indessen sehe ich aber, daß uns die Türen, zu ein und anderer Würde zu gelangen, durch den Adel verschlossen gehalten werden. Man setzet den Adel, wann er nur aus der Schale gekrochen, gleich an solche Örter, da wir uns nimmermehr keine Gedanken hinmachen dürfen, wann gleich wir mehr getan haben, als mancher Nobilist, den man jetzt für einen Obristen vorstellet. Und gleich wie unter den Bauern manch Edel in Genium verdirbt, weil es aus Mangel der Mittel nicht zu den Studiis angehalten wird, also veraltet mancher wackere Soldat unter seiner Musket, der billiger ein Regiment meritierte und dem Feldherrn große Dienst zu leisten wüßte. Simplex das erste Mal in die Welt springt, welches ihm aber gar übel gelingt. Ich mochte dem alten Esel nicht mehr zuhören, sondern gönnete ihm, was er klagte, weil er oft die arme Soldaten prügelte wie die Hunde. Ich wandte mich wieder gegen die Bäume, deren das ganze Land vollstund, und sah, wie sie sich bewegten und zusammenstießen, da prasselten die Kerl haufenweise herunter. Knall und Fall war eins, augenblicklich frisch und tot. In einem Hui verlor einer einen Arm, der ander ein Bein, der dritte den Kopf gar. Als ich so zusah, bedauchte mich, alle diejenige Bäume, die ich sah, wären nur ein Baum, auf dessen Gipfel saße der Kriegsgott Mars und bedeckte mit des Baums Ästen ganz Europam. Wie ich davor hielt, so hätte dieser Baum die ganze Welt überschatten können. Weil er aber durch Neid und Haß, durch Argwohn und Mißgunst, durch Hoffart, Hochmut und Geiz und andere dergleichen schöne Tugenden gleichwie von scharfen Nordwinden angewehet ward, schien er gar dünn und durchsichtig. Da Hero einer folgende Reimen an den Stamm geschrieben hat. Die Steineich, durch den Wind getrieben und verletzet, ihr eigen Äst abbricht, sich ins Verderben setzet. Durch innerliche Krieg und brüderlichen Streit wird alles umgekehrt und folget lauter Leid. Von dem gewaltigen Gerassel dieser schädlichen Winde und Zerstümmelung des Baums selbsten ward ich aus dem Schlaf erweckt und sah mich nur allein in meiner Hütte. Da Hero fing ich wieder an zu gedenken und in meinem Hirnhäuselein zu überschlagen, was ich doch immer mehr anfangen sollte. Im Wald zu bleiben war mir unmöglich, weil mir alles sogar hinweggenommen worden, daß ich mich nicht mehr aufhalten konnte. Nichts war mir übrig, als noch etliche Bücher, welche hin und her zerstreut und durcheinandergeworfen lagen. Als ich solche mit weinenden Augen wieder auflase und zugleich Gott inniglich anrufte, er wolle mich doch leiten und führen, wohin ich sollte, da fand ich ungefähr ein Brieflein, das mein Einsiedel bei seinem Leben noch geschrieben hatte. Das lautet also. Lieber Simplici, wann du dies Brieflein findest, so gehe alsbald aus dem Wald und errette dich und den Pfarrer aus gegenwärtigen Nöten, denn er hat mir viel Gutes getan. Gott, den du allweg vor Augen haben und fleißig beten sollest, wird dich an ein Ort bringen, das dir am bequemsten ist. Allein habe denselbigen stets vor Augen und befleißige dich, ihm jederzeit dergestalt zu dienen, als wann du noch in meiner Gegenwart im Wald wärest. Bedenke und tue ohne Unterlaß meine letzte Reden, so wirst du bestehen mögen. Wale. Ich küßte dies Brieflein und des Einsiedlers Grab zu vielen tausend Malen und machte mich ohnferneres Aufhalten auf den Weg, Menschen zu suchen, bis ich deren finden möchte. Ging also zween Tage einen geraden Weg fort und, wo mich die Nacht begriff, suchte ich einen hohlen Baum zu meiner Herberge. Meine Zehrung war nichts anders als Buchen, die ich unterwegs auflase. Den dritten Tag aber kam ich ohnweit Gehlenhausen auf ein ziemlich eben Feld. Da genosse ich gleichsam eines hochzeitlichen Mahls, denn es lag überall voller Garben auf dem Feld, welche die Bauern, weil sie nach der namhaften Schlacht vor Nördlingen verjagt worden, zu meinem Glück nicht einführen können. In deren Einer machte ich mein Nachtläger, weil es grausam kalt war und sättigte mich mit ausgeriebenen Weizen, welches mir die delikateste Speise war, weil ich dergleichen lang nicht genossen. Kapitel 19 Simplex wird in dem Schloß Hanau gefangen, saget, wie er damals einhergegangen. Da es tagete, fütterte ich mich wieder mit Weizen, begab mich zum nächsten auf Gehlenhausen und fand daselbst die Tore offen, welche zum Teil verbrannt und jedoch noch halber mit Mist verschanzt waren. Ich ging hinein, konnte aber keines lebendigen Menschen gewahr werden. Hingegen lagen die Gassen hin und her mit Toten überstreut, deren etliche aber bis aufs Hemd ausgezogen waren. Dieser jämmerliche Anblick war mir ein erschrecklich Spektakul, maßen ihm jedermann selbstenwohl einbilden kann. Meine Einfalt konnte nicht ersinnen, was vor ein Unglück das Ort in einen solchen Stand gesetzt haben müßte. Ich erfuhre aber unlängst hernach, daß die kaiserliche Völker, etliche Weimarische, da selbst überrumpelt und also erbärmlich mit ihnen umgegangen. Kaum zween Steinwürfe weit kam ich in die Stadt, als ich mich derselben schon satt gesehen hatte. Derowegen kehrte ich wieder um, ging durch die Aue nebenhin und kam auf eine gänge Landstraße, die mich vor die herrliche Festung Hanau trug. Sobald ich deren erste Wacht ersahe, wollte ich durchgehen, aber mir kamen gleich zween Musketiere auf den Leib, die mich anpackten und in ihre Kordegarde führten. Ich muß dem Leser nur auch zuvor meinen damaligen visierlichen Aufzug erzählen, ehe daß ich ihm sage, wie mir's weiterging. Dann meine Kleidung und Gebärden waren durchaus seltsam, verwunderlich und widerwärtig, so daß mich auch der Gouverneur abmalen lassen. Erstlich waren meine Haare in dritthalb Jahren weder auf Griechisch, Teutsch noch Französisch abgeschnitten, gekampelt, noch gekräuselt oder gewüfft worden, sondern sie Stunden in ihrer natürlichen Verwirrung, noch mit mehr als jährigem Staub anstatt des Haarplunders, Puders oder Pulvers, wie man das Narren- oder Nerrinwerk nennet, durchstreut, so zierlich auf meinem Kopf, daß ich darunter herfür sahe, mit meinem bleichgelben Angesicht, wie eine Schleiereule, die knappen will oder sonst auf eine Maus spannet. Und weil ich allzeit barhäuptig zu gehen pflegte, meine Haare aber von Natur kraus waren, hatte es das Ansehen, als wann ich einen türkischen Bund aufgehabt hätte. Der übrige Habit stimmte mit der Hauptzieher überein, dann ich hatte meines Einsiedlers Rock an, wann ich denselben anders noch einen Rock nennen darf, dieweil das erste Gewand, daraus eher geschnitten worden, gänzlich verschwunden und nichts mehr davon übrig gewesen, als die bloße Form, welche mehr als tausend Stücklein allerhand färbiges zusammengesetztes oder durch vielfältiges Flicken aneinander genähtes Tuch noch vor Augen stellte. Über diesem abgangenem und doch zu viel Malen verbessertem Rock trug ich das Heerin-Hemd anstatt eines Schulterkleides, weil ich die Ärmel an Strümpfstatt brauchte und dieselbe zu solchem Ende herabgetrennt hatte. Der ganze Leib aber war mit eisernen Ketten, hinten und vorn fein kreuzweiß, wie man St. Wilhelmon zu Malen pflegt, umgürtet, so daß es fast eine Gattung abgab, wie mit denen so vom Türken gefangen und vor ihre Freunde zu Betteln im Land umziehen. Meine Schuhe waren aus Holz geschnitten und die Schuhbändel aus Rinden von Lindenbäumen gewebet, die Füße selbst aber sahen so krebsrot aus, als wann ich ein paar Strümpfe von Spanisch Leibfarbe angehabt oder sonst die Haut mit Fernambuk gefärbet hätt. Ich glaube, wann mich damals ein Gaukler, Marktschreier oder Landfahrer gehabt und vor einen Samoyeden oder Grünländer dargeben, daß er manchen Narren angetroffen, der einen Kreuze an mir versehen hätte. Ob zwar nun ein jeder Verständiger aus meinem magern und ausgehungerten Anblick und hinlässiger Aufziehung unschwer schließen können, daß ich aus keiner Garküchen oder aus dem Frauenzimmer weniger von irgendeines großen Herrn Hofhaltung entlaufen, so ward ich jedoch unter der Wacht streng examinieret, und gleich wie sich die Soldaten an mir vergaften, also betrachtete ich hingegen ihres Offizierers tollen Aufzug, dem ich Red und Antwort geben mußte. Ich wußte nicht, ob er sie oder er wäre, denn er trug Haare und Bart auf Französisch, zu beiden Seiten hatte er lange Zöpfe herunterhangen wie Pferdsschwänze, und sein Bart war so elend zugerichtet und verstümpelt, daß zwischen Maul und Nase nur noch etliche wenige Haare, so kurz davon kommen, daß man sie kaum sehen konnte. Nicht weniger satzten mich seine weite Hosen seines Geschlechts halber in nicht geringen Zweifel, als welche mir vielmehr einen Weiberrock als ein Paar Mannshosen vorstellten. Ich gedachte bei mir selbst, ist dieser ein Mann, so sollte er auch einen rechtschaffenen Bart haben, weil der Gag nicht mehr so jung ist, wie er sich stellet. Ist es aber ein Weib, warum hat die alte Hure dann so viel Stoppeln ums Maul? Gewißlich ist es ein Weib, gedachte ich, dann ein ehrlicher Mann wird seinen Bart wohl nimmermehr so jämmerlich verketzern und verstümmeln lassen, maßen die Böcke aus großer Schamhaftigkeit keinen Tritt unter fremde Herden gehen, wann man ihnen die Bärte stutzte. Und demnach ich also im Zweifel stund und nicht wußte, was die jetzige Mode war, hielt ich ihn endlich vor Mann und Weib zugleich. Dieses männische Weib oder dieser weibische Mann, wie er mir vorkam, ließ mich überall besuchen, fand aber nichts bei mir als ein Büchlein von Birkenrinden, darin ich meine tägliche Gebet geschrieben und auch das jenige Zettelein liegen hatte, das mir mein frommer Einsiedel, wie in vorigem Kapitel gemeldet worden, zum Vallete hinterlassen. Solches nahm er mir, weil ich's aber ungern verlieren wollte, fiel ich vor ihm nieder, faßte ihn und sagte, Ach, mein lieber Hermaphrodit, laßt mir doch mein Gebetbüchlein. Du Norr, antwortete er, wer Teufel hat dir gesagt, daß ich Hermann heiße? Befahl darauf, zweien Soldaten mich zum Gouvernator zu führen, welchen er besagtes Buch mitgab, weil der Phantast ohn das, wie ich gleich merkte, selbst weder lesen noch schreiben konnte. Also führete man mich in die Stadt, und jedermann lief zu, nicht anders, als man ein Meerwunder auf die Schau geführt würde, und gleich wie mich jedweder sehen und meine wunderliche Gestalt genauer betrachten wollte, hatte, also machte auch jeder etwas besonders aus mir. Etliche hielten mich vor einen Spionen, andere vor einen Unsinnigen, andere vor einen wilden Menschen, und aber andere vor einen Geist, Gespenst, oder sonst vor ein Wunder, welches etwas besonders bedeuten würde. Auch waren etliche, die hielten mich vor einen Narren, welche wohl am nächsten zum Zweck geschossen haben möchten, wann ich den lieben Gott nicht gekannt hätte. Kapitel 20 Simplex wird in das Gefängnis geführet, mitten in Ängsten noch Linderung spüret. Als ich vor den Gubernator gebracht ward, fragte er mich, wo ich herkäme. Ich aber antwortete, ich wüßte es nicht. Er fragte weiter, wo willst du dann hin? Ich antwortete abermal, ich weiß nicht. Was Teufel weißt du dann? fragte er ferner, was ist dann deine Hantierung? Ich antwortete noch wie vor, ich wüßte es nicht. Er fragte, wo bist du zu Haus? Und als ich wiederum antwortete, ich wüßte es nicht, veränderte er sich im Gesicht, nicht weiß ich, ob's aus Zorn oder Verwunderung geschah. Dieweil aber jedermann das Böse zu Arquänen pfleget, zumal der Feind in der Nähe war, als welcher allererst, wie gemeldet, die vorige Nacht Gelnhausen eingenommen und ein Regiment Dragoner darin zu Schanden gemacht hatte, fiel er denen bei, die mich vor einen Verräter oder Kundschafter hielten, befahl darauf, man solle mich besuchen. Als er aber von den Soldaten von der Wacht so mich zu ihm geführt hatten, vernahm daß solches schon beschehen und anders nichts bei mir wäre gefunden worden als gegenwärtiges Büchlein, welches sie ihm zugleich überreichten, las er ein paar Zeilen danach und fragte mich, wer mir das Büchlein gegeben hätte. Ich antwortete, es wäre von Anfang mein Eigen gewesen, dann ich hätte es selbst gemacht und überschrieben. Er fragte, warum eben auf Birkene Rinden? Ich antwortete, weil sich die Rinden von anderen Bäumen nicht dazu schicken. Du Flegel, sagte er, ich auf Papier geschrieben hast. Ei, antwortete ich, wir haben keins mehr im Wald gehabt. Der Gubernator fragte, wo, in welchem Wald? Ich antwortete wieder auf meinen alten Schrot, ich wüßte es nicht. Da wandte sich der Gubernator zu etlichen von seinen Offizierern, die ihm eben aufwarteten, und sagte, entweder ist dieser ein Erzschelm oder gar ein Narr. Zwar kann er kein Narr sein, weil er so schreibt. Und indem er also redet, blättert er in meinem Büchlein so stark herum, ihnen meine schöne Handschrift zu weisen, daß des Einsiedlers Brieflein herausfallen mußte. Solches ließ er aufheben. Ich aber entfärbte mich darüber, weil ich solches vor meinen höchsten Schatz und Heiligtum hielt, welches der Gubernator wohl in Acht nahm und daher noch einen größern Argwohn der Verräterei schöpfte, vornehmlich, als er das Brieflein aufgemacht und gelesen hatte. Dann er sagte, ich kenne einmal diese Hand und weiß, daß sie von einem mir wohlbekannten Kriegsoffizier ist geschrieben worden. Ich kann mich aber nicht erinnern, von welchem. So kam ihm auch der Inhalt selbst gar seltsam und unverständlich vor, denn er sagte, dies ist ohne Zweifel eine abgeredte Sprache, die sonst niemand versteht als derjenige, mit dem sie abgeredet worden. Mich aber fragte er, wie ich hieße, und als ich antwortete Simplicius, sagte er, ja, ja, du bist eben des rechten Krauts. Fort, fort, daß man ihn alsobald an Hand und Fuß in Eisen schließe, damit man etwas anders aus dem Gesellen bringen möge. Also wanderten beide obgemählte Soldaten mit mir nach meiner bestimmten neuen Herberge, nämlich dem Stockhaus, zu, und überantworteten mich dem Gewaltiger, welcher mich seinem Befehl gemäß mit eisernen Banden und Ketten an Händen und Füßen noch ein Mäh rasszierte, gleichsam als hätte ich nicht genug an deren zu tragen gehabt, die ich bereits um den Leib herumgebunden hatte. Dieser Anfang, mich zu bewillkommen, war der Welt noch nicht genug, sondern es kamen Henker und Steckenknechte mit grausamen Folterungsinstrumenten, welche mir, unangesehen ich meiner Unschuld zu getrösten hatte, meinen elenden Zustand allererst grausam machten. Ach Gott, sagte ich zu mir selber, wie geschieht mir so recht? Simplicius ist darum, aus dem Dienst Gottes in die Welt gelaufen, damit eine solche Missgeburt des Christentums den billigen Lohn empfahl, den ich mit meiner Leichtfertigkeit verdient habe. O du unglückseliger Simplici! Wohin bringet dich deine Undankbarkeit? Siehe, Gott hatte dich kaum zu seiner Erkenntnis und in seine Dienste gebracht, so laufst du hingegen aus seinen Diensten und kehrest ihm den Rücken. Hättest du nicht mehr Eicheln und Bohnen essen können, wie zuvor, deinem Schöpfer unverhindert zu dienen? Hast du nicht gewußt, daß dein getreuer Einsiedel und Lehrmeister die Welt geflohen und ihm die Wildnis auserwählet? O blindes Leben, das Leben, das er in der Einöde geführet nicht würde vertauschet haben, wann er in der Welt den wahren Frieden eine rechte Ruhe und die ewige Seligkeit zu erlangen getrauet hätte? Du armer Simplici, jetzt fahre hin und empfahre den Lohn deiner gehabten eitelen Gedanken und vermessenen Torheit. Du hast dich keines Unrechten zu beklagen, auch keiner Unschuld zu getrösten, weil du selber deiner Martha und darauf folgendem Tod bist entgegengeeilet und dir also bevorstehendes Unglück selbsten hast über den Hals gebracht. Also klagte ich mich selbst an, bat Gott um Vergebung und befahl ihm meine Seele. Indessen näherten wir dem Diebsturn und als die Not am größten, da war die Hilfe Gottes am nähesten. Dann als ich mit den Schergen umgeben war und samt einer großen Menge Volks vom Gefängnis stund zu warten, bis es aufgemachet und ich hineingetan würde, wollte mein Pfarrherr, dem neulich sein Dorf geplündert und verbrannt worden, auch sehen, was da vorhanden wäre, denn er lag zunächst dabei auch im Arrest. Als dieser zum Fenster aussahe und mich erblickte, rufte er überlaut, »O O Simplici, bist du es?« Als ich ihn hörete und sahe, konnte ich nichts anders, als daß ich beide Hände gegen ihn aufhub und schrie, O Vater, O Vater, O Vater. Er aber fragte, was ich getan hätte. Ich antwortete, ich wüßte es nicht, man hätte gewißlich mich darum daher geführet, weil ich aus dem Wald entlaufen wäre. Als er aber vom daß man mich vor einen Verräter hielte, bat er, man wollte mit mir innehalten, bis er meine Beschaffenheit dem Herrn Gouverneur berichtet hätte, dann solches beides zu meiner und seiner Erledigung taugen und verhüten würde, daß sich der Herr Gouverneur an uns beiden nicht vergreife, sind mal er mich besser kenne als sonst ein Mensch. Ende von Kapitel 20 Buch 1 Abschnitt 8 von Der Abenteuerliche Simplicissimus Teil 1 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Herr Klugbeißer Der Abenteuerliche Simplicissimus Teil 1 von Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen Simplicissimus Teil 2 von Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen Simplex bekommt durch Gottes geschick von dem Glück einen sehr freundlichen Blick. Ihm ward erlaubt, zum Gubernator zu gehen, und über eine halbe Stunde hernach ward ich auch geholt und in die Gesindestube gesetzet, allwo sie schon zween Schneider, ein Schuster mit Schuhen, ein Kaufmann mit Hüten und Strümpfen und ein anderer mit aller Hand Gewand eingestellt, damit ich ehist gekleidet würde. Da zog man mir meinen allenthalben zerlumpten und von vielfärbigen Flecken zusammengespickten Rock ab, samt der Ketten und dem herinnen Hemd, auf das die Schneider das Maßrecht nehmen könnten. Folgens erschien er ein Feldscherer mit scharfer Lauge und wohlriechender Seife, und eben als dieser seine Kunst an mir üben wollte, kam ein anderer Befehl, welcher mich gräulich erschreckte, weil er lautete, ich sollte meinen Habit strax wieder anziehen. Solches war nicht so bös gemeint, wie ich wohl besorgte, denn es kam gleich ein Maler mit seinem Werkzeug daher, nämlich mit Minien und Zenober zu meinen Auglidern, mit Lack, Endig und Lasur zu meinen korallenroten Lippen, mit Auri-Pigmentum, Rauchschütt und Bleigelb zu meinen weißen Zähnen, die ich vor Hunger bleckte, mit Kühnruß, Kohlschwärts und Umbra zu meinen gelben Haaren, mit Bleiweiß zu meinen grässlichen Augen und mit sonst vielerlei Farben zu meinem wetterfarbigen Rock, Auch hatte er eine ganze Handvoll Pensel. Dieser fing an, mich zu beschauen, abzureißen, zu untermalen, den Kopf über eine Seite zu hängen, um seine Arbeit gegen meiner Gestalt genau zu betrachten. Bald änderte er die Augen, bald die Haare, geschwind die Nasenlöcher und in Summe alles, was er im Anfang nicht recht gemacht, bis er endlich ein natürliches Muster entworfen hatte, wie Simplicius eins war, dass ich mich über meine eigene grässliche Gestalt heftig entsetzte. Alsdann durfte allererst der Fellscherer auch über mich herwischen. Derselbe zwagte mir den Kopf und richtete wohl anderthalb Stunden an meinen Haaren. Folgens schnitt er sie ab auf die damalige Mode, dann ich hatte Haar übrig. Nachgehend satzte er mich in ein Badstüblein und säuberte meinen magern, ausgehungerten Leib von mehr als drei- oder vierjährigen Unlust. Kaum war er fertig, da brachte man mir ein weißes Hemd, Schuhe und Strümpfe samt einem Überschlag oder Kragen, auch Hut und Feder, so waren die Hosen auch schön ausgemacht und überall mit Galaunen verbrämt, allein mangels noch am Wams, daran die Schneider zwar auf die Eil arbeiteten. Der Koch stellete sich mit einem kräftigen Süblein ein und die Kellnerin mit einem Trunk. Da saß mein Herr Simplicius wie ein junger Graf, zum Besten akkommodiert. Ich zehrte tapfer zu, unangesehen ich nicht wußte, was man mit mir machen wollte. Dann ich wußte noch von keinem Henkermal nichts. Dahero täte mir die Erkostung dieses herrlichen Aufgangs so trefflich kür und sanft, dass ich's keinem Menschen genugsam sagen, rühmen und aussprechen kann. Ja, ich glaube schwerlich, dass ich mein Lebtag einziges Mal eine größere Wolllust empfunden als eben damals. Als nun das Wams fertig war, zog ich's auch an und stellete in diesem neuen Kleide ein solch ungeschickte Postur vor Augen, dass es sah wie ein Trofeum oder als wann man einen Zaunstecken geziert hätte, weil mir die Schneider die Kleider mit Fleiß zu weit machen mussten, um der Hoffnung willen, die man hatte, ich würde in kurzer Zeit zulegen, in welcher gefassten Hoffnung sie auch nicht betrogen wurden, sindemal ich bei so guter Schnabelweit und Maulfutter augenscheinlich zunahme. Mein Waldkleid samt der Ketten und aller Zugehör ward hingegen in die Kunstkammer zu anderen raren Sachen und Antiquitäten getan und mein Bildnis in Lebensgröße daneben gestellt. Nach dem Nachtessen ward mein Herr, der war ich, in ein Bette geleget, dergleichen mir niemals weder bei meinem Knäen noch Einsiedel zuteil worden. Aber mein Bauch kurrete und murrete die ganze Nacht hindurch, dass ich nicht schlafen konnte, vielleicht keiner andern Ursach halber, als weil er entweder noch nicht wusste, was gut war, oder weil er sich über die anmütige neue Speisen, die ihm zuteil wurden, verwunderte. Ich blieb aber einen Weg als den anderen liegen, bis die liebe Sonne wieder leuchtete, denn es war kalt, und betrachtete, was vor seltsame Anstände ich nun etliche Tage gehabt und wie mir der liebe Gott so treulich durchgeholfen und mich an ein so gutes Ort geführt hätte. Ende von Kapitel 21 22. Kapitel Simplex hört, wer sein Einsiedler gewesen, der ihn gelernt hat, schreiben und lesen. Denselben Morgen befahl mir des Gouverneurs Hofmeister, ich sollte zu obgemeldem Pfarrer gehen und vernehmen, was sein Herr meinetwegen mit ihm geredet hätte. Er gab mir einen Leibschützen mit, der mich zu ihm brachte. Der Pfarrer aber führet mich in sein Museum, satzte sich, hieß mich auch sitzen und sagte, »Lieber Simplici, der Einsiedel, bei dem du dich im Wald aufgehalten, ist nicht allein des hiesigen Gouverneurs Schwager, sondern auch im Krieg sein Beförderer und wertester Freund gewesen. Wie dem Gouvernator mir zu erzählen beliebet, so ist demselben von Jugend auf weder an Tapferkeit eines heroischen Soldaten noch an Gottseligkeit und Andacht, die sonst einem Religioser zuständig, niemal nichts abgegangen, welche beiden Tugenden man zwar selten beieinander zu finden pflegt. Sein geistlicher Sinn und widerwärtige Begegnissen hemmeten endlich den Lauf seiner weltlichen Glückseligkeit, so daß er seinen Adel und ansehnliche Güter in Schotten, da er gebürtig, verschmähte und hinansetzete, weil ihm alle Welthändel abgeschmackt, eitel und verwerflich vorkamen. Er verhoffte mit einem Wort seine gegenwärtige Hoheit, um eine künftige bessere Glory zu verwechseln, weil sein hoher Geist einen Ekel an allem Zeitlichen Pracht hatte, und sein Dichten und Trachten war nur nach einem solchen erbärmlichen Leben gerichtet, wie du ihn im Wald angetroffen und bis in seinen Tod Gesellschaft geleistet hast. Meines Erachtens ist er durch Lesung vieler papistischen Bücher von dem Leben der alten Eremiten oder auch durch das widrige und ungünstige Glück hierzu verleitet worden. Ich will dir aber auch nicht verhalten, wie er in den Spessart und seinem Wunsch nach zu solchem armsinnigen Einsiedlerleben gekommen sei, damit du ins Künftige auch anderen Leuten etwas davon zu erzählen weißt. Die zweite Nacht hernach, als die blutige Schlacht vor Höchst verloren worden, kam er einzig und allein vor meinen Pfarrhof, als ich eben mit meinem Weib und Kindern gegen den Morgen entschlafen war, weil wir wegen des Lärmens im Land, den beides, die Flüchtige und Nachjagende, in der gleichen Fällen zu erregen pflegen, die vorige ganze und auch selbige halbe Nacht durch und durch gewachet hatten. Er klopfte erstlich sittig an und folgens ungestüm genug, bis er mich und mein schlaftrunken Gesind erweckte, und nachdem ich auf sein Anhalten und wenig Wortwechseln, welches beiderseits gar bescheiden fiel, die Tür geöffnet, sah ich den Kavalier von seinem mutigen Pferd steigen, sein kostbarlich Kleid war ebenso sehr mit seiner feinde Blut besprengt, als mit Gold und Silber verbrämt, und weil er seinen bloßen Degen noch in der Faust hielt, so kam ich Furcht und Schrecken an. Nachdem er ihn aber einsteckete und nichts als lauter Höflichkeit vorbrachte, hatte ich Ursache, mich zu verwundern, dass ein so wacker Herr einen schlechten Dorfpfarrer so freulich um Herberge anredete. Ich sprach ihn seiner schönen Person und seines herrlichen Ansehens halber vor den Mannsfelder selbst an. Er aber sagte, er sei demselben vor diesmal nur in der Unglückseligkeit nicht allein zu vergleichen, sondern auch vorzuziehen. Drei Dinge beklagte er, nämlich erstens seine verlorene hochschwangere Gemahlin, zweitens die verlorene Schlacht und drittens, dass er nicht gleich anderen redlichen Soldaten in derselben vor das Evangelium sein Leben zu lassen das Glück gehabt hatte. Ich wollte ihn trösten, sah er aber bald, dass seine Großmütigkeit keines Trostes bedurfte. Demnach teilte ich mit, was das Haus vermochte und ließ ihm ein Soldatenbett von frischem Stroh machen, weil er in keinem anders liegen wollte, wiewohl er der Ruhe sehr bedürftig war. Das Erste, das er den folgenden Morgen täte, war, dass er mir sein Pferd schenkte und sein Geld, so er an Gold in keiner kleinen Zahl bei sich hatte, samt etlich köstlichen Ringen unter meine Frau Kinder und Gesinde austeilete. Ich wusste nicht, wie ich mit ihm dran war und konnte so geschwind nicht in ihn mich richten, weil die Soldaten viel eher zu nehmen als zu geben pflegen, trug derowegen Bedenkens, so große Verehrungen anzunehmen und wandte vor, dass ich solches um ihn nicht meritiert noch hinwiederum zu verdienen wisse. Zudem sagte ich, wann man solchen Reichtum und sonderlich das köstliche Pferd, welches sich nicht verbergen ließe, bei mir und den meinigen sehe, so würde männiglich schließen, ich hätte ihn berauben oder gar ermorden helfen. Er aber sagte, ich sollte diesfalls ohne Sorg leben. Er wollte mich vor solcher Gefahr mit seiner eigenen Handschrift versichern. Ja, er begehre sogar, sein Hemd, geschweige seine Kleider, aus meinem Pfarrhof nicht zu tragen. Und mit dem öffnete er mir seinen Vorsatz, ein Einsiedel zu werden. Ich wehrete mit Händen und Füßen, was ich konnte, weil mich bedünkte, dass solch Vorhaben zumal nach dem Papsttum schmecke, mit Erinnerung, dass er dem Evangelio mehr mit seinem Degen würde dienen können. Aber vergeblich. Dann machte er so lang und viel mit mir, bis ich alles einging und ihn mit denjenigen Büchern, Bildern und Hausrat montierte, die du bei ihm gefunden. Wie wohl er nur der Wüllen entdecke, darunter er dieselbige Nacht auf dem Stroh geschlafen, vor all dasjenige begehrte, was er mir verehret hatte. Daraus ließ er ihm einen Rock machen. So mußte ich auch meine Wagenketten, die er stetig getragen, mit ihm um eine göldene, daran er seiner liebsten Kontrafä trug, vertauschen, so daß er weder Gold noch Geldes Wert behielt. Mein Knecht führte ihn an das einödigste Ort des Waldes und half ihm, da selbst seine Hütte aufzurichten. Was Gestalt er nun, sein Leben da selbst zugebracht und womit ich ihm zu Zeiten an die Hand gangen und ausgeholfen, weißt du sowohl, ja zum Teil besser als ich. Nachdem nun neulich die Schlacht von Nördlingen verloren und ich, wie du weißt, rein ausgeplündert und zugleich übel beschädigt wurden, habe ich mich hierher in Sicherheit geflähnet, weil ich ohn das schon meine besten Sachen hier hatte. Und als mir die Bahre Geldmittel aufgehen wollten, nahm ich drei Ringe und obgemälte goldene Kette mitsamt den anhangenden Konterfee, so ich von deinem Einsiedel hatte, maßen sein Petschierring auch darunter war und trug's zu einem Juden, solches zu versilbern. Der hat es aber der Köstlichkeit und schönen Arbeitwegen dem Gouvernator käuflich angetragen, welcher das Wappen und Konterfee strax gekannt, nach mir geschickt und gefragt, woher ich solche Kleinodien bekomme. Ich sagte ihm die Wahrheit, wiese des Einsiedlers Handschrift und Übergabsbrief auf und erzählte allen Verlauf, auch wie er im Wald gelebet und gestorben. Er wollte solches aber nicht glauben, sondern kündete mir den Arrest an, bis er die Wahrheit besser erführe, und indem er im Werk begriffen war, eine Partei auszuschicken, den Augenschein seiner Wohnung einzunehmen und dich hierher holen zu lassen, so sehe ich dich in Touren führen. Weil dann der Gouvernator nunmehr an meinem Vorgeben nicht zu zweifeln Ursache hat, indem ich mich auf den Ort, da der Einsiedel gewohnet, item auf dich und andere lebendige Zeugen mehr, insbesondereheit aber auf meinen Messner berufen, der dich und ihn oft vortags in die Kirche gelassen, zumalen auch das Brieflein, so er in deinem Gebetbüchlein gefunden, nicht allein der Wahrheit, sondern auch des seligen Einsiedlers Heiligkeit ein treffliches Zeugnis gibet, als will er dir und mir wegen seines Schwagers selig, so viel ihm möglich, Gutes tun und uns reichlich versorgen. Du darfst dich jetzt nur resolvieren, was du willst, dass er dir tun soll. Willst du studieren, so will er die Unkosten dazu geben. Hast du Lust, ein Handwerk zu lernen, so will er dich eins lernen lassen. Willst du aber bei ihm verbleiben, so will er dich wie sein eigen Kind halten, dann er sagte, wann auch ein Hund von seinem Schwager selig zu ihm käme, er wolle ihn aufnehmen. Ich antwortete, es gelte mir gleich, was der Herr Gouvernator mit mir mache, das seie mir angenehm und könne mir nicht anders als beliebig fallen. Ende von Kapitel 22 Kapitel 23 Simplex wird zu einem Page erkoren, des Einsiedlers Frau wurde verloren. Der Pfarrer zögerte mich auf in seinem Losament bis zehn Uhr, ehe er mit mir zum Gouverneur ging, ihm meinen Entschluß zu sagen, damit er bei dem selben, weil er eine freie Tafel hielt, zu Mittags Gast sein könne. Denn es war damals Hanau blockiert und eine solche Klemme Zeit bei dem gemeinen Mann, bevor ab den geflehnten Leuten in selbiger Festung, dass auch etliche, die sich etwas einbildeten, die angefrorene Rübschälen auf der Gassen, so die Reiche etwan hinwarfen, aufzuheben nicht verschmäheten. Es glückte ihm auch so wohl, dass er neben dem Gouverneur selbst über der Tafel zu sitzen kam, aber ich wartete auf mit einem Teller in der Hand, wie mich der Hofmeister anwiese, in welches ich mich zu schicken wusste, wie ein Esel ins Schachspiel oder ein Schwein zur Maultrommel. Aber der Pfarrer ersatzte allein mit seiner Zunge, was die Ungeschicklichkeit meines Leibs nicht vermochte. Er sagte, dass ich in der Wildnis erzogen, niemals und Ahero wohl vor entschuldigt zu halten, weil ich noch nicht wissen könnte, wie ich mich halten sollte. Meine Treue, die ich dem Einsiedel erwiesen, und das harte Leben, so ich bei dem selben überstanden, wären verwundernswürdig und allein wert, nicht allein meine Ungeschicklichkeit zu gedulden, sondern auch mich dem feinsten Edelknaben vorzuziehen. Weiters erzählete er, dass der Einsiedel alle seine Freude und Ergützlichkeit auch höchstes Belieben an mir gehabt, weil ich, wie er öfters gesagt, seiner Liebsten von Angesicht so ähnlich sei, und dass er sich oft über meine Beständigkeit und unveränderlichen Willen bei ihm zu bleiben und sonst noch über viel Tugenden, die er an mir gerühmt verwundert hätte. In Summa, er konnte nicht genugsam aussprechen, wie ich mit ernstlicher Inbrünstigkeit er kurz vor seinem Tod mich ihm Pfarrern rekommendiert und bekannt hätte, dass er mich so sehr als sein Eigenkind liebe. Dies kützelte mich dermaßen in Ohren, dass mich bedünkte, ich hätte schon Ergützlichkeit genug vor alles dasjenige empfangen, dass ich je bei dem Einsiedel ausgestanden. Der Gouverneur fragte, ob sein seliger Schwager nicht gewußt hätte, dass er derzeit in Hanau kommandiere. Freilich, antwortete der Pfarrer, ich habe es ihm selbst gesagt, er hat es aber, zwar mit einem fröhlichen Gesicht und kleinem Lächeln, so kaltsinnig angehört, als ob er niemals keinen Ramsey gekannt hätte, also, dass ich mich noch, wann ich der Sache nachdenke, über dieses Mannes Beständigkeit festen Vorsatz verwundern muss, wie er nämlich über sein Herz bringen können, nicht allein der Welt abzusagen, sondern auch seinen besten Freund, den er doch in der Nähe hatte, sogar aus dem Sinn zu schlagen. Dem Gouverneur, der sonst kein weichherzig Weibergemüt hatte, sondern ein tapferer, heroischer Soldat war, stunden die Augen voll Wasser. Er sagte, hätte ich gewusst, dass er noch im Leben und wo er anzutreffen gewesen wäre, so wollte ich ihn auch wieder seinen Willen haben und zu mir holen lassen, damit ich ihm seine Guttaten hätte erwidern können, weil mir es aber das Glück missgönnet, als will ich anstatt seines seinen Simplicium versorgen und mich ihm auch nach dem Tod auf solche Weise dankbar erzeigen. Ach, sagte er weiters, der redliche Kavalier hat wohl Ursache gehabt, seine schwangere Gemahlin zu beklagen, dann sie ist von einer Partei kaiserlicher Reuter im Nachhauen und zwar auch im Spessart gefangen geworden. Als ich solches erfahren und nichts anders gewußt, als mein Schwager sei bei Höchst tot geblieben, habe ich gleich einen Trompeter zum Gegenteil geschickt, meiner Schwester nachzufragen und dieselbe zu rationieren, habe aber nichts anders damit ausgerichtet, als dass ich erfahren, gemeldte Partei Reuter sei im Spessart von etlichen Bauern zertrennt und in solchem Gefecht meine Schwester von ihnen wieder verloren wurden, sodass ich noch bis auf diese Stunde nicht weiß, wohin sie gekommen. Dieses und der gleichen war des Gouverneurs und Pfarrers Tischgespräch von meinem Einsiedel und seiner Liebsten, welches Paar Ehevolk um so viel desto mehrer bedauert wurde, weil sie einander nur ein Jahr gehabt hatten. Aber ich ward also des Gouverneurs Page und ein solcher Kerl, den die Leute, sonderlich die Bauern, wann ich sie bei meinem Herrn anmelden sollte, bereits Herr Jung nannten, wie wohl man selten einen Jungen siehet, der ein Herr gewesen, aber wohl Herren, die zuvor Jungen waren. Ende von Kapitel 23 Kapitel 24 Simplex durchzieht und tadelt die Leut, sieht viel Abgötterei zu seiner Zeit. Damals war bei mir nichts schätzbarliches als ein reines Gewissen und aufrichtig frommes Gemüt zu finden, welches mit der edlen Unschuld und Einfalt begleitet und umgeben war. Ich Ich wußte von den Lastern nichts anderes, als daß ich sie etwann höre nennen oder davon gelesen hatte. Und wann ich deren eins wirklich begehen sah, war mir's eine erschreckliche und seltene Sache, weil ich erzogen und gewähnet wurden, die Gegenwart Gottes alle Zeit vor Augen zu haben und aufs Ernstlichste nach seinem heiligen Willen zu leben. Und weil ich denselben wußte, pflegte ich der Menschen Tun und Wesen gegen denselben abzuwägen. In solcher Übung bedünkte mich, ich sehe nichts als eitel Gräuel. Herr Gott, wie verwunderte ich unabhängig, wann ich das Gesetz und Evangelium samt den getreuen Warnungen Christi betrachtete und hingegen derjenigen Werke ansahe, die sich vor seine Jünger und Nachfolger ausgaben. Ach leider! Anstatt der aufrichtigen Meinung, die ein jedweder rechtschaffener Christ haben soll, fand ich eitel Heuchelei und sonst so unzählbare Torheiten bei allen fleischlich gesinnten Weltmenschen, daß ich auch zweifelte, ob ich Christen vor mir hätte oder nicht. Dann ich konnte leichtlich merken, daß männiglich den ernstlichen Willen Gottes wüßte. Ich merkte aber hingegen keinen Ernst, denselben zu vollbringen. Also hatte hatte ich wohl tausenderlei Grillen und seltsame Gedanken in meinem Gemüt und geriet in schwere Anfechtung wegen des Befehls Christi, der da spricht, richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Nichtsdestoweniger kamen mir die Worte Pauli zu Gedächtnis, die er zum Galater am fünften Kapitel schreibt, Offenbar sind alle Werke des Fleisches als da sind Ehebruch, Hurerei, Unreinigkeit, Unzucht, Abgötterei, Zauberei, Feindschaft, Hader, Neid, Zorn, Zank, Zweitracht, Rotten, Hass, Mord, Saufen, Fressen und dergleichen, von welchen ich euch habe zuvor gesagt und sage es noch wie zuvor, dass die solches tun, werden das Reich Gottes nicht ererben. Da gedachte ich, das tut ja fast jedermann offentlich, warum sollte dann ich nicht auch auf des Apostels Wort offenherzig schließen dürfen, dass auch nicht jedermann selig werde? Nächster Hoffart und dem Geiz samt deren ehrbaren Anhängen waren Fressen und Saufen Huren und Buben bei den Vermüglichen eine tägliche Übung. Was mir aber am allerschröcklichsten vorkam, war dieser Gräuel, das etliche sonderlich Soldatenbursch, bei welchen man die Laster nicht am ernstlichsten zu Strafen pflegt, beides aus ihrer Gottlosigkeit und dem heiligen Willen Gottes Selbsten nur einen Scherz machten und denselben ganz heroischer Weise durchzogen. Zum Exempel ich hörete einsmals einen Ehebrecher, welcher wegen vollbrachter Tat noch gerühmt sein wollte, diese gottlose Worte sagen. Es tut dem geduldigen Hahnrei genug, dass er meinetwegen ein paar Hörner trägt. Und wann ich die Wahrheit bekennen soll, so hab ich's mehr dem Mann zu leid, als der Frau zu lieb getan, damit ich mich an ihm rächen möge. O kahle Rache, antwortete ein ehrbar Gemüt, das dabei stund, dadurch man sein eigen Gewissen beflecket und den schändlichen Namen eines Ehebrechers überkommt. Was Ehebrecher? antwortete er ihm mit einem höhnischen Gelächter. Ich bin darum kein Ehebrecher, wann schon ich diese Ehe ein wenig gebogen habe. Dies seint Ehebrecher, wovon das sechste Gebot saget, allwo es verbeut, daß keiner einem anderen in den Garten steigen und die Kirschen eher brechen solle als der Eigentumsherr. Und daß solches also zu verstehen sei, erklärte er gleich darauf nach seinem Teufels Katechismo das siebente Gebot, welches diese Meinung du sollst nicht stehlen etc. Solcher Worte trieb er viel, also daß ich bei mir selbst seufzte und gedachte, o Gottes lästerlicher Sünder, du nennest dich selbst einen Ehebiger und den gütigen Gott einen Ehebrecher, weil er Mann und Weib durch den Tod voneinander trennet. Meinst du nicht, sagte ich aus übrigem Eifer und verdruß zu ihm, wie wohl er ein Offizier war, daß du dich mit diesen gottlosen Worten mehr versündig ist, als mit dem Ehebruch selbst? Aber er antwortete mir, halt's Maul, du Mauskopf, soll ich dir ein paar Ohrfeigen geben? Ich glaube auch, daß ich solche dicht und dutzend weiß bekommen, wann der Kerl meinen Herrn nicht hätte fürchten müssen. Ich aber schwieg still und sahe nachgehends, dass es gar keine seltene Sache war, wann sich Ledige nach Verehelichten und Verehelichte nach Ledigen umsahen und ihrer geilen Bula Liebe Zügel und Zaum schießen ließen. Als ich noch bei meinem Einsiedel den Weg zum ewigen Leben studierete, verwunderte ich mich, warum doch Gott seinem Volk die Abgötterei so hochsträflich verboten. Dann ich bildete mir ein, wer einmal den wahren ewigen Gott erkannt hätte, der würde wohl nimmermehr keinen anderen Ehren und anbeten, schloß also in meinem dummen Sinn, dies Gebot sei unnötig und vergeblich gegeben wurden. Aber ach, ich noch wusste nicht, was ich gedachte, denn sobald ich in die Welt kam, vermerkte ich, dass, dies Gebot unangesehen, beinahe jeder Weltmensch einen besonderen Nebengott hatte. Ihr etliche hatten wohl mehr als die alte und neue Heiden selbsten. Etliche hatten den Ehrigen in der Küsten, auf welchen sie allen Trost und Zuversicht satzten. Mancher hatte den Seinen bei Hof, zu welchem er alle Zuflucht gestellt, der doch nur ein Favorit und oft ein liederlicher Bernhäuter war, als sein Anbeter selbst, weil seine glüftige Gottheit nur auf des Prinzen aprillenwetterschen Gunst bestund. Andere hatten den Ehrigen in Reputation und weltlichen Ansehen und bildeten sich ein, wenn sie nur dieselbige erhielten, so wären sie selbst auch halbe Götter. Noch andere hatten den Ehrigen im Kopf, nämlich diejenige, denen der wahre Gott ein gesund Hirn verliehen, also, dass sie einzige Küste und Wissenschaften zu fassen geschickt waren. Dieselbe satzten den gütigen Geber auf eine Seite und verließen sich auf die Gabe, in Hoffnung, sie würde ihnen alle Wohlfahrt verleihen. Auch waren viel, deren Gott ihr eigener Bauch war, welchem sie täglich die Opfer reichten, wie vor Zeiten die Heiden dem Bacho und der Zereri getan. Und wann solcher sich unwillig erzeigte und sonst die menschliche Gebrechen sich anmeldeten, so machten die elende Menschen einen Gott aus dem Medico und suchten ihres Lebens Aufenthalt in der Apotheke, aus welcher sie zwar öfters mit ihrer äußersten Ungeduld und Desperation zum Tod befördert wurden. Manche Narren machten ihnen Göttinnen aus glatten Metzen. Dieselbe nannten sie mit anderen Namen, beteten sie Tag und Nacht an mit vielen tausend Seufzen und machten ihnen Lieder, welche nichts anders als ihr Lob in sich hielten, benebens einem demütigen Bitten, dass solche mit ihrer Torheit ein barmherziges Mitleiden tragen und auch zu Nährinnen werden wollten, gleich wie sie selbst Narren seien. Hingegen waren Weibsbilder, die hatten ihre eigene Schönheit vor ihren Gott aufgeworfen. Diese, gedachten sie, wird mich wohl vermannen. Gott im Himmel sage dazu, was er will. Dieser Abgott ward anstatt anderer Opfer täglich mit allerhand Schminke, Salben, Wassern, Pulvern und sonst Schmiersel unterhalten und verehret. Ich sahe Leute, die wohlgelegene Häuser vor Götter hielten. Dann sie sagten, solange sie darin gewohnet, wäre ihnen Glück und Heil zugestanden und das Geld gleichsam zum Fenster hineingefallen, welcher Torheit ich mich höchstens verwunderte, weil ich die Ursache sahe, warum die Einwohner so guten Zuschlag gehabt. Ich kannte einen Kerl, der konnte in etlichen Jahren vor dem Tabakhandel nicht recht schlafen, weil er demselben sein Herz, Sinne und Gedanken, die allein Gott gewidmet sein sollten, geschenket hatte. Er schickte demselben so tags als nachts so viel tausend Seufzer, weil er dadurch prosperierte. Aber was geschahe? Der Phantast starb und fuhr dahin wie der Tabakrauch selbst. Da gedachte ich, oh du elender Mensch, du dem nichtigen Rauch gleich verschwundener Mensch. Wäre dir deiner Seelen Seligkeit und des wahren Gottes Ehre so hoch angelegen gewesen, als der Abgott, der in Gestalt seines Brasilianers mit einer Rolle Tabak unterm Arm und einer Pfeifen im Maul auf deinem Garten steht, so lebte ich der unzweifeligen Zuversicht, du hättest ein herrliches Ehrenkränzlein in jener Welt zu tragen erworben. Ein Andergesell hatte noch wohl liederlichere Götter, dann als er bei einer Gesellschaft von jedem erzählet ward, auf was Weise er sich dem gräulichen Hunger und teuren Zeit ernähret und durchgebracht, sagte dieser mit deutschen Worten, die Schnecken und Frösche seien sein Herrgott gewesen, er hätte sonst in Mangel ihrer müssen Hungers sterben. Ich fragte ihn, was ihm denn damals Gott selbst gewesen wäre, der ihm solche Insekter zu seinem Aufenthalt beschert hätte. Der Tropf aber wußte nichts zu antworten und ich mußte mich um so viel desto mehr verwundern, weil ich noch nirgends gelesen, dass die alte abgöttische Ägyptier noch die neulichste Amerikaner jemals der gleichen Ungeziefer vor Gott ausgeschrien, wie dieser Gag täte. Ich kam einstmals mit einem vornehmen Herrn in eine Antiquitäten und Kunstkammer, darin schöne Raritäten waren. Unter den Gemälden gefiel mir nichts besser als ein Ecke Homo wegen seiner erbärmlichen Darstellung, mit welcher es die Anschauer gleichsam zum Mitleiden verzuckte. Daneben hing eine Papierne Karte in China gemalt. Darauf stunden der Chineser Abgötter in jeder Majestät sitzend, deren Teils wie die Teufel gestaltet waren. Der Herr im Haus fragte mich, welches Stück in seiner Kunstkammer mir am besten gefiele. Ich deutete auf besagtes Ecke Homo. Er aber sagte, ich irre mich, das Chineser Gemäld wäre rarer und daher auch köstlicher. Er wolle es nicht um Zehen solcher Ecke Homo manglen. Ich antwortete, Herr, ist euer Herz wie euer Mund? Er sagte, ich versehe mich's. Darauf sagte ich, so ist auch euers Herzens Gott derjenige, dessen Konterfee ihr mit dem Munde bekennet, das köstlichste zu sein. Phantast, sagte jener, ich estimiere die Rarität. Ich antwortete, was ist seltener und verwundernswürdiger, als dass Gottes Sohn selbst unsertwegen gelittet, wie uns dies Bildnis vorstellet. Ende von Kapitel 24 Kapitel 25 Simplex kann sich in die Welt nicht recht schicken und die Welt fliegt ihn auch schel anzublicken. So sehr wurden nun diese und noch eine größere Menge anderer Art Abgötterei nicht geehrt, so sehr ward hingegen die wahre göttliche Majestät verachtet, denn gleich wie ich niemand sahe, der sein Wort und Gebot zu halten begehrte, so sahe ich hingegen viel, die ihm in allem widerstrebten und die Zöllner, welche zu den Zeiten, als Christus noch auf Erden wandelte, offene Sünder waren, mit Bosheit übertrafen. Christus spricht, liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, und bittet vor die, so euch beleidigen und verfolgen, auf das ihr Kinder seid euers Vaters im Himmel, dann ihr so liebet, die euch lieben, was werdet ihr für den Lohn haben? Tun solches nicht auch die Zöllner? Und so ihr euch nur zu euren Brüdern freundlich tut, was tut ihr sonderliches? Tun nicht die Zöllner auch also? Aber ich fand nicht allein niemand, der diesem Befehl Christi nachzukommen begehrte, sondern jedermann tät gerat das Widerspiel und täte schnurstracks da wieder, es hieß viel Schwäger viel Knebelspieße und nirgends fand sich mehr Neid, Hass, Missgunst, Hader und Zank als zwischen Brüdern, Schwestern und anderen angeborenen Freunden. Sonderlich, wann ihnen ein Erb zu teilen zugefallen war, da stritten sie wohl Jahr und Tag miteinander mit solcher Verbitterung, dass sie in grimmer Wut die Türken und Tataren weit auch sonst hasste das Handwerk aller Orten einander, also, dass ich handgreiflich sehen und schließen mußte, dass vor diesen die offene Sünder, Publikanen und Zöllner, welche wegen ihrer Bosheit und Gottlosigkeit bei männiglich verhaßt waren, uns heutigen Christen mit Übung der brüderlichen Liebe weit überlegen gewesen, maßen ihnen Christus selbst denn das Zeugnis gibet, dass sie sich untereinander geliebet haben. Dahero betrachtete ich, wann wir keinen Lohn haben, so wir die Feinde nicht lieben, was vor große Strafen wir dann gewärtig sein müssen, wann wir auch unsere Freunde hassen. Wo die größte Liebe und Treue sein sollte, fand ich die höchste Untreue und den gewaltigsten Hass, Zank, Zorn, Feindschaft und Widerwärtigkeit. Mancher Herr schund seine getreue Diener und Untertanen. Hingegen wurden etliche Untertanen an ihren frommen Herren zu schelmen. Den kontinuierlichen Zank vermerkte man sich zwischen vielen Eheleuten. Mancher Tyrann hielt sein ehrlich Weib ärger als einen Hund und manch lose Vettel ihren frommen Mann vor einen Narren und Esel. Viel hündische Herren und Meister betrogen ihre fleißige Dienstboten um ihren gebührenden Lohn und schmälerten beides Speis und Trank. Hingegen sah ich auch viel untreu Gesinde, die ihre fromme Herren entweder durch Diebstahl oder Fahrlässigkeit ins Verderben satzten. Die Handelsleute und Handwerker rannten mit dem Judenspieß gleichsam um die Wette und sogen durch allerhand Fünde und Viertel dem Bauersmann seinen sauren Schweiß ab. Hingegen waren teils Bauern sogar gottlos, daß sie sich auch darum bekümmerten, wann sie nicht rechtschaffen genug mit Bosheit durchtrieben waren, andere Leute oder auch wohl ihre Herren selbst unterm Schein der Einfalt zu berufen. Ich sahe einstmal einen Soldaten einem anderen eine dichte Maulschelle geben und bildete mir ein, der Geschlagene würde den anderen Backen auch darbieten, weil ich noch nie mal bei einer Schlägerei gewesen. Aber ich irrte, denn der Beleidigte zog von Leder und versetzte dem Täter eine Wunde davor am Kopf. Ich schrie ihm überlaut zu und sagte, ach Freund, was machst du? Da war einer ein Bernhäuter, antwortete jener. Ich will mich, der Teufel hol, etc., selbst rächen oder gar das Leben nicht haben. Hai, müsste doch einer ein Schelm sein, der sich so kujonieren ließe. Der Lärmen zwischen diesen zwei Durlanden ergrößerte sich, weil in beiderseits Beiständer samt dem Umstand und Zulauf einander auch in die Haare kamen. Da hörte ich schwören bei Gott und ihren Seelen so leichtfertig, dass ich nicht glauben konnte, dass sie diese vor ihr edelstes Kleinod hielten. Aber das war nur Kinderspiel. Denn es blieb bei so geringen Kinderschwüren nicht, sondern es folgte gleich hernach. Schlag mich der Donner, der Blitz, der Hagel, Zerreiß und hol mich der etc. Ja, nicht einer allein, sondern hunderttausend und führen mich in die Luft hinweg. Die heiligen Sakramenta mussten nicht nur siebenfältig, sondern auch mit hunderttausenden so viel Tonnen Galären und Stadtgräben voll heraus, also, dass mir abermal alle Haare gen Berg stunden. Ich gedachte, sollen das Christen sein, wo bleibt denn der Befehlch Christi, da er sagt, ihr sollt allerdings nicht schwören, weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Stuhl, noch bei der Erden, denn sie ist seiner Füße Schemel, noch bei Jerusalem, dann sie ist eines großen Königs Stadt. Auch sollt du nicht bei deinem Haupt schwören, dann du vermagst nicht ein einziges Haar weiß oder schwarz zu machen. Eure Rede aber sei ja, ja, nein, was drüber ist, das ist vom Übel. Dieses alles und was ich sahe und hörete, erwug ich und schloß festiglich, dass diese Balger keine Christen seien, suchte derowegen eine andere Gesellschaft. Zum aller erschrecklichsten kam mir vor, wann ich etliche Großsprecher sich ihrer Bosheit Sünden Schande und Laster Rühmen hörete. Dann ich vernahm zu unterschiedlichen Zeiten und zwar täglich, dass sie sagten, Potts Blut wie haben wir gestern gesoffen? Ich habe mich in einem Tag wohl dreimal voll gesoffen und ebenso viel mal gekotzt. Potts Stern wie haben wir die Bauern die Schelmen tribuliert? Potts Strahl wie haben wir Beuten gemacht? Potts hundert Gift wie haben wir einen Spaß mit den Weibern und Mägden gehabt? Ithem ich habe ihn da nieder gehauen als wann ihn der Hagel hätte niedergeschlagen. Ich habe ihn geschossen daß er das Weiße über sich kehrte. Ich habe ihn so artlich über den Dölpel geworfen daß ihn der Teufel hätte holen mögen. Ich habe ihm den Stein gestoßen daß er den Hals hätte brechen mögen. Ich habe ihn getrillet daß er hätte Blut speien mögen. Solche und dergleichen unchristliche Reden erfülleten mir alle Tage die Ohren und über das so hörete und sah ich auch in Gottes Namen sündigen welches wohl zu erbarmen ist. Von den Kriegern ward es am meisten praktiziert wann sie nämlich sagten wir wollen in Gottes Namen auf Partei plündern mitnehmen totschießen niedermachen angreifen gefangen nehmen in Brand stecken und was ihrer schröcklichen Arbeiten und Verrichtungen mehr sein mögen. Also wagen s auch die Wucherer mit dem Verkauf in Gottes Namen damit sie ihrem teuflischen Geiz nach Schinden und Schaben mögen. Ich habe zwei Mausköpfe sehen hängen die wollten einsmals bei der Nacht stehlen und als sie die Leiter angestellet und der eine in Gottes Namen einsteigen wollte warf ihn der wachsame Hausvater in Teufels Namen wieder herunter davon er ein Bein zerbrach und also gefangen und über etliche Tage hernach samt seinem Kamerad aufgeknüpfet ward Wann ich nun so etwas hörete sahe oder beredete wie meine Gewohnheit war mit der heiligen Schrift hervorwischte oder sonst treuherzig abmahnete so hielten mich die Leute für einen Narren und Schwärmer ja ich ward meiner guten Meinung halber so oft ausgepfiffen verhöhnet und ausgelachet dass ich endlich auch unwillig ward und mir vorsatzte gar zu schweigen welches ich doch aus christlicher Liebe nicht halten konnte ich wünschete dass jeder Mann bei einem Einsiedel wäre auferzogen worden der Meinung es würde als dann auch männiglich auf der Welt Wesen mit Simplicii Augen ansehen wie ich damals beschauerte ich war nicht so witzig wann lauter Simplicii in der Welt wären dass man als dann auch nicht so viel Laster sehen werde Indessen ist doch gewiß dass ein Weltmensch welcher aller Untugenden und Torheiten gewohnt und selbsten mitmachet im wenigsten nicht empfinden kann auf was vor einer bösen Straße er mit seinen Gefährten wandelt Ende Ende von Kapitel 25 26 Kapitel Simplex hat von den Soldaten vernommen wie sie einander schön heißen willkommen Als ich nun vermeinete ich hätte Ursache zu zweifeln ob ich unter Christen wäre oder nicht ging ich zu dem Pfarrer und erzählte alles was ich gehört und gesehen auch was ich vor Gedanken hatte nämlich dass ich die Leute nur vor Spötter Christi und seines Wortes und keine Christen hielte mit Bitte er wolle mir doch aus dem Traum helfen damit ich wisse wovor ich meine Nebenmenschen halten sollte der Pfarrer antwortete freilich sind sie Christen und wollte ich dir nicht raten dass du sie anders nennen solltest mein Gott sagte ich wie kann es sein dann wann ich einem oder dem anderen seinen Fehler den er wieder Gott begeht verweise und guter Meinung zu Gemüt führe so werde ich verspottet und ausgelacht dessen ist 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 gemeine Sache und nur Kinderspiel gegen demjenigen das sonst so heimlich als öffentlich und mit Gewalt wieder Gott und den Menschen vorgeheht und in der Welt verübet wird aber lass dich das nicht ärgern du wirst wenig Christen finden wie Herr Samuel seliger einer gewesen ist indem wir so miteinander redeten führt man etliche so vom Gegenteil waren gefangen worden überm Platz welches unseren Diskurs zerstörete weil wir die Gefangene auch beschaueten da vernahm ich eine Unsinnigkeit dergleichen ich mir nicht hätte dürfen träumen lassen es war aber eine neue Mode einander zu grüßen und zu bewillkommen dann einer von unserer Garnition welcher hier bevor dem Kaiser auch gedient hatte kannte einen von den Gefangenen zu dem ging er gab ihm die Hand druckte jenem die seinige vor lauter Freude und Treuherzigkeit und sagte dass dich der Hagel erschlage du lebst auch noch Bruder Potz Fickermend wie führt uns der Teufel hier zusammen ich habe schlag mich der Donner vor längst gemeint du wärst gehängt worden darauf antwortete der Ander Potz Blitz Bruder bist du's oder bist du's nicht dass dich der Teufel hole wie bist du hierher gekommen ich hätte mein Lebtag nicht gemeint dass ich dich wieder antreffen würde sondern habe gedacht der Teufel hätte dich vor längst hingeführt und und als sie wieder voneinander gingen sagte einer zum anderen anstatt behüte dich Gott strick zu strick zu morgen kommen wir vielleicht zusammen dann wollen wir brav miteinander saufen und uns exzellent lustig machen ist das nicht ein schöner gottseliger willkommen sagte ich zum Pfarrer und sind das nicht herrliche christliche wünsche haben diese nicht einen heiligen Vorsatz auf den morgenden Tag wer wollte sie vor christen erkennen oder ihnen ohne erstaunen zuhören wann sie einander aus christlicher liebe so zusprechen wie wird es dann hergehen wenn sie miteinander zanken her Pfarrer wann dies schäflein christi sind ihr aber dessen bestellter hört so will ich euch gebühren sie auf eine bessere weide zu führen ja antwortet der Pfarrer liebes kind es geht bei den gottlosen soldaten nicht anders her gott erbarme es wann gleich ich etwas sagte so wäre es so viel als wenn ich tauben predigte und ich hätte nichts anders davon als dieser gottlose bursch gefährlichen Hass ich verwunderte mich schwätzte noch eine weile mit dem Pfarrer und ging dem gubernator aufzuwarten denn ich hatte gewisse zeiten erlaubnis die stadt zu beschauen und zum Pfarrer zu gehen weil mein Herr von meiner einfalt Wind hatte und gedachte solche würde sich legen wenn ich herumterminierte etwas sehe hörete und von andern geschulet oder wie man saget gehobelt und gerülpt würde abenteuerliche simplicissimus teil 1 dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind in der public domain weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei simplex macht einen rauch in die kancelei daß ihn auch selbsten ist übel dabei meines herrn gunst vermehrte sich täglich und ward je länger je größer gegen mir weil ich nicht allein seiner schwester die den einsiedel gehabt hatte sondern auch ihm selbsten je länger je gleicher sah in dem die guten speisen und faule täge mich in kürze glattherig machten und mich anmutig genug vorstelleten diese gunst diese gunst genoss ich denn wer etwas mit dem gubernator zu tun hatte der er zeigte sich mir auch günstig und sonderlich mochte mich der sekretarius wohl leiden indem mich derselbe rechnen lernen mußte hatte er manche kurzweile von meiner einfalt und unwissenheit er war erst von den studien kommen und stag dahero noch voller schulpossen die ihm zu zeiten ein ansehen gaben als wann er einen sparen zu viel oder zu wenig gehabt hätte er überredete mich oft schwarz sei weiß und weiß sei schwarz dahero kam es daß ich ihm in der erste alles und aufs letzte gar nichts mehr glaubte ich tadelte ihm einsmals sein schmierig tintenfass er aber antwortete solches sei sein bestes stück in der ganzen kanzelei dann aus demselben lange er heraus was er begehre die schönsten dukaten kleider und in summa was er vermöchte hätte er nach und nach herausgefischt ich wollte nicht glauben daß aus einem so kleinen verächtlichen ding so herrliche sachen zu bekommen wären hingegen sagte er solches vermöge der spiritus papyri also nannte er die tinte und das tintenfass würde darum ein faß genennet weil es große sachen fasse ich fragte wie mans denn herausbringen könnte sintemal man kaum zween finger hineinstecken möchte er antwortete er hätte einen arm im kopf der solche arbeit verrichten müsse er verhoffe ihm bald auch eine schöne reiche jungfer herauszulangen und wann er das glück hätte so getraue er auch eigen land und leute herauszubringen welches gar nichts neues sei sondern wohl ehemals geschehen wäre ich mußte mich über diese künstliche griffe verwundern und fragte ob noch mehr leute solche kunst könnten oder dieselbe zu begreifen fähig wären freilich antwortete er alle kanzler doktoren sekretarii prokuratoren oder advokaten kommissarii notarii kauf und handelsherren und sonst unzählig viel andere mehr welche gemeiniglich wenn sie nur fleißig fischen und ihr interesse fleißig in acht genommen zu reichen herren daraus werden ich sagte so seien die bauren und andere arbeitsame leute nicht witzig daß sie im schweiß ihres angesichts ihr brot essen und diese kunst nicht auch lernen er antwortete etliche wissen der kunst nutzen nicht dahero begehren sie solche auch nicht zu lernen etliche wollten's gern lernen manglen aber des arms im kopf oder anderer mittel etliche lernen die kunst und haben arms genug wissen aber die griffe nicht so die kunst erfordert wenn man dadurch will reich werden andere wissen und können alles was dazu gehöret sie wohnen aber an der fehlhalde und haben keine gelegenheit wie ich die kunst rechtschaffen zu üben als wir dergestalt vom tintenfaß welches mich allerdings an des fortunati säckel gemahnete diskurierten kam mir das titularbuch ungefähr in die hände darin fand ich meines damaligen davorhaltens mehr torheiten als mir bisher noch nie vor augen kommen ich sagte zum sekretario dieses alles sind ja adamskinder und eines gemächts miteinander und zwar nur von staub und asche wo kommt dann ein so großer unterscheid her allerheiligst unüberwindlichst durchleuchtigst sind das nicht göttliche eigenschaften hier ist einer gnädig dort ist einer gestreng und was muß allzeit das geboren dabei tun man weiß ja wohl daß keiner vom himmel fällt auch keiner aus dem wasser entsteht und daß keiner aus der erde wächst wie ein krautskopf warum stehen nur hoch wohl vor großgeachtete da und keine geneunte oder wo bleiben die gefünfte gesechste und gesiebente was ist das vor ein närrisch wort vorsichtig welchem stehen dann die augen hinten im kopf der sekretarius mußte meiner lachen und nahm die mühe mir eines und des andern titul und alle worte in sonderheit auszulegen ich aber beharrte darauf daß die titul nicht recht geben würden es wäre einem viel rühmlicher wenn er freundlich tituliert würde als gestreng item wenn das wort edel an sich selbsten nichts anders als hochschätzbarliche tugenden bedeute warum es dann wenn es zwischen hochgeboren welches wort einen fürsten oder grafen anzeige gesetzt werde solchen fürstlichen titul verringere das wort wohlgeboren sei eine ganze unwahrheit solches würde eines jeden barons mutter bezeugen wenn man sie fragte wie es ihr bei ihres sohns geburt ergangen wäre indem ich nun dieses also belachte entrann mir unversehens ein solcher grausamer leibsdunst daß beides ich und der sekretarius darüber erschraken dieser meldete sich augenblicklich sowohl in unseren nasen als in der ganzen schreibstube so kräftig an gleichsam als wenn man ihn zuvor nicht genug gehöret hätte trolle dich du sau sagte der sekretarius zu mir zu andern säuen in stall mit denen du rülp besser zustimmen als mit ehrlichen leuten konversieren kannst er mußte aber sowohl als ich den ort räumen und dem gräulichen gestank den platz allein lassen und also habe ich meinen guten handel den ich in der schreibstube hatte dem gemeinen sprichwort nach auf einmal verkerbt kapitel 28 simplex ganz wunderlich lernet wahr sagen pflegt auch noch eine kunst davon zu tragen ich kam aber sehr unschuldig in dies unglück dann die ungewöhnliche speisen und arzeneien die man mir täglich gab meinen zusammengeschrumpelten magen und eingeschnortes gedärm wieder zurecht zu bringen erregten in meinem bauch viel gewaltige wetter und starke sturmwinde welche mich trefflich quäleten wann sie ihren ungestümen ausbruch sucheten und demnach ich mir nicht einbildete daß es übel getan sei wenn man diesorts der natur willfahre maßen einem solchen innerlichen gewalt in die länge zu widerstehen ohn daß unmöglich mich auch weder mein einsiedel weil solche gäste gar dünn bei uns gesäet wurden niemal nichts davon unterrichtet noch mein knähen verboten solche kerl ihres wegs nicht ziehen zu lassen als ließ ich ihnen luft und alles passieren was nur fort wollte bis ich erzähltermaßen mein kredit beim sekretario verloren zwar wäre dessen gunst noch wohl zu entbehren gewesen wann ich in keinen größern unfall kommen wäre dann mir ging's wie einem frommen menschen der nach hof kommt da sich die schlange wieder den nasikam goliath wieder den david minotaurus wieder tesäum medusa wieder persäum circe wieder ulyssem ägistus wieder menelaum paludes wieder coräbum medea wieder den peliam nessus wieder herkulem und was mehr ist altäa wieder ihren eigenen sohn meleagrum rüstet mein herr hatte einen ausgestochenen essig und durchtriebenen funken zum page neben mir welcher schon ein paar jahre bei ihm gewesen demselben schenkte ich mein herz weil er mit mir gleichen alters war ich gedachte dieser ist jonathan und du bist david aber er eiferte mit mir wegen der großen gunst die mein herr zu mir trug und täglich vermehrete besorgte ich möchte ihm vielleicht die schuhe gar austreten sah mich derowegen heimlich mit missgünstigen neidigen augen an und gedachte auf mittel wie er mir den stein stoßen und durch meinen unfall dem seinigen vorkommen möchte ich aber hatte taubenaugen und auch einen andern sinn als er ja ich vertraute ihm alle meine heimlichkeiten die zwar nicht anders als auf kindische einfalt und frömmigkeit bestunden dahero er mir auch nirgends zukommen konnte einsmals schwätzten wir im bette lang miteinander ehe wir entschliefen und indem wir vom wahrsagen redeten versprach er mich solches auch umsonst zu lernen hieße mich darauf den kopf unter die decke tun dann er überredete mich auf solche weise müßte er mir die kunst beibringen ich gehorchte fleißig und gab auf die ankunft des wahrsagergeistes genaue achtung glück derselbe nahm seinen einzug in meiner nase und zwar so stark daß ich unter dem bett vor unleidlichen gestank nicht mehr bleiben konnte sondern den ganzen kopf wieder unter der decke herführtun mußte was ist es sagte mein lehrmeister ich antwortete du hast einen streichen lassen und du antwortete er hast wahrsagt und kannst also die kunst am besten dieses empfand ich vor keinen schimpf denn ich hatte damals noch keine galle sondern begehrte allein von ihm zu wissen durch was vor einen vortel man diese kerl so stillschweigend abschaffen könnte mein kamerad antwortete diese kunst ist gering du darfst nur das linke bein aufheben wie ein hund der an eine ecke brunzt daneben heimlich sagen je päte je päte je päte und mithin so stark gedruckt als du kannst so spazieren sie so stillschweigend dahin als wann sie gestohlen hätten es ist gut sagte ich und wann schon es hernach stinkt so wird man vermeinen die hunde haben die luft verfälscht sonderlich wann ich das linke bein fein hoch werde aufgehoben haben ach dachte ich hätte ich doch diese kunst heute in der schreibstube gewußt kapitel 29 simplex ein auge von kalbskopf erschnappt über der tafel das ander ertappt des andern tages hatte mein herr seinen offizierern und andern guten freunden eine fürstliche gasterei angestellet weil er die angenehme zeitung bekommen daß die seinigen das feste haus braunfels ohn verlust einzigen manns eingenommen da mußte ich wie dann mein amt war wie ein anderer tischdiener helfen speisen auftragen einschenken und mit einem teller in der hand aufwarten den ersten tag ward mir ein großer fetter kalbskopf von welchen man zu sagen pflege daß sie kein armer fressen dürfe aufzutragen eingehändiget weil nun derselbig ziemlich mürb gesotten war ließ er das eine aug mit zugehöriger ganzen substanz ziemlich weit herauslappen welches mir ein anmutiger und verführischer anblick war und weil mich der frische geruch von der speckbrühe und aufgestreutem ingwer zugleich anreizete empfand ich einen solchen appetit daß mir das maul ganz voll wasser ward in summa das aug lachte meine augen meine nase und meinen mund zugleich an und bat mich gleichsam ich wollte es doch meinem heiß hungrigen magen einverleiben ich ließ mir nicht lang den rock zerreißen sondern folgte meinen begierden im gang hub ich das aug mit meinem löffel den ich erst denselben tag bekommen hatte so meisterlich heraus und schickte es ohne anstoß so geschwind an seinen ort daß es auch kein mensch in ward bis das schippen essen auf den tisch kam und mich und sich selbst verriet dann als man ihn zerlegen wollte und eins von seinen allerbesten gliedmaßen mangelte sah mein herr gleich warum der vorschneider stutzte er wollte fürwahr den spott nicht haben daß man ihm einen einäugigen kalbskopf aufzustellen das herz haben sollte der koch mußte vor die tafel und die so aufgetragen hatten wurden mit ihm examiniert zuletzt kam das fazit über den armen simplicium heraus daß nämlich ihm der kopf mit beiden augen aufzutragen wäre gegeben worden wie es aber weitergegangen davon wußte niemand zu sagen mein herr fragte meines bedünkens mit einer schrecklichen miene wohin ich mit dem kalbsaug kommen wäre ich ließe mich sein sauersehendes gesicht nicht erschrecken sondern geschwind wischte ich mit meinem löffel wieder aus dem sack gab dem kalbskopf den andern fang und wiese kurz und gut was man von mir wissen wollte maßen ich das anderaug gleich wie das erste in einem hui verschlang pardieu sagte mein herr dieser akt schmeckt besser als zehn kälber die anwesende herren lobten diesen ausspruch und nannten meine tat die ich aus einfalt begangen eine wunderkluge erfindung und vorbedeutung künftiger tapferkeit und unerschrockenen resolution also daß ich vor diesmal meiner strafe durch wiederholung eben desjenigen damit ich solche verdient hatte nicht allein glücklich entging sondern auch von etlichen kurzweiligen possenreißern fuchsschwänzern und tischräten dies lob erlangte ich hätte weißlich gehandelt daß ich beide augen zusammen logiert damit sie gleich wie in dieser also auch in jener welt einander hilfe und gesellschaft leisten könnten wozu sie dann anfänglich von der natur gewidmet wären mein herr aber sagte ich sollte ihm ein andern mal nicht wieder so kommen kapitel 30 simplex sieht erstmals berauschete leut meinet sie seien nicht worden gescheit bei dieser mahlzeit ich schätze es geschieht bei andern auch trat man ganz christlich zur tafel man sprach das tischgebet sehr still und allem ansehen nach auch sehr andächtig solche stille andacht kontinuierte so lang als man mit der suppe und den ersten speisen zu thun hatte gleichsam als wenn man in einem kapuzinerkonvent gesessen hätte aber kaum hatte jeder drei oder viermal gesegnet gott gesagt da ward schon alles viel lauter ich kann nicht beschreiben wie sich nach und nach eines jeden stimme je länger je höher erhub ich wollte dann die ganze gesellschaft einem orator vergleichen der erstlich sachte anfäht und endlich heraus donnert man brachte gerichter deswegen voressen genannt weil sie gewürzt und vor dem trunk zu genießen verordnet waren damit derselbe desto besser ein und fort ginge item bei essen weil sie bei dem trunk nicht übel schmecken sollten allerhand französischen potagen und spanischen olapodriden zu geschweigen welche durch tausendfältige künstliche zubereitungen und unzahlbare zusätze dermaßen verpfeffert übertummelt vermummelt vermummelt mixtiert und zum trunk gerüstet waren daß sie durch solche zufällige sachen und gewürz mit ihrer substanz sich weit anders verändert hatten als sie die natur anfänglich hervorgebracht also daß sie kneus manlius selbsten wann schon er erst aus asia kommen wäre und die besten köche bei sich gehabt dennoch nicht gekannt hätte ich gedachte warum wollten diese einem menschen der ihm solche und den trunk dabei schmecken lässet wozu sie denn vornehmlich bereitet sind nicht auch seine sinne zerstören und ihn verändern oder gar zu einer bestia machen können wer weiß ob zirze andere mittel gebrauchet hat als eben diese da sie des ulisses gefährten in schweine veränderte ich sah einmal daß diese gäste die trachten fraßen wie die säue darauf soffen wie die kühe sich dabei stelleten wie die esel und alle endlich kotzten wie die gerberhunde den edlen hochheimer bacheracher und klingenberger gossen sie mit kübelmäßigen gläsern in magen hinunter welche ihre wirkungen gleich oben im kopf verspüren ließen darauf sah ich meinen wunder wie sich alles veränderte nämlich verständige leute die kurz zuvor ihre fünf sinne noch gesund beieinander gehabt und treffliche diskursen auf die bahn gebracht hatten wie sie jetzt urplötzlich anfingen närrisch zu tun und die alberste dinge von der welt vorzubringen die große torheiten die sie begingen und die große trünke die sie einander zubrachten wurden je länger je größer also daß es schiene als ob diese beide um die wette miteinander stritten welches unter ihnen am größten wäre zuletzt verkehrte sich ihr kampf in eine unflätige sauerei nichts artlichers war als daß ich nicht wußte woher ihnen der dürmel kam sinnte mal mir die wirkung des weins oder die trunkenheit selbst noch allerdings unbekannt gewesen welches dann lustige grillen und phantastengedanken in meinem wirklichen nachsinnen satzte ich sah wohl ihre seltsame minas ich wußte aber den ursprung ihres zustandes nicht bis dahin hatte jeder mit gutem appetit das geschirr geleert als aber die mägen gefüllet waren hielt es härter als bei einem fuhrmann der mit geruhetem gespann auf der ebene wohl fortkommen am berg aber nicht hotten kann nachdem aber die köpfe auch toll wurden ersatzte ihre unmöglichkeit entweder des einen courage die er im wein eingesoffen oder beim andern die treuherzigkeit seinem freund eins zu bringen oder beim dritten die teutsche redlichkeit ritterlich bescheid zu tun nachdem aber solches die länge auch nicht bestehen konnte beschwur je einer den andern bei großer herren und sonst lieber freunde oder bei seiner liebsten gesundheit den wein maßweiß in sich zu schütten worüber manchem die augen übergingen und der angstschweiß ausbrach doch mußte es gesoffen sein ja man machte zuletzt mit trommeln pfeifen und seitenspiel lärmen und schoß mit stücken dazu ohne zweifel darum dieweil der wein die mägen mit gewalt einnehmen mußte mich verwundert wohin sie ihn doch alle schütten könnten weil ich noch nicht wußte daß sie solchen ehe er recht warm bei ihnen ward wiederum mit großem schmerzen aus eben dem ort herfür gaben wohinein sie ihn kurz zuvor mit höchster gefahr ihrer gesundheit gegossen hatten mein pfarrer war auch bei dieser gasterei ihm beliebte sowohl als anderen weil er auch sowohl als andere ein mensch war und wider seinen willen mitmachen mußte einen abtritt zu nehmen ich ging ihm nach und sagte mein herr pfarrer warum tun doch die leute so seltsam woher kommt es doch daß sie so hin und her torkeln mich dünkt schier sie seien nicht mehr recht witzig sie haben sich alle satt gessen und getrunken und schwören bei teufel holen wann sie mehr saufen können und dann noch hören sie nicht auf sich auszuschoppen müssen sie es tun oder verschwenden sie gott zu trutz aus freiem willen so unnützlich liebes kind antwortete der pfarrer weinein witz aus das ist doch nichts gegen dem das künftig ist morgen gegen tag ist noch schwerlich zeit bei ihnen voneinander zu gehen dann wann schon ihre mägen gedrungen vollstecken so sind sie jedoch noch nicht recht lustig gewesen zerbersten dann sagte ich ihre bäuche nicht wann sie immer so unmäßig einschieben können dann ihre seelen die gottes ebenbild sein in solchen mast schweinkörpern verharren in welchen sie doch gleichsam wie in finstern gefängnissen und ungeziefermäßigen diebstürnen ohne alle gottselige regungen gefangen liegen ihre edlen seelen sag ich wie mögen sich solche so martern lassen warum bleiben sie in solchen stinkenden kloaken verschlossen seint nicht ihre sinne welche sich ihrer seelen bedienen sollten wie in dem eingeweiht der unvernünftigen tiere begraben hals maul antwortete der pfarrer du dürftest sonst getreulich pumpes kriegen hier ist keine zeit zu predigen ich wollt sonst besser als du verrichten als ich dieses hörete sah ich ferner stillschweigend zu wie man speise und trank mutwillig verderbte unangesehen der arme lazarus den man damit hätte laben können in gestalt vieler hundert vertriebenen wetterauer denen der hunger zu den augen herausguckte vor unsern türen verschmachtete weil naut im schrank war kapitel 31 simplex sein kunst einmal fleißig probiert welche macht daß er wird tapfer geschmiert als ich dergestalt mit meinem teller in der hand vor der tafel aufwartete und in meinem gemüt von allerhand tauben und werklichen gedanken geplagt ward ließ mich mein bauch auch nicht zufrieden er kurrete und murrete ohne unterlaß und gab dadurch zu verstehen daß bursch in ihm vorhanden wären die in freien luft begehrten ich gedacht mir von dem ungeheuren gerümpel abzuhelfen den pass zu öffnen und mich dabei meiner kunst zu bedienen die mich erst die vorige nacht mein kamerad gelernt hatte solchem unterricht zu folg hub ich das linke bein samt dem schenkel in alle höhe auf druckte von allen kräften was ich konnte und wollte meinen spruch je pähte zugleich dreimal heimlich sagen als aber der ungeheure gespann der zum hindern hinauswischte wieder mein verhoffen so greulich tönete wußte ich vor schrecken nicht mehr was ich täte mir ward einsmals so bang als wann ich auf der leite am galgen gestanden wäre und mir der henker bereits den strick hätte anlegen wollen und in solcher gählingen angst so verwirret daß ich auch meinen eigenen gliedern nicht mehr befehlen konnte maßen mein maul in diesem urplötzlichen lärmen auch rebellisch wurde und dem hindern nichts bevorgeben noch gestatten wollte daß er allein das wort haben es aber das zum reden und schreien erschaffen seine reden heimlich brummeln sollte derowigen ließ solches dasjenige so ich heimlich zu reden im sinn hatte dem hindern zu trutz überlaut hören und zwar so schrecklich als wenn man mir die kehle hätte abstechen wollen je greulicher der unterwind knallete je grausamer das je pähte oben heraus fuhr gleichsam als ob meines magens ein und ausgang einen wettstreit miteinander gehalten hätten welcher unter ihnen beiden die schrecklichste stimme von sich zu donnern vermöchte hierdurch bekam ich wohl linderung in meinem eingeweiht dagegen aber einen ungnädigen herrn an meinem gouverneur seine gäste wurden über diesem unversehenen hall trompetenschall und hintern kartaunenknall fast wieder alle nüchtern ich aber weil ich mit aller meiner angewandten mühe und arbeit keinen wind bannen können in eine futterwanne gespannet und also zerkarbeitscht daß ich noch bis auf diese stunde daran gedenke solches waren die ersten bastonaden die ich kriegte seit ich das erste mal luftgeschöpft weil ich denselben so abscheulich verderbt hatte in welchem wir doch gemeinschaftlicherweise leben müssen da brachte man rauchtefelein und kerzen und die gäste suchten ihre bisemknöpfe und balsambüchslein auch sogar ihren schnupftabak hervor aber die beste aromata wollten schier nichts erklecken also hatte ich von diesem aktu den ich besser als der beste komödiant in der welt spielte friede in meinem bauch hingegen schläg auf den buckel die gäste aber ihre nasen voller gestank und die aufwarter ihre mühe wieder einen guten geruch ins zimmer zu machen ende von kapitel 31 buch 1 der abenteuerliche simplicissimus teil 1 von hans jakob christophel von grimmelshausen abschnitt 10 erstes buch kapitel 32 bis 34 32. kapitel simplex sieht seine leute tapfer aussaufen und auch der pfarrer muss endlich weglaufen wie dies vorüber war mußte ich wieder aufwarten wie zuvor mein pfarrer war noch vorhanden und wurde sowohl als andere zum trunk genötiget er aber wollte nicht recht daran sondern sagte er möchte so bestialisch nicht saufen hingegen erwiese ihm ein guter zechbruder daß er pfarrer wie eine bestie er der säufer und andere anwesende aber wie menschen söffen dann sagte er ein vieh säuft nur so viel als man ihm wohl schmecket und den durst löschet weil sie nicht wissen was gut ist noch den wein trinken mögen uns menschen aber beliebt daß wir uns den trunk zunutz machen und den elen rebensaft einschleichen lassen wie unsere voreltern auch getan haben so wohl sagte der pfarrer es gebühret mir aber rechtem maß zu halten wohl antwortete jener ein ehrlicher mann hält sein wort und ließ ihm darauf einen mäßigen becher einschenken denselben dem pfarrer zuzuzotteln er hingegen ging durch und ließ den säufer mit seinem eimer stehen als dieser abgeschafft war ging es drunter und drüber und ließ es sich ansehen als wann diese gasterei eine bestimmte zeit und gelegenheit sein sollte sich gegeneinander mit voll saufen zu rächen einander in schande zu bringen oder sonst einen possen zu reißen dann wann einer expediert ward daß er weder sitzen gehen oder stehen mehr konnte so hieß es nun ist es wert du hast mir's hier bevor auch so gekocht itzt ist dir's eingetränkt und so fortan etc welcher aber ausdauern und am besten saufen konnte wußte sich dessen groß zu machen und dünkte sich kein geringer kerl zu sein zuletzt türmelten sie alle herum als wann sie bilsensamen genossen hätten es war eben ein wunderliches faßnachtspiel an ihnen zu sehen und war doch niemand der sich darüber verwunderte als ich einer sang der andere weinete einer lachte der andere trauerte einer fluchte der andere betete einer schrie überlaut courage der andere konnte nicht mehr reden einer war stille und friedlich der ander wollte den teufel mit raufhändeln bannen einer schlief und schwieg still der ander plauderte da sonst keiner vor ihm zukommen konnte einer erzählte seine liebliche bullerei der ander seine erschröckliche kriegstaten etliche redeten von der kirche und geistlichen sachen andere von der ratio status der politik welt und reichshändeln teils liefen hin und wieder als ein quecksilber und konnten an keiner stelle bleiben andere lagen und vermochten nicht den kleinsten finger zu regen geschweige aufrecht zu gehen oder zu stehen etliche fraßen wie die drescher und als ob sie acht tag hunger gelitten hätten andere kotzen wieder was sie denselbigen ganzen tag eingeschluckt hatten einmal ihr ganzes tun und lassen war dermaßen possierlich närrisch seltsam und dabei so sündhaftig und gottlos daß der mir entwischte üble geruch darum ich gleichwohl so greulich zerschlagen worden nur ein scherz dagegen zu rechnen endlich satzte es unten an der tafel ernstliche streithändel da warf man einander gläser becher schüsseln und teller an die köpfe und schlug nicht allein mit fäusten sondern auch mit stühlen stuhlbeinen degen und allerhand sieben sachen drein das etlichen der rote saft über die ohren lief aber mein herr stillete den handeln gleich wiederum 33 kapitel simplex sieht wie sein herr ein fuchsen schießet und er auch etliche brocken genießet da es nun wieder frieden worden nahmen die meistersäufer die spielleute samt den frauenzimmern und wanderten in ein ander haus dessen saal auch zu einer anderen torheit erkoren und gewidmet war mein herr aber satze sich auf sein lotterbette weil ihm entweder vor zorn oder der überfüllung wehe war ich ließ ihn liegen wo er lag damit er ruhen und schlafen könnte war aber kaum unter die tür des zimmers kommen als mir pfeifen wollte und solches doch nicht konnte er rief aber nichts anderes als simpels ich sprang zu ihm und fand ihm die augen verkehren wie ein vieh das man absticht ich stund da vor ihm wie ein stockfisch und wußte nicht was zu tun war er aber deutete aufs frisor und lallete brbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbr und als ich zu ihm kam, hatte er ein paar Backen wie ein Trompeter. Er erwischte mich geschwind bei dem Arm und akkommodierte mich zu stehen, dass ich ihm das Lavor gerade vors Maul halten musste. Solches brach ihm mit schmerzlichen Herzstößen unversehens auf und goss eine solche wüste Materie in bemeldtes Lavor, das mir vor unleidlichem Gestank schier ohnmächtig ward, sonderlich, weil mir etliche Brocken, salwen, ins Gesicht spritzten. Ich hätte beinahe auch mitgemacht, aber als ich sahe, wie er verbleichte, ließe ich's aus Furcht unterwegen und besorgte, die Seele würde ihm samt dem Unflat durchgehen, weil ihm der kalte Schweiß ausbrach und sein Angesicht einem Sterbenden ähnlich sahe. Als er sich aber gleich wieder erholete, ließ er mich frisch Wasser bringen, damit er seinen Weinschlauch wieder ausspülete. Demnach befahl er mir, den Fuchs hinwegzutragen, welcher mich, weil er in einem silbern Lavor lag, nichts Verächtliches, sondern eine Schüssel voller Voressen vor vier Mann zu sein bedünkte, das sich bei Leib nicht hinwegzuschütten gebühre. Zudem wußte ich wohl, dass mein Herr nichts Schlimmes in seinem Magen gesammlet, sondern herrliche und delikate Pastetlein, wie auch von aller Hand Gebackenes, Geflügel, Wildbrät und zahmen Vieh, welches man alles noch artlich unterscheiden und kennen konnte. Ich schummelte mich damit, wußte aber nicht, wohin, oder was ich daraus machen sollte, durfte auch meinen Herrn nicht fragen. Ich ging zum Hofmeister, dem wiese ich dieses schöne Traktament und fragte, was ich mit dem Fuchs machen sollte. Er antwortete, »Narr, jäh und bring ihm dem Körschner, dass er den Balk bereite.« Ich fragte, wo der Körschner sei. »Nein«, antwortete er, da er meine Einfalt sahe, »Bring ihm den Doktor, damit er daran sehe, was vor einem Zustand unser Herr habe.« Solchen Aprilengang hätte ich getan, wann der Hofmeister nicht was anderes gefürchtet hätte. Er ließ mich derowegen den Bettel in die Küche tragen, mit Befehl, die Märkte sollten's aufheben und einem Pfeffer drüber machen, welches ich ernstlich ausrichtete und deswegen von den Schleppsäcken mächtig agiert worden. 34. Kapitel Simplex kommt ungefähr zu einem Tanz, da er dann wieder versiert die Schanz. Mein Herr ging eben aus, als ich meines Lavors los wurden. Ich trat ihm nach gegen einem großen Haus, allwo ich im Saal Männer, Weiber und ledige Person so schnell untereinander herumhaspeln sahe, dass es frei wimmelte. Die hatten ein solches Getrippel und Gejöl, das ich vermeinte, sie wären alle rasend worden. Dann, ich konnte nicht ersinnen, was sie doch mit diesem Wüten und Toben vorhaben möchten. Ja, ihr Anblick kam mir so grausam, fürchterlich und schrecklich vor, dass sie mir alle Haagenberg stunden und konnte nichts anderes glauben, als sie müssten aller ihrer Vernunft beraubt sein. Da wir näher hinzukamen, sahe ich, dass es unsere Gäste waren, welche den Vormittag noch witzig gewesen. Mein Gott, gedachte ich, was haben doch diese armen Leute vor? Ach, es hat sie gewißlich eine Unsinnigkeit überfallen. Bald fiel mir ein, es möchten vielleicht höllische Geister sein, welche in dieser angenommenen Weise dem ganzen menschlichen Geschlecht durch solch leichtfertig Geläuf und Affenspiel spotteten. Dann, ich gedachte, hätten sie menschliche Seelen und Gottes Ebenbild in sich, so täten sie auch wohl nicht so unmenschlich. Als mein Herr in Hausehren kam und zum Saal eingehen wollte, hörete die Wut eben auf, ohne, dass sie noch ein Buckens und Duckens mit den Köpfen und ein Kratzen und Schuhschleifens mit den Füßen auf den Boden machten, dass mich deuchte, sie wollten die Fußstapfen wieder austilgen, die sie in während der Raserei getreten. Am Schweiß, der ihnen über die Gesichter floss und an ihrem Geschnäuf konnte ich abnehmen, dass sie sich stark zerarbeitet hatten, aber ihre fröhlichen Angesichter gaben zu verstehen, dass sie solche Bemühungen nicht sauer ankommen. Ich hätte trefflich gewußt, wohin doch das närrische Wesen gemeint sein möchte, fragte derowegen meinen Kamerad und vermeinten, aufrichtigen, vertrauten Herzbruder, der mich erst kürzlich das Wahrsagen gelernet, was solche Wut bedeute oder wozu dieses rasende Trippen und Trappen angesehen sei. Der berichtete mich vor eine gründliche Wahrheit, dass sich die Anwesende vereinbart hätten, dem Saal den Boden mit Gewalt einzutreten. Warum vermeinst du wohl, sagte er, dass sie sich sonst so tapfer tummeln sollten, hast du nicht gesehen, wie sie die Fenster vor kurzweile schon ausgeschlagen? Eben also wird es auch diesem Boden gehen. Herrgott, antwortete ich, so müssen wir ja mit zugrund gehen und im Hinunterfallen samt ihnen Hals und Bein brechen. Ja, sagte mein Kamerad, darauf ist's angesehen und da geheilen sie sich dem Teufel darum. Du wirst sehen, wenn sie sich also in Todesgefahr begeben, dass jeder eine hübsche Frau oder Jungfer erwischt, dass man sagt, es pflege denen Paaren, zu also zusammenhalten fallen, nicht bald wehe zu geschehen. Indem ich dies alles glaubte, überfiel mich eine solche Angst und Todessorge, dass ich nicht mehr wusste, wo ich bleiben sollte. Und als die Musikanten, deren ich bisher noch nicht wahrgenommen, noch dazu sich hören ließen, auch die Kerl den Damen zuliefen, wie die Soldaten ihrem Gewehr und Posten, wann sie die Trommeln hören, Lärmen rühren, und jeder eine bei der Hand adappte, war mir nicht anders, als wann ich allbereit den Boden eingehen und mich und viel andere mehr die Hälse abstürzen sähe. Da sie aber anfingen zu gumpen, dass der ganze Bau zitterte, weil man eben einen drolligen Gassenhauer aufmachte, gedachte ich, nun ist es um dein Leben geschehen, nun, simplex, wirst du das letzte Mal ein Mensch gewesen sein. Ich vermeinte nicht anders, als der ganze Bau wurde urplötzlich einfallen. Derowegen erwischte ich in der allerhöchsten Angst eine Dame von hohem Adel und vortrefflichen Tugenden, mit welcher mein Herr eben konversierte, unversehens beim Arm, wie ein Bär und hielte sie wie eine Klette. Da sie aber zuckte und nicht wußte, was vor närrische Grillen in meinem Kopf steckten, spielte ich das Desperat und fing aus Verzweiflung an zu schreien, als war man mich hätte ermorden wollen. Das war aber noch nicht genug, sondern es entwischte mir auch ungefähr etwas in die Hosen, so einen über alle Maßen üblen Geruch von sich gab, dergleichen meine Nase lange Zeit nicht empfunden. Die Musikanten wurden gählig still, die Tänzer und Tänzerinnen höretten auf und die ehrliche Dame, deren ich am Arm hing, befand sich offendiert, weil sie ihr einbildete, mein Herr hätte ihr solches zum Schimpf tun lassen. Darauf befahl mein Herr, mich zu prügeln und hernach irgendhin einzusperren, weil ich ihm denselben Tag schon mehr Possen gerissen hätte. Die Furierschützen so exekuieren sollten, hatten nicht allein Mitleiden mit mir, sondern konnten auch vor Gestank nicht bei mir bleiben, entübrigten mich dero halber der Stöße und sperrten mich unter eine Stege im Gänsstall. Seit Hero habe ich der Sache vielmals nachgedacht und bin der Meinung worden, dass solche Exkrementer, die einem aus Angst und Schrecken entgehen, viel üblern Geruch von sich geben, als wann einer eine starke Purgation eingenommen. Ende von Kapitel 32 bis 34 Buch 1 Abschnitt 11 von Der abenteuerliche Simplicismus Teil 1 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Simplex pflegt Händel im Stall zu erfahren, als sich ein Gänzer und Gänzen will paaren. In meinem Gänzstall konzipierte und überlegte ich, was beides vom Tanzen und Saufen ich, im ersten Teil meiner schwarzen Weiß hierbevor geschrieben, ist derer wegen unnötig, diesort etwas Fernes davon zu melden. Doch kann ich nicht verschweigen, dass ich damals noch zweifelte, ob die Tänzer den Boden einzutreten so gewütet, oder ob ich nur so überredet wurde. Jetzt will ich ferner erzählen, wie ich wieder aus dem Gänzkerker kam. Drei ganze Stunden, nämlich bis sich das Präludium Veneres, der Ehrlige Tanz, sollte ich gesagt haben, geendet hatte, musste ich in meinem eigenen Unlust sitzen bleiben, ehe einer herzüchtig und an dem Riegel anfing zu mrabbeln. Ich laustete wie eine Sau, die ins Wasser handt, der Kerl aber so an der Tür war, machte solche nicht allein auf, sondern wischte auch ebenso geschwind hinein, als gern ich herausschen gewesen wäre, und schleppte noch dazu ein Weibsbild an der Hand mit sich daher, gleich wie ich beim Tanz hatte tun sehen. Ich konnte nicht wissen, was es abgeben sollte, weil ich aber vieler seltsamen Abenteuren, die meinem nährlichen Sinn denselben Tag begegnet, schier gewohnt war und ich mich drein ergeben hatte, führte hin, als mit Geduld und Stillschweigen zu ertragen, was mir mein Behängnis zuschicken würde, als schmückte ich mich zu der Tür mit Furcht und Zittern, das Ende erwartende. Gleich darauf erhob sich zwischen diesen beiden ein Glispel, daraus ich zwar nichts anderes verstund, als dass ich das eine Teil über den bösen Gerüch desselben Orts, er war aber aus meinen Hosen, beklagte, und hingegen der andere Teil das erste hinwiederum tröstete. Gewißlich, schönste Dame, sagte er, mir ist versichert von Herzenleid, dass uns, die Früchte der Liebe zu genießen, vom mißgünstigen Glück kein ehrlicher Ort gegönnet wird. Aber ich kann daneben beteuern, dass mir ihre holzselige Gegenwart diesen berechtlichen Winkel anmutiger macht, als das lieblichste Paradeis selbst sind. Hierauf hörte ich küssen und vermerkte seltsame Postüren. Ich wußte aber nicht, was es war oder bedeuten sollte, schwieg dererwegen noch Führte so still als eine Maus. Wie sich aber auch sonst ein possierlich Geräusch erhob und der Gänzstall, so nur von Brettern unter der Stege getefelt war, ziemlich und kontinuierlich zu krachen anfing, zumal das Weibsbild sich anstellte, als ob ihr gar weh bei der Sache geschehe, da gedachte ich, dass seien zwei von den wütenden Leuten, die den Boden helfen, eintreten und sich jetzt hierher begeben haben, da gleicherweise zu Hause und dicht ums Leben zu bringen. Sobald diese Gedanken mich einnahmen, sobald nahm ich hingegen die Tour ein, dem Tod zu entfliehen. Dadurch ich mit einem solchen Mordio Geschrei hinauswischte, das natürlich lautete wie dasjenige, das mich an denselben Ort gebracht hätte. Doch war ich so gescheit, dass ich die Tür hinter mir wieder zuriegelte und hingegen die offene Haustür suchte. Dieses nun war die erste Hochzeit, bei der ich mit meinem Lebtag befunden, unangesehen, ich nicht dazu geladen worden. Hingegen durfte ich aber auch nichts schenken, wie wohl mir hernach der Hochzeit die Zecke desto teurer rechnete, die ich auch redlich bezahlte. günstige Leser, ich erzähle diese Geschichte nicht darum, damit er viel darüber lachen solle, sondern damit meine Historie ganz sei und der Leser zu Gemüt führe, was verehrbare Früchte von dem Tanzen zu gewahrten seien. Dies halte ich einmal vor gewiss, dass bei den Tänzen mancher schlimmer und leichtfertiger Kauf gemacht wird, dessen sich hernach eine ganze Freundschaft zu schämen hat. Zweites Kapitel Simplex Anzeiget waren gut Zeit zu baden, dass es den Menschen werden immer mehr schaden. Obzwar ich nun dergestalt aus dem Ganzstall glücklich entkommen, so war ich jedoch erst meines Unglücks recht gewahr, denn meine Hosen waren voll und ich wusste nicht, wohin mit der Latwerken. In meines Herrenquartiers war alles still und schlafend, daher durfte ich mich zur Schildwacht, die vorm Hausstund nicht nähen. In der Hauptwache Cordegard wollte man mich nicht leiden, weil ich viel zu übel stank. Auf der Gasse zu bleiben war es mir gar zu kalt und unmöglich, also dass ich nicht wusste, wo aus noch ein. Es war schon weit von Mitternacht, als mir einfiel, ich sollte mein Zuflucht zu dem viel gemeldeten Fahrer nehmen. Ich folgete meinem Gutbefinden vor der Tür anzuklopfen, damit war ich so importun, dass mich endlich die Magd mit Unwillen einließ. Als sie aber roche, was ich mitbrachte, dann ihre lange Nase verriet gleich meine Heimlichkeit, ward sie noch schelliger. Derowegen fing sie an, mit mir zu keifen, welches ihr Herr, so nunmehr fast ausgeschlafen hatte, bald höret. Er ruft uns beiden vor sich ans Bett, gleichsam, als ob er auch Teil am guten Geruch hätte haben wollen. Sobald er aber merkte, wo der Haas im Pfeffer lag und die Nase ein wenig gerümpft hatte, sagte er, es sei niemals, unangesehen, was die Kalender schreiben, besser baden, als in solchem stand, darin ich mich an jetzt so befände. Er befahl auch seine Magd, und zwar gleichsam bittweise, sie sollte, bis es vollends Tag würde, meine Kosen waschen und vor den Stubenoffen hängen, mich selbst aber in ein Bett legen, dann er sahe wohl, dass ich vor Frost ganz erstarrt war. Ich war kaum erwarmt, da es anfing zu tagen, so stund der Pfarrer schon vor dem Bette, zu vernehmen, wie es mir gegangen und wie meine Hände beschaffen wären, weil ich meines nassen Hemdes und der Hosen halber noch nicht aufstehen konnte, zu ihm zu gehen. Ich erzählte ihm alles und machte den Anfang an der Kunst, die mich mein Kamerad gelernt und wie übel sie geraten. Folgens meldete ich, dass die Gäste, nachdem er dem Pfarrer hinweg gewesen, ganz unsinnig wären worden und, maßend mich mein Kamerad also berichtet, ihnen vorgenommen hätten, dem Haus den Boden einzutreten. In dem, in was vor eine schreckliche Angst ich darüber geraten und auf was Weise ich mich vom Untergang konservieren wollen, darüber aber in Gänsstall gesperrt wurden, auch was ich in denselben von den Zweien, so mich wieder erlöset, vor Wort und Werke vernommen und welcher Gestalt, ich sie beide an meiner Stadt eingesperrt. Simplici, sagte der Pfarrer, deine Sachen stehen lausig, du hattest einen guten Handel, aber ich sorge, ich sorge, es sei verschärzt. Pache dich nur geschwind aus dem Bette und trolle dich aus dem Haus, damit ich nicht samt dir in deines Herrn Ungnade komme, wenn man dich bei mir findet. Also musste ich mit meinem feuchten Gewand hinziehen und zum ersten Mal erfahren, wie wohl einer bei Mäniglich daran ist, wann er seines Herrn Gunst hat, und wie schäl einer hingegen angesehen wird, wann solcher hinket, oder dieselbe gar verscherzt ist. Ich ging in meines Herrn Quartier, darin noch alles steinhart schlief, bis auf den Koch und ein paar Mägt. Diese putzten das Zimmer, darin man Gästen gezeigt, jene aber rüstete aus dem Abschrötteln wieder ein Frühstück oder vielmehr ein Imbiss zu. Am ersten kam ich zu den Mägden, bei denen lag es hin und wieder voller zerbrochener so trinkt als Fenstergläser. An Teilsorten war es voll von dem, so unten und oben weggangen, und an anderen Orten waren große Lachen von verschüttendem Wein und Bier, also dass der Boden eine Landkarte gleich sah, darin man unterschiedliche Meere, Insüllen und drückende oder fußfeste Länder hätte abbilden und vor Augen stellen wollen. Es stank im ganzen Zimmer viel übler als in meinem Gänsstall. Deror wegen war auch meines Bleibens nicht lang das Selbsten, sondern ich machte mich in die Küche und ließ meine Kleider beim Feuer am Leib vollends drücknen, mit Furcht und Zittern erwartend, was das Glück, wenn mein Herr ausgeschlafen hätte, fernes in mir wirken wollte. Daneben betrachtete ich der Welt Torheit und Unsinnigkeit und zog alles zu Gemüte, was mir verwichenden Tag und selbige Nacht begegnet war, auch was ich sonst gesehen, gehört und erfahren hätte. Solche Gedanken verursachten, dass ich damals meines Einsiedlers geführtes Dürftig und Elenleben vor Glückselig schätzte und ihn und mich wieder in vorigen Stand wünschete. Das dritte Kapitel Simplex des Parge, sein Lehrgeld erzählt, er selbst wird zu einem Narren erwählt. Als mein Herr aufgestanden, schickte er seinen Leibschützen hin, mich aus dem Gänsstall zu holen. Der brachte Zeitung, dass er die Tür offen und ein Loch hinter dem Riegel mit einem Messer geschnitten gefunden, vermittels dessen der Gefangene sich selbst erledigt hätte. Ehe aber solche Nachricht einkam, verstund mein Herr von anderen, dass ich vorlängst in der Küche gewesen. Indessen mussten die Diener hin und wieder laufen, die gestrige Gäste vom Frühstück einzuholen, unter welchen der Pfarrer auch war, welcher zeitlicher als andere erscheinen musste, weil mein Herr meinetwegen mit ihm reden wollte, ehe man zur Tafel saße. Er fragte ihn erstlich, ob er mich vorwitzig oder nährisch hielte, oder ob ich so einfältig oder so boshaftig sei, und erzählte ihm damit alles, wie unehrbarlich ich mich dem vorigen Tag und Abend so wohl vor der Tafel als bei dem Tanz gehalten, welches teils von seinen Gästen übel empfunden und aufgenommen werden, als wäre es ihnen zum Dispekt mit Fleiß so eingestellt worden, indem, dass er mich hätte in den Gänsstall versperren lassen, sich vor der gleichen Spott, so ich ihm noch hätte zufügen können, zu versichern, aus welchem ich aber gebrochen und nun in der Küche umgehe wie ein Juncker, der ihm nicht mehr aufwarten dürfe. Sein Lebtag sei ihm kein solcher Posse widerfahren, als ich ihm in Gegenwart so viele ehrliche Leute gerissen, er wisse nichts anderes mit mir anzufangen, als dass er mich lasse abprügeln, und weil ich mich so dumm anließe, wieder vor den Teufel hinjage. Inzwischen, als mein Herr so übermittklagte, sammelten sich die Gäste nach und nach. Da er aber ausgeredet hatte, antwortete der Pfarrer, wann ihm der Herr Gouverneur eine kleine Zeit mit ein wenig Geduld zuzuhören beliebte. So wollte er von Simplicio, der Sachen halber eins und anders Lustiges erzählen, dass man nichts Artliches erdenken könnte, daraus nicht allein seine Unschuld zu vernehmen sein, sondern auch denen, so sich seines Verhaltens halber diskutierend befinden wollten, als ungleiche Gedanken benommen würden. Dies würde beliebt, doch dass es über Tisch geschehe, damit die ganze Kampagne auch Part davon hätte. Als man dergestalt oben in der Stube von mir redete, akkordierte der tolle Fenrich, den ich an meiner Stelle selber an der eingesperrt hatte, unten mit mir in der Küche und brachte mich durch Drohwörter und einen Taler, den er mir zusteckte, dahin, dass ich ihm versprach, von seinen Händen reinen Mund zu halten. Die Tafeln wurden gedeckt und wie den vorigen Tag mit Speisen und Leuten besetzt. Wermut, Salbei, Arland, Quitten und Zitronenwein mussten neben dem Hippokras den Säufern ihre Köpfe und Mägen wieder begütigen, denn sie waren schier als des Teufels Mertüre. Ihr erstes Gespräch war von ihnen selbsten, nämlich, wie sie gestern einander so brav voll gesaufen hätten, und war doch keiner unter ihnen, der gründlich gestehen wollte, dass er voll gewesen. Wie wohl den Abend zuvor teils bei Teufelholen geschworen, sie könnten nicht mehr saufen, auch Wein, mein Herr, geschrien und wieder geschrien hatten. Etliche zwar sagten, sie hätten gute Räuche gehabt, andere aber bekannten, dass sich keiner mehr voll surfe, sind die Räuche aufkommen. Als sie aber von ihren eigenen Torheiten beides zu reden und zu hören müde waren, musste sich der arme Simplicius leiden. Der Gouverneur selbst erinnerte den Pfarrer, die lustigen Sachen zu eröffnen, wie er versprochen hätte. Dieser bat zuvörderst, man wollte ihm nichts vor ungut halten, da wenn er etwa Wörter reden müßte, die seiner geistigen Person, übel anständig zu sein, bemerkt würden, fing darauf an, zu erzählen, erstlich aus was natürlichen Ursachen mich die Leibsdünste zu plagen pflegten, was ich durch solche dem Sekretario vor eine Unlust in die Kanzlei angerichtet, was ich neben dem Wahrsagen vor einer Kunst da wiedergelernt, und wie schlimm solche in den Probe bestanden. Item, wie seltsam mir das Tanzen vorkommen, weil ich dergleichen nie mal gesehen, was ich vor Bericht des Halber von meinem Kameraden eingenommen, welcher Ursachen halber ich dann die vornehme Dame ergriffen und darüber in Gänzstall kommen. Solches aber brachte er mit einer wohl anständigen Art zu reden vor, dass sie sich trefflich zerlachen mussten, entschuldigte dabei meinen Einfalt und Unwissenheit so bescheidendlich, dass ich wieder in meines Herrn Gnade kam und der Tafel aufwarten durfte. Aber von dem, was mir im Gänzstall begegnet und wie ich wieder daraus erlöset wurde, wollte er nichts sagen, weil ihn bedünkte, es hätten sich an seiner Person etliche saturnische Holzblöcke geärgert, die da vermeinten, Geistliche sollten nur immer sauer sehen. Hingegen fragte mich mein Herr, seinen Gästen einen Spaß zu machen, was ich meinem Kamerad gegeben hätte, dass er mich so saubere Künste gelehrt, und als ich antwortete, »Nichts«, sagte er, »so will ich ihm das Lehrgeld vor dich bezahlen«, wie er ihn dann hierauf in eine Fütterwanne spannen und allerdings Karbeitchen ließ, wie man mir es den vorigen Tag gemacht, als ich die Kunst probiert und falsch befunden hatte. Mein Herr hatte nunmehr genug Nachricht von meiner Einfalt, wollte mich derer wegen stimmen, ihm und seinen Gästen mehr Lust zu machen. Er sahe wohl, dass die Musikanten nichts galten, solange man mich unterhanden haben würde. Dann ich bedünkte mit meinen närrischen Einfällen, jedermann über siebzehn Lauten zu sein. Er fragte, warum ich die Tür an dem Gänzstall zuschnitten und reißaus gespielt hätte. Ich antwortete, das mag jemand anderes getan haben. Er fragte, wer dann? Ich sagte, vielleicht der soll zu mir kommen. Wer ist dann zu dir kommen? Ich antwortete, das darf ich niemand sagen. Mein Herr war ein geschwinder Kopf und sah wohl, wie man mir lausen müsste. Deror wegen übereilte er mich und fragte, wer mir solches dann verboten hätte. Ich antwortete gleich, der tolle Fenrich. Demnach ich aber ein jedes Mann gelächter merkte, dass ich mich gewaltig verheuern haben müsste, der tolle Fenrich so mit am Tisch saß, auch so rot war wie ein glühender Kohle, als wollte ich nichts mehr schwätzen. Es würde mir dann von demselben erlaubt. Es war aber nur, um einen Wünk zu tun, den mein Herr dem tollen Fenrich anstatt eines Befehls gab, da durfte ich reden, was ich wusste. Darauf fragte mich mein Herr, was der tolle Fenrich bei mir im Gänzstall zu tun gehabt. Ich antwortete, er brachte ein Jungfurt zu mir hinein. Was tät er aber weiter, sagte mein Herr. Ich antwortete, mich deuchte, er wollte im Stahl sein Wasser abgeschlagen haben. Mein Herr fragte, was tät die Jungfurt dabei? Schämte sie sich nicht? Jawohl, nein, Herr, sagte ich. Sie hob den Roch auf und wollte dazu, mein hochgeirrter Zucht, er und tugendliebender Leser, verzeihe meine unhöflichen Fäder, dass sie alles so grob schreibet, als ich damals vorbrachte. Scheißen! Hierüber erhüb sich bei allen Anwesenden ein solch Gelächter, dass mich mein Herr nicht mehr hören, geschweige etwas Weites fragen konnte. Und zwar war es auch nicht Weiters vernitten. Man hätte denn die ehrliche, fromme Jungfurt auch in Spott bringen wollen. Hierauf erzählte der Hofmeister vor der Tafel, dass ich neulich vom Bollwerk oder Wall heimkommen, und gesagt, ich wüsste, wo der Donner und Blitz herkäme. Ich hätte große Blöcher auf halben Wegen gesehen, die in wendig hohl gewesen. In dieselbe hätte man Zwiebelsamen samt einer eisernen, weißen Rüben, deren den Schwanz abgeschnitten, gestopft, hernach die Blöcher hinteren her, ein wenig mit einem zinkenden Spieß gekützelt. Davon wäre vornheraus Dampf, Donner und höllisch Feuer geschlagen. Sie brachten noch mehr der gleichen Possen auf die Bahne, also, dass man schier denselben ganzen Imbiss von sonst nichts, als nur von mir zu reden und zu lachen hatte. Solches verursachte einen allgemeinen Stoß zu meinem Untergang, welcher war, dass man mich tapfer agieren sollte. Das würde ich mit der Zeit einen raren Tischrat abgeben, mit dem man auch den größten Potentaten von der Welt verehren und die Sterbende zu lachen machen könnte. Ende von Kapitel 3 Buch 2 Gelesen von Kalinda in Lüneburg Am 23. März 2009 Abschnitt 12 von der Abenteuerliche Simplicissimus Teil 1 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Der Abenteuerliche Simplicissimus Teil 1 von Hans-Jakob Christoffel von Grimmelshausen Abschnitt 12 Zweites Buch Kapitel 4 bis 6 Das vierte Kapitel Simplex vom Mann, der Geldgiebet berichtet, Was er dem Schweden vor Kriegsdienst verrichtet. Wie man nun also schlampampte und wieder wie gestern gut Geschirr machen wollte, meldete die Wache mit Einhändigung eines Schreibens an den Gouverneur einen Kommissarium an, der vor dem Tore sei, welcher von der Kron Schweden Kriegsräte abgeordnet war, die Garnison zu mustern und die Festung zu visitieren. Solches versalzte allen Spaß, und alles Freudengelach verlummerte wie ein Sackpfeifenzipfel, dem der Blast entgangen, die Musikanten und die Gäste zerstoben wie Tobakrauch verschwindet, der nur den Geruch hinter sich lässt. Mein Herr trollte selbst mit dem Adjutanten, der die Schlüssel trug, samt einem Ausschuss von der Hauptwache und vielen Windlichtern dem Tor zu, den Plaggschmeißer, wie er ihn nannte, selbst einzulassen. Er wünschte, dass ihm der Teufel den Hals in tausend Stücke breche, ehe er in die Festung käme. Sobald er ihn aber eingelassen und auf der inneren Fallbrücke bewillkommte, fehlte wenig oder gar nichts, dass er ihm nicht selbst an Stegreif griff, seine Devotion gegen ihn zu bezeugen. Ja, die Ehrerbietung ward augenblicklich zwischen beiden so groß, dass der Kommissarius abstieg und zu Fuß mit meinem Herrn gegen seinem Losament fortwanderte, als wollte jeder die linke Hand haben, etc. Ach, gedachte ich, was für ein Wunder falscher Geist regiert doch unter den Menschen, indem er je den einen durch den anderen zum Narren machet. Wir näherten also der Hauptwacht, und die Schildwacht rufet ihr, »Wer da?«, wiewohl sie sah, dass es mein Herr war. Dieser wollte nicht antworten, sondern jenem die Ehre lassen. Daher stellete sich die Schildwacht mit Wiederholung ihres Geschreis desto heftiger. Endlich antwortete er auf das Letztere, »Wer da?« »Der Mann, der's Geld gibt.« Wie wir nun bei der Schildwacht vorbeipassierten, und ich so hinten nachzog, hörte ich vermeldete Schildwacht, die ein neu geworbener Soldat und zuvor ihres Handwerks ein wohlhebiger junger Bauersmann auf dem Vogelsberg gewesen war, diese Worte brummeln. Du magst wohl ein verlogener Kund sein, ein Mann, der's Geld gibt, ein Schindhund, der's Geld nimmt, das bist du. So viel Geld hast du mir abgeschweißt, dass ich wollte, der Hagel erschlüge dich, ehe du wieder aus der Stadt kämest.« Von dieser Stunde an fasste ich die Gedanken, dieser fremde Herr im sammeten Mutzen muss er ein heiliger Mann sein, weil nicht allein keine Flüche an ihm hafteten, sondern dieweil ihm auch seine Hasser alle Ehre, alles Liebes und alles Gutes erwiesen. Er ward noch dieselbe Nacht fürstlich traktiert, blind vollgesoffen und noch dazu in ein herrliches Bette gelegt. Folgende Tage ging's bei der Musterung bunt über Eck her. Ich, einfältiger Tropf, war selbst geschickt genug, den klugen Kommissarium, zu welchem Ämtern und Verrichtungen man wahrlich keine Kinder nimmt, zu betrügen und über den Tölpel zu werfen, welches ich eher als in einer Stunde lernet, weil die ganze Kunst nur in fünf und neun Bestunde selbige auf einer Trommel zu schlagen, weil ich noch zu klein war, einen Musketierer zu präsentieren. Man staffierte mich zu solchem Ende mit einem entlehneten Kleid und auch mit einer entlehneten Trommel, dann meine geschürzte Pagenhose taugte nichts zum Handel, unzweifelt darum, weil ich selbst entlehnt war. Damit passierte ich glücklich durch die Musterung. Demnach man meiner Einfalt nicht zugetraut, einen fremden Namen im Gedächtnis zu behalten, auf welchen ich antworten und hervortreten sollte, mußte ich der Simplicius verbleiben. Den Zunahmen ersatzte der Gouverneur selbst und hieß mich Simplicius Simplicissimus in die Rolle einschreiben, mich also wie ein Hurenkind zum Ersten meines Geschlechts machen, wiewohl ich seiner eigenen Schwester, seiner Selbstbekenntnis nach ähnlich sahe. Ich behielt auch nachgehends diesen Namen und Zunahmen, bis ich den Rechten erfuhr, und spielte unter solchem meine Person, zunutz des Gouverneurs und geringen Schaden der Kronschweden, ziemlich wohl, welches dann alle meine Kriegsdienste seien, die ich derselben mein Lebtag geleistet, derowegen dann ihre Feinde, mich deswegen zu neiden, keine Ursache haben. Das fünfte Kapitel Simplicem führet viel Teufel zur Höll, spanischen Wein trinkt er an selbiger Stelle. Als der Kommissarius wieder hinweg, ließ viel gemeldeter Pfarrer mich heimlich zu sich in sein Losament kommen und sagte, »O Simplici, deine Jugend dauert mich, und deine künftige Unglückseligkeit bewegt mich zum Mitleid. Höre, mein Kind, und wisse gewiß, dass dein Herr dich aller Vernunft zu berauben und zum Narren zu machen entschlossen, maßen er zu solchem Ende bereits ein Kleid vor dich verfertigen lässet. Morgen musst du in diejenige Schule, darin du deine Vernunft verlernen sollst. In derselben wird man dich ohne Zweifel so gräulich drillen, dass du, wann anders Gott und natürliche Mittel solches nicht verhindern, ohne Zweifel zu einem Phantasten werden musst. Weil aber solches ein misslich und sorglich Handwerk ist, als habe ich um deines Einsiedlers Frömmigkeit und um deiner eigenen Unschuldwillen aus getreuer christlicher Liebe dir mit Rat und notwendigen guten Mitteln beispringen und gegenwärtige Arznei zustellen wollen. Darum folge nun meiner Lehre und nimm dieses Pulver ein, welches dir das Hirn und Gedächtnis dermaßen stärken wird, dass du unverletzt deines Verstandes alles leicht überwinden magst. Auch hast du hierbei einen Balsam, damit schmiere die Schläfe, den Wirbel und das Genick samt den Naslöchern, und diese beiden Stücke brauch auf den Abend, wann du schlafen gehst, sintemal du keine Stunde sicher sein wirst, dass du nicht aus dem Bette abgeholt werdest. Aber siehe zu und hüte dich ja fleißig, dass niemand dieser meiner Warnung und mitgeteilter Arznei gewahr werde, es möchte sonst dir und mir übel ausschlagen. Und wann man dich in dieser verfluchten Kur haben wird, so achte und glaube nicht alles, was man dich überreden will, und stelle dich doch, als wann du alles glaubest. Rede wenig, damit deine Zugeordneten nicht an dir merken, dass sie dir leer Stroh dröschen, sonst werden sich deine Plagen verlängern, wie wohl ich nicht wissen kann, auf was Weise sie mit dir umgehen werden. Wann du aber den Strauß und das Narrenkleid anhaben wirst, so komm wieder zu mir, damit ich deiner mit fernem Rat pflegen möge. Indessen will ich Gott vor dich bitten, dass er deinen Verstand und Gesundheit erhalten wolle. Hierauf stellete er mir vermeldetes Pulver und Selblein zu, und ich wanderte damit wieder nach Hause. Wie der Pfarrer gesagt hatte, so ging es. Im ersten Schlaf kamen vier Kerl in schröcklichen Teufelslarven vermummt zu mir ins Zimmer vors Bette, die sprungen herum wie Gaukler und Fasnachtsnarren. Einer hatte einen glühenden Haken, und der andere eine Fackel in Händen. Die andere Zwehen aber wischten über mich her, zogen mich aus dem Bette, tanzten eine Weile mit mir hin und her, und zwangen mir meine Kleider an Leib. Ich aber stellete mich, als wann ich sie vor rechte, natürliche Teufel gehalten hätte, führte ein jämmerliches Zetergeschrei und ließ die allerforschsamsten Gebärden erscheinen. Aber sie verkündigten mir, dass ich mit ihnen fortmüßte. Hierauf verbanden sie mir den Kopf mit einer Handswelle, dass ich weder hören, sehen noch schreien konnte. Sie führten mich armen Tropfen, der ich wie ein Espenlaub zitterte, unterschiedliche Umwege, viele Stege auf und ab, und endlich in einen Keller, darin ein großes Feuer brannte. Und nachdem sie mir die Handswelle wieder abgebunden, fingen sie an, mir in spanischen Wein und Malvasier zuzutrinken. Sie hatten mich gut überreden, ich wäre gestorben und nunmehr im Abgrund der Hölle, weil ich mich mit Fleiß also stellete, als wann ich alles glaubte, was sie vorlogen. »Sauf nur tapfer zu«, sagten sie, »weil du doch ewig bei uns bleiben musst. Willst du aber nicht ein gut Gesell sein und mitmachen, so musst du in gegenwärtiges Feuer.« Die arme Teufel wollten ihre Sprache und Stimme verquanten, damit ich sie nicht erkennen sollte. Ich merkte aber gleich, dass es meines Herrn Fourierschützen waren, doch ließ ich's mir nicht merken, sondern lachte in die Faust, dass diese, so mich zum Narren machen sollten, meine Narren sein mußten. Ich trank meinen Teil vom spanischen Wein, sie aber soffen mehr als ich, weil solcher himmlische Nektar selten an solche Gesellen kommt, maßen ich noch schwören dürfte, dass sie eher voll worden als ich. Da mich's aber Zeit zu sein bedünkte, stellete ich mich mit Hin- und Hertorkeln, wie ich's neulich an meines Herrn Gäste gesehen hatte, und wollte endlich gar nicht mehr saufen, sondern schlafen. Hingegen jagten und stießen sie mich mit ihrem Haken, den sie allzeit im Feuer liegen hatten, in allen Ecken des Kerkers herum, dass es sahe, als ob sie selbst närrisch wären worden, entweder, dass ich mehr trinken oder aufs Wenigste nicht schlafen sollte. Und wann ich in solcher Hatz niederfiel, wie ich dann oft mit Fleiß tät, so packten sie mich wieder auf und stelleten sich, als wann sie mich ins Feuer werfen wollten. Also ging's mir wie einem Falken, dem man wacht, welches mein großes Kreuz war. Ich hätte sie zwar Trunkenheit und schlafshalber wohl ausgedauert, aber sie blieben nicht allweg beieinander, sondern lösten sich untereinander ab, darum hätte ich zuletzt den Kürzern ziehen müssen. Drei Tage und zwei Nächte habe ich in diesem verrauchigten Keller zugebracht, welcher kein anderer Licht hatte, als was das Feuer von sich gab. Der Kopf fing mir dahero an zu brausen und zu wüten, als ob er zerreißen wollte, dass ich endlich einen Fund ersinnen musste, mich meiner Qual samt den Peinigern zu entledigen. Ich machte es wie der Fuchs, welcher den Hunden ins Gesicht harnt, wann er ihnen nicht mehr zu entrinnen getrauet. Dann, weil mich eben die Natur trieb, meine Not durft zu tun, bewegte ich mich zugleich mit einem Finger im Hals, zum Unwillen dergestalt, dass ich auf einmal die Hosen mit Gunst vollhoffierte und das Wammes vollkotzete, auch dergestalt mit einem unleidlichen Gestank die Zeche bezahlte, so dass auch meine Teufel selbst schier nicht mehr bei mir bleiben konnten. Damals legten sie mich in ein Leilach und verplotzten mich so unbarmherzig, dass mir alle innerlichen Glieder samt der Seele heraus hätten fahren mögen, wovon ich dermaßen aus mir selbst kam und des Gebrauchs meiner Sinne beraubt ward, dass ich gleichsam wie tot dalag. Ich weiß auch nicht, was sie ferners mit mir gemacht haben, so gar war ich allerdings dahin. Das sechste Kapitel Simplex wird plötzlich in Himmel versetzet, wird zum Kalb, als er mit Drang sich ergötzet. Als ich wieder zu mir selbst kam, befand ich mich nicht mehr in dem öden Keller bei den Teufeln, sondern in einem schönen Saal, unter den Händen Dreier der allergarstigsten alten Weiber, so der Erdboden je getragen. Ich hielt sie anfänglich, als ich die Augen ein wenig öffnete, für natürliche höllische Geister, hätte ich aber die alte heidnische Poeten schon gelesen gehabt, so hätte ich sie vor die Eumenides oder wenigstens die eine eigentlich vor die Tisiphonie gehalten, welche mich, wie den Atamanten meiner Sinne zu berauben, aus der Hölle ankommen wären, weil ich zuvor wohl wußte, dass ich darum da war, zum Narren zu werden. Diese hatte ein paar Augen wie zween Irrwische und zwischen denselben eine lang magere Habichtsnase, deren Ende oder Spitze die untere Läfze allerdings erreichte. Nur zween Zähne sah ich in ihrem Maul, sie waren aber so vollkommen, lang, rund und dick, dass sich jeder beinahe der Gestalt nach mit dem Goldfinger, der Farb nach aber mit dem Gold selbst hätte vergleichen lassen. In Summe, es war gebeins genug vorhanden zu einem ganzen Maul voll Zähne, es war aber gar übel ausgeteilt. Ihr Angesicht sah wie spanisch Leder, und ihre weißen Haare hingen ihr seltsam zerzwobelt um den Kopf herum, weil man sie erst aus dem Bette geholet hatte. Ihre lange Brüste weiß ich nichts anders zu vergleichen, als zweien lummerichten Kühblasen, denen zwei Drittel vom Blast entgangen. Unten hing an jeder ein schwarzbrauner Zopf halbfingerlang herab. Wahrhaftig ein erschröcklicher Anblick, der zu nichts anders als vor eine treffliche Arznei wieder die unsinnige Liebe der geilen Böcke hätte dienen mögen. Die anderen zwei waren gar nicht schöner, ohne dass dieselbe stumpfe Affennäslein und ihre Kleider etwas ordentlicher angetan hatten. Als ich mich besser erkoberte, sah ich, dass die eine unser Schüsselwäscherin, die andere zwei, aber zweier vor Rührschützen Weiber waren. Ich stellte mich, als wann mir alle Glieder abgeschlagen wären, und ich mich nicht zu regen vermochte, wie mich dann in Wahrheit auch nicht tanzerte, als diese ehrliche alte Mütterlein mich splitternackt auszogen und von allem Unrat wie ein junges Kind sauberten. Doch täte mir alles trefflich sanft. Sie bezeugten unter während der Arbeit ein großer Geduld und treffliches Mitleid, so dass ich ihnen beinahe offenbart hätte, wie wohl mein Handel noch stünde. Doch gedachte ich, Nein, Simpliki, vertraue keinem alten Weib, sondern gedenke, du habst Victory genug, wann du in deiner Jugend drei abgefäumte Vetteln, mit denen man den Teufel im weiten Feld fangen möchte, betrügen kannst. Du kannst aus dieser Okkasion Hoffnung schöpfen, bei zunehmenden Jahren und künftigem im Alter mehreres zu leisten. Als sie nun mit mir fertig waren, legten sie mich in ein köstlich Bette, darin ich ungewiegt einschlief. Sie aber gingen und nahmen ihre Kübel und andere Sachen, damit sie mich gewaschen hatten, samt meinen Kleidern und allen Unflat mit sich hinweg. Meines Davorhaltens schlief ich diesen Satz länger als vierundzwanzig Stunden, und da ich wieder erwachte, stunden zween schöne geflügelte Knaben vorm Bette, welche mit weißen Hemdern taffeten Binden, Perlen, Kleinodien, göldenen Ketten und anderen scheinbarlichen Sachen köstlich geziert waren. Einer hatte ein vergültetes Lavor voller Hippen, Zuckerbrot, Marzebane und Anderkonfekt, der Ander aber einen vergülteten Becher in Händen. Diese als Engel, davor sie sich ausgaben, wollten mich bereden, daß ich nunmehr im Himmel sei, weil ich das Fegfeuer so glücklich überstanden und dem Teufel samt seiner Mutter entgangen, deru halber sollte ich nun begehren, was mein Herz wünsche, sind mal alles, was mir nur beliebe, genug vorhanden wäre, oder doch sonst herbeizuschaffen in ihrer Macht stünde. Mich quälete der Durst, und weil ich den Becher vor mir sahe, verlangte ich nur den Trunk, der mir auch mehr als gutwillig gereichet ward. Solches war aber kein Wein, sondern ein lieblicher Schlaftrunk, welchen ich unabgesetzt zu mir nahm und davon wieder entschlief, sobald er bei mir war erwärmet. Den anderen Tag erwachte ich wiederum, dann sonst schlief ich noch, befand mich aber nicht mehr im Bette, noch in vorigem Saal oder bei meinen Engeln, viel weniger im Himmelreich selbsten, sondern in meinem alten Gänzkerker. Da war aber mal ein gräuliche Finsternuß wie in vorigem Keller, und überdies hatte ich ein Kleid an von Kalbfällen, daran der raue Teil nach auswendig gekehrt war. Die Hosen waren auf Polnisch oder Schwäbisch, und das Wams noch wohl auf eine närrischere Manier gemacht. Oben am Hals stund eine Kappe wie ein Mönchsgugel, die war mir über den Kopf gestreift und mit einem schönen Paar großer Eselsohren verziert. Ich musste meines Unsterns selbst lachen, weil ich beides am Nest und den Federn sah, dass ich vor ein Vogel sein sollte. Damals fing ich erst an, in mich selbst zu gehen und auf mein Bestes zu gedenken, und gleich wie ich Ursache genug hatte, Gott zu danken, dass er mir meinen Verstand gesund erhalten, also war ich auch bedürftig, denselbigen inbrünstig zu bitten, dass er mich ferner behüten, regieren, leiten und führen wollte. Ich satzte mir vor, mich auf das närrischste zu stellen, als mir immer möglich sein möchte, und daneben mit Geduld zu erharren, wie sich mein Verhängnus weiters anlassen würde. Ende von Abschnitt 12 Abschnitt 13 von Der abenteuerliche Simplicissimus Teil 1 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland im Mai 2009 Der abenteuerliche Simplicissimus Teil 1 von Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen Abschnitt 13 Zweites Buch Kapitel 7 und 8 Das siebente Kapitel Simplex in seinen recht Kälbrischen Stand Schickt sich aufs Beste Wird trefflich bekannt Vermittels des Lochs So der tolle Fähnrich kamen und fragten, wer Sie beratschlagten sich, was sie mit mir machen wollten, und wurden eins, mich dem Gouvernator zu verehren, als welcher ihnen, weil ich reden könnte, mehr schenken würde, als ihnen der Metzger vor mich bezahlte. Sie fragten mich, wie mein Handel stünde. Ich antwortete, liederlich genug. Sie fragten, warum. Ich sagte, darum, dieweil hier der Brauch ist, redliche Kälber in Gänsstall zu sperren. Ihr Kerl müßt wissen, dafern man will, dass ein rechtschaffener Ochs aus mir werden soll, dass man mich auch aufziehen muss, wie einem ehrlichen Stier zusteht. Nach solchem kurzen Diskurs führeten sie mich über die Gastgegen des Gouverneursquartier zu und folgte eine große Schar Buben nach, und weil dieselbe ebenso wohl als ich das Kälbergeschrei schrien, hätte ein Blinder aus dem Gehör urteilen mögen, man triebe eine Herde Kälber daher, aber dem Gesicht nach sah es einem Haufen so junger als alter Narren gleich. Also ward ich von den beiden Soldaten dem Gouverneur präsentiert, gleichsam, als ob sie mich erst auf Partei erbeutet hätten. Dieselbe beschenkte er mit einem Trinkgeld, mir selbst aber versprach er die beste Sach, so ich bei ihm haben sollte. Ich gedacht wie des Goldschmiedsjung und sagte, »Wohl, Herr, man muß mich aber in keinen Gänsstall sperren, dann wir Kälber können solches nicht erdulden, wann wir anders wachsen und zu einem Stück Hauptvieh werden sollen.« Der Gouverneur vertröstete mich eines Bessern und dünkte sich gar gescheit sein, dass er einen solchen visierlichen Narren aus mir gemacht hätte. Hingegen gedachte ich, »Harre, mein lieber Herr, ich habe die Probe des Feuers überstanden und bin darin gehärtet worden. Jetzt wollen wir probieren, welcher den anderen am besten agieren wird können.« In dem trieb ein geflehnter Baur sein Vieh zur Tränke. Sobald ich das sah, verließ ich den Gouverneur und eilete mit einem Kälbergeplärr den Kühen zu, gleichsam, als ob ich an ihnen saugen wollte. Diese, als ich zu ihnen kam, entsetzten sich Ärger vor mir als vor einem Wolf, wiewohl ich ihrer Art Haar trug. Ja, sie wurden so schellig und zerstorben dermaßen voneinander, als wann im Augusto ein Nest voll Hornissen unter sie gelassen wäre worden. Also, dass sie ihr Herr an selbigem Ort nicht mehr zusammenbringen konnte, welches einen artlichen Spaß abgab. In einem Hui war ein Haufen Volk beieinander, das der Gaukel fuhr, zusahe, und als mein Herr lachte, dass er hätte zerbersten mögen, sagte er endlich, »Ein Narr macht ihrer hundert!« Ich aber gedachte, »Zupf dich selber bei der Nase, denn eben du bist derjenige, dem du jetzt wahrsagest!« Gleich wie mich nun jedermann von selbiger Zeit an das Kalb nannte, also nannte ich hingegen auch einen jeden mit einem besondern spöttischen Nachnamen, dieselbe vielen mehrenteils, der Leute und sonderlich meines Herrn bedünken nach gar sinnreich, dann ich taufte jedwedern, nachdem seine Qualitäten erforderten. Summariter davon zu reden, so schätzte mich männiglich vor einen ohnweisen Toren, und ich hielte jeglichen vor einen gescheiten Narren. Dieser Gebrauch ist meines Erachtens in der Welt noch üblich. Maßen ein jeder mit seinem Witz zufrieden und sich einbildet, er sei der gescheiteste unter allen, da es doch redlich heißt, »Stultorum plena sunt omnia!« Obige Kurzweile, die ich mit des Baurenrindern anstellete, machte uns den kurzen Vormittag noch kürzer, denn es war damals eben um die winterliche Sonnenwende. Bei der Mittagsmahlzeit wartete ich auf wie zuvor, brachte aber benebenst seltsame Sachen auf die Bahne. Und als ich essen sollte, konnte niemand einzige menschliche Speise oder Trank in mich bringen, ich wollte kurzum nur Gras haben, so damals zu bekommen unmöglich war. Mein Herr ließ ein paar frische Kalbfell von den Metzgern holen und solche zweien kleinen Knaben über die Köpfe streifen. Diese satzte er zu mir an den Tisch, traktierte uns in der ersten Tracht mit Wintersalat und hieß uns wacker zuhauen. Auch ließ er ein lebendig Kalb hinbringen und mit Salz zum Salat anfrischen. Ich sahe so starr da rein, als wann ich mich darüber verwunderte, aber der Umstand vermahnete mich, mitzumachen. Jawohl, sagten sie, wie sie mich so kaltsinnig sahen. Es ist nichts Neues, wann Kälber, Fleisch, Fische, Käse, Butter und anders fressen. Was, sie saufen auch zu Zeiten einen guten Rausch. Die Bestien wissen nunmehr wohl, was gut ist. Ja, sagten sie ferner, es ist heutigen Tag so weit kommen, dass sich nunmehr ein geringer Unterschied zwischen Ihnen und den Menschen befindet. Wolltest du dann allein nicht mitmachen? Dieses ließe mich um so viel desto ehender überreden, weil mich hungerte, und nicht darum, dass ich hier bevor schon selbst gesehen, wie teils Menschen, Säuischer als Schweine, Grimmiger als Löwen, Geiler als Böcke, Neidiger als Hunde, Unbändiger als Pferde, Gröber als Esel, Versoffener als Rinder, Listiger als Füchse, Gefräßiger als Wölfe, Nährrischer als Affen und Giftiger als Schlangen und Kröten waren, welche dann noch allesamt menschlicher Nahrung genossen und nur durch die Gestalt von den Tieren unterschieden waren, zumalen auch die Unschuld eines Kalbs bei weitem nicht hatten. Ich fütterte mit meinen Mitkälbern, wie solches mein Appetit erforderte, und wann ein Fremder uns unversehens also beieinander zu Tisch hätte sitzen sehen, so hätte er sich ohne Zweifel eingebildet, die alte Zirze wäre wieder auferstanden, aus Menschen Tiere zu machen, welche Kunst damals mein Herr konnte und praktizierte. Eben auf den Schlag, wie ich die Mittagsmahlzeit vollbrachte, also ward ich auch auf den Nachtimbiss traktiert. Und gleich wie meine Mitesser oder Schmarotzer mit mir zehrten, damit ich auch zehren sollte, also mussten sie auch mit mir zu Bette, wann mein Herr anders nicht zugeben wollte, dass ich im Kühlestall über Nacht schliefe. Und das tät ich darum, damit ich diejenige auch genug narrete, die mich zum Narren zu haben vermeinten, und machte diesen festen Schluss, dass der grundgütige Gott einen jeden Menschen in seinem Stand, zu welchem er ihn berufen, so viel Witz gebe und verleihe, als er zu seiner Selbsterhaltung von Nöten. Auch daß sich dann ein Hero, Doktor hin oder Doktor her, viel vergeblich einbilden, sie seien allein witzig und Hans in allen Gassen, dann hinter den Bergen wohnen auch Leute. Das achte Kapitel Simplex Diskurs vom Gedächtnis hört an, drauf von Vergessung wird Meldung getan. Am Morgen, als ich erwachte, waren meine beide verkälberte Schlafgesellen schon fort. Derowegen stund ich auf und schlich, als der Adjutant die Schlüssel holete, die Stadt zu öffnen, aus dem Haus zu meinem Pfarrer. Demselben erzählte ich alles, wie mir's sowohl im Himmel als in der Hölle ergangen. Und wie er sahe, daß ich mir ein Gewissen machte, weil ich so viel Leute und sonderlich meinen Herrn betröge, wann ich mich närrisch stellete, sagte er, Hierum darfst du dich nicht bekümmern, die närrische Welt will betrogen sein. Hat man dir deine Witz noch übrig gelassen, so gebrauche dich derselben zu deinem Vorteil und danke Gott, daß du überwunden hast, als welche Gabe nicht jedem gegeben wird. Bilde dir ein, als ob du gleich dem Phönix vom Unverstand zum Verstand durchs Feuer und also zu einem neuen menschlichen Leben auch neu geboren worden seist. Doch wisse dabei, daß du noch nicht über den Graben, sondern mit Gefahr deiner Vernunft in diese Narrenkappe geschlossen bist. Die Zeiten seien so wunderlich, daß niemand wissen kann, ob du ohne Verlust deines Lebens wieder herauskommest. Man kann geschwind in die Hölle rennen, aber wieder herauszuentrinnen, wird's Schnaufens und Bartwischens brauchen. Du bist bei weitem noch nicht so gewannet, deiner bevorstehenden Gefahr zu entgehen, wie du dir wohl einbilden möchtest. Darum wird dir mehr Vorsichtigkeit und Verstand von Nöten sein, als zu der Zeit, da du noch nicht wusstest, was Verstand oder Unverstand war. Befehle deine Sache Gott, bete fleißig, bleib demütig und erwarte in Geduld der künftigen Veränderung. Sein Diskurs war vorsätzlich so variabel, dann ich bilde mir ein, er habe mir an der Stirn gelesen, daß ich mich groß zu sein bedünke, weil ich mit so meisterlichem Betrug und seiner Kunst durchgeschloffen. Und ich mutmaßete hingegen aus seinem Angesicht, daß er unwillig und meiner überdrüssig worden, dann seine Mienen gabens, und was hatte er von mir? Derowegen veränderte ich auch meine Reden und wusste ihm großen Dank vor die herrliche Mittel, die er mir zur Erhaltung meines Verstandes mitgeteilt hatte. Ja, ich tat unmögliche Promessen, alles, wie meine Schuldigkeit erfordere, wieder dankbarlich zu verschulden. Solches kützelte ihn und brachte ihn auch wieder auf eine andere Laune. Dann er rühmete gleich darauf seine Arznei trefflich und erzählte mir, daß Simonides Melikus eine Kunst aufgebracht, die Metrodorus Skeptikus nicht ohne große Mühe perfektioniert hätte. Vermittels deren er die Menschen lehren können, daß sie alles, was sie einmal gehört oder gelesen, bei einem Wort nachreden mögen, und solches wäre, sagte er, ohnhauptstärkende Arzneien, deren er mir mitgeteilet, nicht zugegangen. Ja, gedachte ich, mein lieber Herr Pfarrer, ich habe in deinen eigenen Büchern bei meinem Einsiedel viel anders gelesen, worin Skeptie Gedächtniskunst bestehe. Doch war ich so schlau, daß ich nichts sagte. Dann, wann ich die Wahrheit bekennen soll, so bin ich, als ich zum Narren werden sollte, allererst witzig und in meinen Reden behutsamer worden. Er, der Pfarrer, fuhr fort und sagte mir, wie Cyrus einem jeden von seinen dreißigtausend Soldaten mit seinem rechten Namen hätte rufen, Lucius Scipio, alle Bürger zu Rom, bei den ihrigen nennen, und Zyneas, pürige Santer, gleich den anderen Tag hernach, als er gegen Rom kommen, aller Ratsherren und Edelleute Namen daselbst ordentlich her sagen können. Mithridates, der König in Ponto und Pithynia, sagte er, hatte Völker von zweiundzwanzig Sprachen unter ihm, denen er allen in ihrer Zunge recht sprechen und mit einem jeden in Sonderheit, wie Sabellius Libro Decimo Capitainono, schreibt, reden konnte. Der gelehrte Griech Charmides sagte einem auswendig, was einer aus den Büchern wissen wollte, die in der ganzen Liberei lagen, wann schon er sie nur einmal überlesen hatte. Lucius Seneca konnte zweitausend Namen herwiedersagen, wie sie ihm vorgesprochen wurden, und wie Ravisius meldet, zweihundert Vers von zweihundert Schülern geredet, vom letzten an bis zum ersten hin wiederum erzählen. Estras, wie Eusebius, Lib, Temp, Fulk, Libro Octavo Capite Septimo schreibet, konnte die fünf Bücher Moses auswendig und selbige von Wort zu Wort den Schreibern in die Feder diktieren. Temistokles lernete die persische Sprache in einem Jahr. Krassus konnte in Asia die fünf unterschiedliche Dialektos der griechischen Sprach ausreden und seinen Untergebenen darin recht sprechen. Julius Cäsar las, diktierte und gab zugleich Audienz. Von Elio Hadriano, Porzio Latrone, den Römern und andern will ich nichts melden, sondern nur von dem Heiligen Hieronimo sagen, dass er Hebräisch, Chaldeisch, griechisch, persisch, medisch, arabisch und lateinisch gekonnt. Der Einsiedel Antonius konnte die ganze Bibel nur vom Hörenlesen auswendig. So schreibt auch Coleros, Libro Decimo Octavo Capite Viginti Primo, aus Marco Antonio Mureto, von einem Korsikaner, welcher sechstausend Menschennamen angehöret und dieselbige hernach in richtiger Ordnung schnell herwiedergesagt. Dieses erzähle ich alles darum, sagte er ferner, damit du nicht vor unmöglich haltest, dass durch Medizin einem Menschen sein Gedächtnis trefflich gestärkt und erhalten werden könne, gleich wie es hingegen auch auf mancherlei Weise geschwächelt und gar ausgetilget wird. Maßen Plinius Libro Septimo Capite Viginti Quarto schreibt, dass am Menschen nichts so blöd sei als eben das Gedächtnis und dass sie durch Krankheit Schrecken, Furcht, Sorge und Bekümmernis entweder ganz verschwinde oder doch einen großen Teil ihrer Kraft verliere. Von einem Gelehrten zu Athen wird gelesen, dass er alles, was er je studiert gehabt, sogar auch das ABC, vergessen, nachdem ein Stein von oben herab auf ihn gefallen. Ein anderer schosse von einem Turm herunter und wurde dadurch so vergesslich, dass er seiner Freunde und nächstverwandten Namen nicht mehr nennen konnte. Ein anderer kam durch eine Krankheit dahin, dass er seines Dieners Namen vergaß und Messala Corvinus wußte seinen eigenen Namen nicht mehr, der doch vorhin ein Gutgedächtnis gehabt. Schramhans schreibet in Fasciculo Historiarum Folio Sexagesimo, welches aber so aufschneiderisch klingelt, als ob es Plinius selbst geschrieben, dass ein Priester aus seiner eigenen Ader Blut getrunken und dadurch Schreiben und Lesen vergessen, sonst aber sein Gedächtnis unverrückt behalten. Und als er übers Jahr hernach eben an selbigem Ort und damaliger Zeit aber mal desselbigen Bluts getrunken, hätte er wieder wie zuvor Schreiben und Lesen können. Zwar ist es glaublicher, was Johannes Vierus De Prestigis De Monorum Libro Terzio Capite Duo Vicesimo schreibet, wann man Bärenhirn einfresse, dass man dadurch in solche Fantasei und starke Imagination gerate, als ob man selbst zu einem Bären worden wäre. Wie er dann solches mit dem Exempel eines spanischen Edelmanns beweiset, der, nachdem er dessen Genossen, in den Wildnissen umgeloffen und sich nicht anders eingebildet, als er sei ein Bär. Lieber Simplici, hätte dein Herr diese Kunst gewüßt, so dürftest du wohl ehender in einen Bären, wie die Callisto, als in einen Stier, wie Jupiter, verwandelt worden sein. Der Pfarrer erzählete mir des Dings noch viel, gab mir wieder etwas von Arznei und instruierte mich wegen meines fernern Verhalts. Damit machte ich mich wieder nach Haus und brachte mehr als hundert Buben mit, die mir nachliefen und abermals alle wie Kälber schrien. Derowegen lief mein Herr, der eben aufgestanden war, ans Fenster, sahe so viele Narren auf einmal und ließ ihm belieben, darüber herzlich zu lachen. Ende von Kapitel 7 und 8 Buch 2 Abschnitt 14 von der abenteuerliche Simplicissimus Teil 1 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Elli. Der abenteuerliche Simplicissimus Teil 1 von Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen. Abschnitt 14 Zweites Buch Kapitel 9 bis 10 Das neunte Kapitel Simplex Das Lob der Jungfrauen beschreibt und die Zeit damit sehr vielen vertreibt. Sobald ich ins Haus kam, mußte ich auch in die Stube, weil adelig Frauenzimmer bei meinem Herrn war, welcher seinen neuen Nar auch gern hätte sehen und hören mögen. Ich erschiene und stund wie ein Stummer, daherro diejenige, die ich hiebe vor beim Tanz ertappet hatte. Ursache nahm zu sagen, sie hätte ihr sagen lassen, dieses Kalb könne reden, so verspüre sie aber nunmehr, dass es nicht wahr sei. Ich antwortete, so habe ich hingegen vermeidet, die Affen können nicht reden, höre aber wohl, dass dem auch nicht so sei. Wie, sagte mein Herr, vermeidest du denn diese Damen sein Affen? Ich antwortete, seien sie es nicht, so werden sie es doch bald werden. Wer weiß, wie es fällt. Ich habe mich auch nicht versehen, entkalbt zu werden und bin's doch. Mein Herr fragte, woran ich sehe, dass diese Affen werden sollen. Ich antwortete, unser Affe trägt seinen Hintern bloß, diese Damen aber alle breit, ihre Brüste, denn andere Mägdelein pflegen ja sonst solche zu bedecken. Schlimmer Vogel, sagte mein Herr, du bist ein Nährischkalb, und wie du bist, so redest du. Diese lassen billig sehen, was sehenswert ist. Der Affe aber geht aus Armut nackend. Geschwind, bring wieder ein, was du gesündigt hast, oder man wird dich kabeitschen und mit den Hunden in Gänsestall hetzen, wie man Kälbern tut, die sich nicht zu schicken wissen. Laß hören, weißt du auch, eine Dame zu loben und abzumalen, wie sich's gebührt? Hierauf, betrachtete ich die Dame, von Fusse an bis oben aus, hinwieder, von oben bis unten, sahe sie auch so steif und lieblich an, als hätte ich sie heiraten und noch einmal umfangen wollen. Endlich sagte ich, Herr, ich sehe wohl, wo der Fehler steckt. Der Diebschneider ist an allem schuldig, er hat das Gwand, das oben um den Hals gehört und die Brüste bedecken soll, unten an dem Rock stehen lassen. Darum schleift er so weit hinten her nach. Man sollte dem Hudler die Hände abhauen, wann er es nicht besser schneidern kann. Jungfer, sagte ich zu ihr selbst, schafft ihn ab, wann er euch so verschändeln soll, und sehet, dass ihr meines Gnens Schneider bekommt. Er heißt Meister Paulgen. Er hat meiner Meuder, unserer Ann und unserem Ursle, so schöne geprittelte Röcke machen können, die unten herum ganz eben gewesen sein. Sie haben wohl nicht so im Dreck geschlappt wie Eurer. Ja, glaubet nicht, wie ihr den fenzigen Huren so schöne Kleider machen können, darinnen sie geprangt wie Bartl. Mein Herr fragte, ob dann meines Gnens Ann und Ursle schöner gewesen als diese Jungfer. Ach wohl, nein, Herr, sagte ich, diese Jungfer hat ja Haar, das ist so gelb wie kleiner Kinderdreck, und ihre Scheiteln sind so weiß und so grad gemacht, als wenn man Saubürsten auf die Haut gekappt hätte. Ja, ihre Haare seien so hübsch zusammengerollt, dass es sieht wie hohle Pfeifen, oder als wenn sie auf jeder Seite ein paar Pfund Lichter oder ein Dutzend Bratwürste hängen hätte. Ach, sehet nur, wie hat sie eine so schöne glatte Stirn. Ist sie nicht feiner gewölbt als ein fetter Aasbacken und weißer als ein Totenkopf, der viel Jahr lang im Wetter gehangen? Immer schad ist es, dass ihre zarte Haut durch das Haarpulver so schlimm bemakelt wird. Dann, wann es Leute sehen, die es nicht verstehen, dürften sie wohl vermeinen, die Jungfrau habe den Erbkind, der solche Schuppen von sich werfe, welches noch größer Schande wäre als die funkelnden Augen, die verschwärze Klärer zwitzern als der Ruß vor meines Knie ins Ofenloch, welcher so schrecklich glänzte, wann unser An mit dem Strohwisch davor stun, die Stube zu heizen, als wann lauter Feuer drin steckte, die ganze Welt anzuzünden. Ihre Backen seien so hübsch rotlecht, doch gar nicht so rot, als neulich die neue Nessel waren, damit die schwäbischen Fuhrleute von Ulm ihre Letz geziert hatten. Aber die hohe Röte, die sie an den Lefzen hat, übertrifft solche Farbe weit, wann sie lachet oder redet. Ich bitte, der Herr gebe nur Achtung drauf. So sieht man zwei Reihen Zähne in ihrem Maul stehen, so schön zweils und zuckerähnlich, als wann sie aus einem Stück von einer roten Rübe geschnitzt worden wären. O Wunderbild, ich glaube nicht, dass es einem wehe tut, wann du einen damit beißest. So ist der Hals ja schier so weiß wie gestandene Sauermilch, und ihre Brüstlein, die darunter liegen, sind von gleicher Farbe und ohne Zweifel so hart anzugreifen, wie ein Geißmehm, die von übriger Milch strotzt. So seien sie wohl nicht so schlapp, wie die alten Weiber hatten, die mir neulich den Hintern putzten, da ich von dem Himmel kam. Ach Herr, seht doch ihre Hände und Finger an, sie sind ja so subtil, so lang, so gelenkt, so geschmeidig und so geschicklich gemacht. Natürlich, wie Zigeräunerinnen neulich hatten, damit sie einen in den Schubsack greifen, wann sie fischen wollen. Aber was soll dieses gegen ihren ganzen Leib selbst zu rechnen sein? Denn ich zwar nicht bloß sehen kann, ist er nicht so zart, schmal und anmutig, als wann er acht ganze Wochen die schnelle Kathrina gehabt hätte? Hierüber erhob sich ein solch Gelächter, dass man mich nicht mehr hören, noch ich mehr reden konnte. ging hiermit durch wie ein Holländer und ließ mich, so lang mir es gefiel, von anderen feig sehen. Das zehnte Kapitel Simplex pflegt vieles von tapfern Helden und auch von trefflichen Künstlern zu melden. Hierauf erfolgte die Mittagsmahlze, bei welcher ich mich wieder tapfer gebrauchen ließ. Dann, ich hatte mir vorgesetzt, alle Torheiten zu bereden und alle Eitelkeiten zu strafen, wozu sich dann mein damaliger Stand trefflich schickte. Kein Tischgenoss war mir zu gut, ihm seine Laster zu verweisen und aufzurupfen, und wann sich einer fand, der sich's nicht gefallen ließe, so war der entweder noch dazu von anderen ausgelacht, oder ihm von meinem Herrn vorgehalten, dass ich kein Weise über einen Nahen zu erzörnen pflege. Den tollen Fenrich, welch mein ärgster Feind war, zog ich gleich herüber und setzte ihn auf den Esel. Der erste aber, der mir aus meines Herrn Winken mit Vernunft begegnete, war der Sekretarius. Dann, als ich denselben einen Tüttelschmied nannte, ihn wegen der eitlen Titel auslachte und fragte, wie man der Menschen ersten Vater tituliert hätte, antwortete er, Du redest wie ein unvernünftig Kalb, weil du nicht weißt, dass nach unseren ersten Eltern unterschiedliche Leute gelebet, die durch seltene Tugend als Weisheit, mannliche Heldentaten, Erfindungen guter Künste, sich und ihr Geschlecht dermaßen geadelt haben, dass sie auch von anderen über alle irdische Dinge, ja gar über das Gestirn zu Göttern erhoben wurden. Wärest du ein Mensch, oder hättest du aufs Wenigste wie ein Mensch die Historien gelesen, so verstündest du auch den Unterschied, der sich zwischen den Menschen enthält, und würdest dann den Hero einem jenen seinen Ehrentitel gern gönnen. Sind denn mal du aber ein Kalb und keiner menschlichen Ehre würdig noch fähig bist, so redest du auch von der Sache wie ein dummes Kalb, und missgönnest dem edlen menschlichen Geschlecht dasjenige, dessen es sich zu erfreuen hat. Ich antwortete, Ich bin sowohl ein Mensch gewesen als du, hab auch ziemlich viel gelesen, kann daher auch urteilen, dass du den Handel entweder nicht recht verstehst, oder durch dein Interesse abgehalten wirst, anders zu reden, als du weißt. Sage mir, was seien vor herrliche Taten begangen und vor löbliche Künste erfunden worden, die genügsam seien, ein ganz Geschlecht etliche hundert Jahre nacheinander auf Absterben der Helden und Künstler selbst zu adeln. Ist nicht beides, der Heldenstärke und der Künstlerweisheit und hoher Verstand mit hinweggestorben? Wann du dies nicht verstehst und der Eltern Qualitäten auf die Kinder erben, so muß ich davor halten, dein Vater sei ein Stockfisch und deine Mutter eine Plateissin gewesen. Ha! antwortete der Sekretarius, Wann es damit wohl ausgerichtet sein wird, wann wir einander schänden wollen, so könne ich dir vorwerfen, dass dein Knen ein grober, späßeter Bauer gewesen und ob zwar es in deiner Heimat und Geschlecht die größte Knollfinken abgibt, dass du dich annoch noch mehr verringert habst, indem du zu einem unvernünftigen Kalb geworden bist. Da recht, da habe ich dich recht bei der Katausen, antwortete ich. Das ist es, was ich behaupten will, nämlich, dass die Eltern Tugenden nicht allweg auf die Kinder erben und dass daherroh die Kinder ihrer Eltern Tugendtitel nicht allweg würdig sein. Mir ist es zwar keine Schande, dass ich ein Kalb geworden bin, wie weil ich in solchen Fall dem großmächtigen König Nabuchodon zur Nacht zu folgen die Ehre habe. Wer weiß, ob es nicht Gott gefällt, dass ich auch wieder, wie dieser, zu einem Menschen und zwar noch größer werde als mein Knen gewesen. Ich rühme einmal diejenige, die sich durch eigene Tugend edel machen. Nun gesetzt, aber nicht gestanden, sagte der Sekretarius. Dass die Kinder ihre Eltern Ehrentitel nicht allweg erben sollen, so mußt du doch gestehen, und mir unfehlbarlich zugeben, dass diejenige alles lobswert sein, die sich selbst durch Wohlverhalten edel machen. Wann dann dem also, so folge, dass man die Kinder wegen ihrer Eltern billig ehret, dann der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Wer wollte in Alexandre M. Nachkömmlingen, wann anders noch Einzige vorhanden wären, ihres alten Uranherrn herzhafte Tapferkeit im Krieg nicht rühmern? Dieser erwiese seine Begierde zu fechten in seiner Jugend mit Weinen, als er noch zu keinen Waffen tüchtig war, besorgend, sein Vater möchte alles gewinnen, um nichts zu bezwingen übrig lassen. Hat er nicht noch vor dem Dreißigsten Jahr seines Alters die Welt bezwungen und noch ein anderer zu bestreiten gewünscht? Hat er nicht in einer Schlacht, die er mit den Indianern gehalten, da er von den Seinigen verlassen worden war, aus Zornblut geschwitzert? War er nicht anzusehen, als ob er mit lauter Feuerflammen umgeben war, so daß ihn auch die Barbaren vor Furcht streitend verlassen mußten? Er wollte ihn nicht höher und edler als andere Menschen schätzen, da durch Quintus Kurtius von ihm bezeuget, daß sein Atem wie Balsam, sein Schweiß nach Bisan und sein Toterleib nach köstlicher Späzerei gerochen? Hier könnte ich auch einführen den Julium Cäsarim und den Pompeium, deren der eine über und neben den Viktorien, die er in den bürgerlichen Kriegen behauptet, 50 Mal die offenen Schlachten gestritten und 1.152.000 Mann erledigt und totgeschlagen hat. Der Ander hat neben 940 den Meerräubern abgenommenen Schiffen vom Alpgebirg an bis ins äußerste Hispanien Städte und Flecken eingenommen und überwunden. Den Ruhm mag Hisergei will ich verschweigen und nur ein wenig auf den Lucio Sicchio Tentatus sagen, welcher Zunftmeister zu Rom war, als Spurius Topeius und Aulus Eternins Bürgermeister gewesen. Dieser ist in Hundertzehn Feldschlachten gestanden und hat 8 Mal diejenigen überwunden, so ihn herausgesodert. Er konnte 45 Wundmäler an seinem Leib zeigen, die er alle vor dem Mann und keine Rückwärts empfangen. Mit 9 Obristfeldherren ist er in ihren Triumphen, die sie vornehmlich durch ihre Mannheit erlangt, eingezogen. Das Mannli Kapitolini Kriegsehre wäre nicht geringer, wann er sie im Beschluss seines Lebens nicht selbst verkleinert. Dann er konnte auch 33 Wundmäler zeigen, ohne dass er einstmals das Kapitolium mit allen Schätzen allein vor den Franzosen erhalten. Wo bleiben die biblischen Helden, Joshua, David, Joab und die Asamoah und andere mehr, deren die erste das gelobte Lande erobert und die letzte wieder in Freiheit gesetzt haben. Item, der starke Herkula, ist Theseus und andere, die beinahe beides zu erzählen und ihr unsterbliches Lob zu beschreiben unmöglich. Sollten diese in ihren Nachkömmlingen nicht zu Ehren sein? Ich will aber Wehre und Waffen fahren lassen und mich den Künstlern zuwenden. Welche zwar etwas geringer zu sein scheinen nichts desto weniger, aber ihre Meister ganz ruhmreich machen. Was findet sich nur für eine Geschicklichkeit an Zeugse, welche durch seinen kunstreichen Kopf und geschickte Hand die Vögel in der Luft betrog. Item am Apelle, der eine Venus, so natürlich, so schön, so ausbündig, mit allen Liniementen, so subtil und zart daher malte, dass sich auch die Jugendgesellen der Rhein verliebten. Lodacus schreibt, dass Archimedes, ein Großschiff mit Kaufmannswaren beladen, mitten über dem Markt zu Syrakus, nur mit einer Hand an einem einzigen Seil dahergezogen, gleich, als ob er einen Zaumte an einem Zaum geführt, welches zwanzig Ochsen, geschweige zweihundert deinesgleichen Kälber, nicht hätten zu tun vermocht. Sollte nun dieser rechtschaffene Meister nicht einen besonderen Ehrentitel seiner Kunst gemäß zu begaben sein? Wer wollte nicht vor anderen Menschen preisen denjenigen, der dem persischen König Sapor ein gläsenes Werk machte, welches und unter seinen Füßen das Gestirn auf- und niedergehen sehen konnte? Sollte Archita nicht zu loben sein, der so künstliche hölzerne Tauben machte, dass sie auch gleich anderen Vögeln in der Luft herumflogen? Albertus Magnus machte ein irrenes Haub, welches ausdrückliche verständige Worte redete. So hat auch das Bild Memnonnis, so oft es von der aufgehenden Sonne beschienen wurde, einen großen Ton oder Gebrümm von sich gegeben. Gedachter Archimedes machte einen Spiegel, damit er der Feind die Kriegsschiffe mitten im Meer anzündete. So gedenke doch Ptolemäus eine wunderliche Art Spiegel, die so viele Angesichter zeigte, als Stunden im Tag waren. Wer wollte die geschickte Hand des jenigen Schreibers nicht edel nennen, welcher die Iliaden Homeri, so etliche Maßen solches Plinus bezeuget. Ein anderer Künstler hatte ein ganz vollkommenes und mit aller Zubehör versehenes Schiffe so künstlich zugerichtet, dass eine Biene solches unter ihre Flügel verbergen konnte. Welcher wollte den nicht preisen, der die Buchstaben zuerst erfunden? Ja, wer wollte nicht vielmehr den über alle Künste erheben, welcher die edle und der ganzen Welt höchst nützliche Kunst der Buchdruckerei erfunden? Ist Ceres, weil sie ein Ackerbauern des Müllwerk erfunden haben solle, vor eine Göttin gehalten worden? Warum sollte dann unbillig sein, wenn man anderen ihren Qualitäten gemäß ihr Lob zu Ehrentütteln berühmt wird? Zwar ist wenig daran gelegen, ob du, grobes Kalb, solches in deinen unvernünftigen Ochsen hinfassest oder nicht. Es geht dir eben keiner Ehre fähig und eben dieser Ursachen halber müßgönnest du solches denjenigen, die solcher wert sein. Da ich mich also gehetzt sahe, antwortete ich, die herrlichen Heldentaten wären höchlich zu rühmen, wann sie nicht mit anderer Menschen Untergang und Schanden vollbracht worden wären. Wann ist das aber vor ein Lob, welches mit so vielem unschuldig vergossenen Menschen Blut besudelt und was ist das für ein Adel, der mit so vieler tausend andrer Menschen Verderben erobert und zu Wegen gebracht worden ist. Die Künste betreffend was seins anders als lauter Vanitäten und Torheiten ja sie seint ebenso lehr eitel und unnütz als die Titel selbst die einem von denselbigen zustehen mögen dann entweder dienen sie zum Geiz oder zur Wollust oder zur Üppigkeit oder zum Verderben andrer Leute die dann die schrecklichen dinge auch sind die ich neulich auf den halben Wegen sehe so könne man der Druckerei und Schriften auch wohl entbehren nach Ausspruch und Meinung jenes heiligen Mannes welcher davor hielt die ganze weite Welt sei ihm buchs genug die Wunder seines Schöpfers zu betrachten und die göttliche Abschnitt 15 von der abenteuerliche Simplicissimus Teil 1 Dies ist eine LibriVox Aufnahme Alle LibriVox Aufnahmen sind in der Public Domain Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox .org Aufgenommen von Elli Der Abenteuerliche Simplicissimus Teil 1 von Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen Das Elfte Kapitel Simplex erzählt das mühselige Leben eines Regenten dem er ist ergeben Mein herr wollte auch mit mir scherzen und sagte ich merke wohl daß du nicht edel zu werden getrauest so verachtest du des adels ehrentitel ich antwortete herr wann schon ich in dieser stunde deine ehrenstelle treffen sollte so wollte ich sie doch nicht annehmen mein herr lachte und sagte das glaube ich dann dem ochsen gehört haberstroh wann du aber einen hohen sinn hättest die adlige die adlige gemüter haben sollen so würdest du mit fleiß nach hohen ehren und dignitäten trachten ich meinen teils achte es für kein geringes weil mich das glück über andere erhebet ich seufzte und sagte ach armselige glückseligkeit herr ich versichere dich dass du der alleredelste mensch in ganz hanau bist wieso wieso kalb sagte mein herr sage mir doch die ursache dann ich befinde solches bei mir nicht ich antwortete wann du nicht weißt und empfindest daß du gubernator in hanau und mit so viel sorgen und unruhe du deswegen beladen bist so verblendet dich die allzu große begierde die ehre deren du genießest oder du bist eisen und ganz unempfindlich du hast zwar zu befehlen und weder in insbesondere sorgen schaue du bist jetzt rundum her mit feinden umgeben und die konservation dieser festung liege dir allein auf dem hals du musst trachten wie du deinen gegenteil einen abbruch tun mögst und muss daneben sorgen daß deine anschläge nicht verkundschaftet werden bedürfte es nicht öfters daß du selber wie ein gemeiner knecht schildwacht stündest über das muss bedachtet sein daß kein mangel an geld munition proviant und volk im posten erscheine deswegen du dann das ganze land durch stetiges exquirieren und tribulieren in der kontribution halten musst schickest du die dinge zu solchem ende hinaus so ist rauben plündern stehlen brennen und morden ihre beste arbeit sie haben erst neulich orb geplündert braunfels eingenommen und staden in asche gelegt davon haben sie zwar ihnen beuten du aber schwere verantwortung bei gott gemacht ich lasse sein dass dir vielleicht der genuss eben der ehre auch wohltut weißt du aber auch wer solche schätze die du etwa sammelst genießen wird und gesetzt dass dir solche reichtum verbleibt so doch misslich stehet so musst du sie doch in der welt lassen und nimmst nichts davon mit dir beuten zunutz machen kannst so verschwendest du der armen schweiß und blut die jetzt im elend mangel leiden und gar verderben und hunger sterben oh wie oft sehe ich dass deine gedanken wegen schwere deines amtes hin und wieder zerstreut sein und dass hingegen ich und andere kälber ohne alle bekümmernis ruhig schlafen tust du solches nicht so kostet es deinen kopf da fern anders etwas verabsäumt wird das zur konservation deiner untergebenen völker und der festung hätte observiert werden sollen schaue solcher sorgen bin ich überhoben und weil ich weiß dass ich der natur einen tod zu leisten schuldig bin sorge ich nicht dass jemand meinen stall stürmet oder dass ich mit arbeit um mein leben scharmützeln müsse sterbe ich jung so bin ich der mühseligkeit deswegen ist dein ganzes leben nichts anderes als eine immerwährende sorge und schlaf brech dann du musst freunde und feinde fürchten die dich ohne zweifel wie du auch anderen zu tun gedenk ist entweder um dein leben oder um dein geld oder um deine reputation um dein kommando oder um sonst etwas zu bringen nach sinnen der feind setzt dir öffentlich zu und deine vermeinten freunde beneiden heimlich dein glück vor deinen untergeben aber bist du auch nicht allerdings versichert ich geschweige hier wie dich täglich deine brennenden begierden quälen und hin und wieder treiben wann du gedenkst wie du dir einen noch größeren namen und ruhm zu machen höher in kriegsämtern zu steigen größeren reichndum zu sammeln dem feind einen tuk zu beweisen sein meister zu werden ein oder anderer Ort zu überrumpeln und in Summe fast alles zu tun was andere leute geheitet und deiner seele schändlich der göttlichen majestät aber missfällig ist und was das aller ärgste ist so bist du von deinen fuchsschwänzern so verwehnt dass du dich selbst nicht kennest und von ihnen so eingenommen vergiftet dass du den gefährlichen Weg den du gehest nicht sehen kannst dann alles was du tust heißen sich recht und alle deine laster werden von ihnen zu lauter tugenden gemacht und ausgerufen deine grimmigkeit ist ihnen eine gerechtigkeit und wann du land und leute verderben lassest so sagen sie du seist ein braver soldat hetzen dich also zu anderer leute schaden damit sie deine kunst behalten und ihre beute dabei spicken mögen du herr sage ich nicht wahr daß du von deinen ohrenbläsern und daumendrehern dergestellt verderbst seist daß dir bereits nicht mehr zu helfen hingegen sehen andere leute deine laster gar bald und urteilen dich nicht allein in hohen und wichtigen sachen sondern finden auch genug in geringen dingen daran wenig gelegen an dir zu tadeln hast du nicht exempel genug an hohen personen so vor der zeit gelebet die atheniser murmelten wieder ihren simoniden nur darum daß er zu laut redete die thebaner klagten über ihren panikulum derweil er auswurf die lazedemonier schalten an ihrem lykurgo daß er alle zeit mit niedergenecktem haupt daher ging die römer vermeinten es stünde dem scipioniger übel an daß er im schlaf so laut schnache es dünke sie hässlich zu sein daß sich pompeius nur mit einem finger kratzte des juli caesaris spotteten sie weil er seinen gürtel nicht artig und lustig antrug die utizenser verleumdeten ihren guten kantonen weil er wie sie dünkte allzu geizig auf beiden backen aß und die katageneser redeten dem hannibal übel nach weil er immerzu mit der brust aufgedeckten kloster her ging wie dünke dich nun mein herr vermeinest du wohl noch daß ich mit einem tauschen solle der vielleicht dem zwölf oder dreizehn tischfreunden fuchsschwänzern und schmarotzern mehr als hundert oder vermutlich mehr als zehntausend so heimliche als öffentliche feinde verleumde und mißgünstige neider hat zudem was für glückseligkeit was für lust was für freude solle doch wohl ein solch haupt haben können unter welches pflegschutz und schirm soviel menschen stehen ist's nicht vonnöten daß du vor alle die dinge wachest vor sie sorgst und eines jeden klage und beschwerden anhörest wäre solches allein nicht mühselig genug wann schon du weder feinde noch mißgönner hättest ich sehe wohl wie sauer du dir's mußt gehen lassen und wieviel beschwerden du doch erträgst liebster herr was wird doch endlich dein lohn sein sage mir was hast du davon wann du es nicht weißt so laß dir's den griechischen demosthemen sagen welcher nachdem er den gemeinen nutzen und das regiment der athenienser tapfer und getreulich befördert und beschützt wieder alles recht und billigkeit als einer so eine greuliche missetat begangen des landes verwiesen und in das elend gejagt ward auch sokrati ward mit gift vergeben dem hannipal ward von den seinen so übel gelohnt daß er elendiglich in der welt landflüchtig herumschweifen mußt also geschahe dem römischen kamilio und dergestalt bezahlten die griechen den lykurgum und solonem deren der eine gesteinigt ward dem andern aber nachdem ihm ein aug ausgestochen wurde als einem mörder endlich das land verwiesen so haben auch moses und andere heilige männer das toben und wüthen des pöbels oft erfahren darum behalte dein kommando samt dem lohn den du davon haben wirst du darfst deren keines mit mir teilen dann wann alles wohl mit dir abgehet so hast du aufs wenigste sonst nichts das du davonbringst als ein böses gewissen wirst du aber dein gewissen in acht nehmen wollen so wirst du als ein untüchtiger bei zeiten von deinem kommando verstoßen werden nicht anders als wann du wie ich zu einem dummen kalb wärst worden das zwölfte kapitel simplex zieht trefflich und rühmlich herfür den verstand der unvernünftigen tier unter währenden meinem diskurs sahe ich jemanden an und verwunderte mich alle gegenwärtige daß ich solche reden sollte hervorbringen können welche wie sie vorgaben auch einem verständigen mann genug wären wann er solche gar ohne alle vorbedacht hätte vortragen sollen ich aber machte den schluss meiner rede und sagte darum nun mein liebster herr will ich nicht mit dir tauschen zwar ich bedarf's auch im geringsten nicht dann die quellen geben mir einen gesunden trank anstatt deiner köstlichen weine und derjenige der mich zum kalb werden zu lassen beliebert wird mir auch die gewächse des erdbodens dergestalt zu segnen wissen daß sie mir wie dem nabuchodon sore zur speis und aufenthalt meines lebens auch nicht unbequem sein werden so hat mich die natur auch bereits mit einem guten pelz versehen da mich hingegen oft vor dem besten ekelt der wein deinen kopf zerreißt und dich bald in diese oder jene krankheit wirft mein herr antwortete ich weiß nicht was ich an dir habe du bedünkest mich vor ein kalb viel zu verständig zu sein ich vermeine schier du seist unter deiner kalbshaut mit einer schalkshaut überzogen vermeinet ihr menschen dann wohl wir tiere seien gar nahen das dürft ihr euch gar nicht einbild ich halte da vor wann ältere tiere als ich so wohl als ich reden können so würden sie euch wohl anders aufschneiden wann ihr vermeintet wir seien gar dumm so sagt mir doch wer die wilde blöchtauben heer amseln und rebhühner gelernt hat wie sie sich mit lorbeerblättern burgieren sollen und die tauben turteltaublen und hühner mit st peterskraut wer lehret hunde und katzen daß sie das betaute gras fressen sollen wann sie ihren vollen bauch reinigen wollen wer die schildkrott daß sie die bisse vom schierling heilen und den hirsch wann ihr geschossen wie er seine zuflucht bei dem dictamon oder dem wilden pole nehmen solle wer hat es wieslein unterrichtet daß es rauten gebrauchen sollte wann es mit einer fledermaus oder irgendeiner schlange kämpfen will wer gibet den wilden schweinen den efeu und den bären den allraun zu erkennen und saget ihnen daß es gut sei zu ihrer arznei wer hat dem adler geraten daß er den adlerstein suchen und gebrauchen soll wann er seine eier schwerlich legen kann und welcher gibet es der schwalbe zu verstehen daß sie ihrer jungen blöde augen mit chelidonia arzneien solle wer hat die schlange instruiert daß sie soll fändchen essen wann sie ihre haut abstreifen und ihren dunklen augen helfen will wer lehret den stork so zu klustrieren den bellikan sich ader zu lassen und den bären wie er die bienen solle schropfen lassen was ich dörfte schier sagen daß ihr menschen eure künste und wissenschaften von uns tieren erlernet habt ihr fresset und sauft euch krank und tot das tun wir tiere nicht der lö oder der wolf wenn er zu fett werden will so fastet er bis er wieder mager frisch und gesund wird welches tier handelt nun am weislichsten über dies alles betrachtet das geflügel unter dem himmel betrachtet die unterschiedliche gebäude ihrer artlichen nester und weil ihnen ihre arbeit niemand nachmachen kann so müßte er bekennen daß sie beides verständiger und künstlicher sein als ihr menschen selbst wer sagt er den sommervögeln wann sie gegen den frühling zu uns kommen und junge hecken und gegen den herbst wann sie wieder von dannen in die warme länder verfügen sollen wer unterrichtet sie daß sie zu solchem ende einen sammelplatz bestimmen müssen wer führet sie und wer weiset ihnen den weg oder leihet ihr menschen vielleicht ihnen euren seekompaß damit sie unterwegs nicht ihre fahren nein ihr lieben leute sie wissen den weg auch ohne euch und wie lang sie darauf müssen wandern auch wann sie von einem und dem andern ort aufbrechen müssen bedürften sie also weder eures kompasses noch eures kalenders ferners beschauet die mühsame spinne deren gewebe nahe ein wunderwerk ist sehet ob ihr auch einen einzigen knopf in aller ihrer arbeit finden möget welcher jäger oder fischer hat sie gelehret wie sie ihr netz ausspannen und sich je nachdem sie sich eines netzes gebrauchet ihr wildbrett zu belaustern entweder in einen hintersten winkel oder gar in das zentrum ihres gewebes setzen solle ihr menschen verwundert euch über den raben von welchem plutarchus bezeuget dass er so viele steine in ein geschirr so halb voll wasser gewesen geworfen bis das wasser so weit oben gestanden dass er bequemlich habe trinken mögen was würdet ihr erst tun wann ihr bei und unter den tieren wohnen und ihre übrige handlung tun und lassen ansehen und betrachten würdet als dann würdet ihr erst bekennen dass es sich ansehen lasse als hätten alle tiere etwas besonderer eigener natürlicher kräften und tugenden in allen ihren affektionibus und gemütsneigungen in der fürsichtigkeit stärke mildtätigkeit furchtsamkeit rauchheit lehre und unterrichtung es kennet je eines das andere so unterscheiden sie sich voneinander sie stellen dem nach was ihnen nützlich fliehen das schädlich meiden die gefahr sammeln zusammen was ihnen zu ihrer nahrung notwendig ist und betrügen auch bisweilen euch menschen selbst dahero viel alte philosophie welches ernstlich erwogen und sich nicht geschämt haben zu fragen und zu disputieren ob die unvernünftigen thiere wohl auch verstand hätten zwar was darf's viel schicket euch der weise könig salomon doch selbst zu uns in die schule da er spricht es seien vier kleine dinge auf erden doch seien sie viel weiser als die weisesten die ameisen so ein schwach völklein seien doch sammeln sie im sommer ihre nahrung ein vor dem winter die königlein nicht ein starkes völklein doch machen sie ihre wohnungen in den felsen heuschrecken welche keinen könig haben und jedoch scharweis ausziehen die spinne ergreifet mit beiden armen und wohnt in den palästen der könige ich mag aber nichts mehr von diesen sachen reden geht hin zu den immen und sehet wie sie honig und wachs machen und alsdann sagt eure meinung wieder ende von kapitel 11 buch 2 gelesen von ellie mai 2009 abschnitt 16 von der abenteuerliche simplicissimus teil 1 dies ist eine librevox aufnahme alle librevox aufnahmen sind in der public domain weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librevox.org der abenteuerliche simplicissimus teil 1 von hans jakob christoffel von grimmelshausen abschnitt 16 zweites buch kapitel 13 das dreizehnte kapitel simplex erzählt viel wer es alles will wissen lass es zu lesen ihm gar nicht verdrießen hierauf fehlen unterschiedliche urteile über mich die meines herrn tischgenossen gaben der sekretarius hielt er vor ich sei von närrisch zu halten weil ich mich selbst vor ein unvernünftig tier schätze und dargebe maßen diejenige zu einsperren zu vielen oder zu wenig hätten und sich jedoch weiß zu sein dünken die allerartlichste oder visierlichste narren wären andere sagten wann man mir die imagination übernehme dass ich ein kalb sei oder mich überreden könnte dass ich wieder zu einem menschen worden wäre so würde ich vor vernünftig oder witzig genug zu halten sein mein herr selbst sagte ich halte ihn für einen narren weil er eben die wahrheit so unbescheut sagt hingegen seien seine diskursen so beschaffen dass solche keinem narren zustehen und solches alles redeten sie auf latein damit ich es nicht verstehen sollte er fragte mich ob ich studiert hätte als ich noch ein mensch gewesen ich wüsste nicht was studieren sei war meine antwort aber lieber herr sagte ich weiters sage mir was studen vor dinger sein damit man studiert nennest du vielleicht die kegel so damit man kegelt hierauf antwortete der tolle fähnrich was wollts mit diesem kerl sehn hei hätt den tüvel in lief hei ist besäten die tüvel die küret und jäme daher nahm mein herr ursache mich zu fragen sind mal ich denn nunmehr zu einem kalb worden wäre ob ich noch wie vor diesem gleich anderen menschen zu beten pflege und den himmel zu kommen traue freilich antwortete ich ich habe ja meine unsterbliche menschliche seele noch die wird ja wie du leichtlich gedenken kannst nicht in die hölle begehren vornehmlich weil mir schon einmal so übel darin ergangen ich bin nur verändert wie vor diesem nabukodunoso und dürfte ich noch wohl zu einer zeit wieder zu einem menschen werden das wünsche ich dir sagte mein herr mit einem ziemlichen seufzen daraus ich leichtlich schließen konnte dass ihnen eine reue ankommen weil er mich zu einem narren zu machen unterstanden aber lass hören fuhr er weiter fort wie pflegst du zu beten darauf kniete ich nieder hub augen und hände auf gut einsiedlerisch gen himmel und weil an meines herrn reue die ich gemerkt hatte mir das herz mit trefflichem trost berührte konnte ich auch die tränen nicht enthalten ward also dem äußerlichen ansehen nach mit höchster andacht nach gesprochenem vater unser vor alles anliegen der christenheit vor meine freunde und feinde und dass mir gott in dieser zeitlichkeit nach seinem willen also zu leben verleihen wolle dass ich würdig werden möchte ihn in ewiger seligkeit zu loben maßen mich mein einsiedel ein solches gebet mit andächtigen konzipierten worten gelehrt hat hiervon fingen etliche weichherzige zuseher auch beinahe an zu weinen weil sie ein trefflich mitleiden mit mir trugen wir meinem herrn selbst stunden die augen voller wasser dessen er sich wie mich deuchte selbst schämte und der hero sich entschuldigt mit vorwand sein herz im leib möchte ihm zerspringen wann er eine solche betrübte gestalt sehe die seine verlorene schwester so natürlich vor augen stelle nach der mahlzeit schickte mein herr nach obgemähtem pfarrherrn dem erzählte er alles was ich vorgebracht hatte und gab damit zu verstehen dass er besorge es gehe nicht recht mit mir zu und dass vielleicht der teufel mit unter der decke läge die weil ich vor diesem ganz einfältig und unwissenlich er zeigt nunmehr aber sachen vorzubringen wisse dass ich darüber zu verwundern der pfarrer in dem meine beschaffenheit am besten bekannt war antwortete man sollte solches bedacht haben ehe man mich zum narren zu machen unterstanden hätte menschen seien ebenbilder gottes mit welchen und bevor er mit so zarter jugend nicht wie mit bestien zu scherzen sei doch wolle er nimmermehr glauben dass dem bösen geist zugelassen worden sich mit in das spiel zu mischen die weil ich mich jederzeit durch inbrünstiges gebet gott befohlen gehabt sollte ihm aber wieder verhoffen solches verhängt und zugelassen worden sein so hätte man es bei gott schwerlich zu verantworten maßen ohne das beinahe keine größere sünde sei als wann ein mensch den anderen seiner vernunft brauben und also dem lob und dienst gottes dazu er vornehmlich erschaffen worden entziehen wollte ich habe hier bevor versicherung getan dass er witz genug gehabt dass er sich aber in der welt nicht schicken können war die ursache dass er bei seinem vater einem groben bauer und bei eurem schwager in der wildnis in aller einfalt erzogen worden hätte man sich anfänglich ein wenig mit ihm geduldet so würde er sich mit der zeit schon besser angelassen haben es war eben ein fromm einfältig kind dass die boshaftige welt noch nicht kannte doch zweifle ich gar nicht dass er nicht wiederum zurecht zu bringen sei wann man ihm nur die einbildung benehmen kann und ihn dahin bringt dass er nicht mehr glaubt er sei zum kalb worden man dieset von einem der hat festiglich geglaubt er sei zu einem irdenen krug worden bat dahero die seinige sie sollten ihn wohl in die höhe stellen damit er nichts verstoßen würde ein anderer bildete sich nicht anders ein als er sei ein hahn dieser kreilte in seiner krankheit tag und nacht noch ein anderer vermeinte nicht anders als er sei bereits gestorben und wanderer als ein geist herum wollte der wegen weder arznei noch speise und trank mehr zu sich nehmen bis endlich ein kluger arzt zween kerle anstellte die sich auch vor geister ausgaben daneben aber tapfer zächten sich zu jenem gesellten und den überredeten dass jetziger zeit die geister auch zu essen und zu trinken pflegen wodurch er dann wieder zurecht gebracht worden ich habe selbst einen kranken bauer in meiner fahr gehabt als ich denselben besuchte klagte er mir dass er auf drei oder vier ohm wasser im leib hätte wann solches von ihm wäre so getraute er wohl wieder gesund zu werden mit bitte ich wollte ihn entweder aufschneiden lassen damit solches von ihm laufen könnte oder ihn in rauch hängen lassen damit das selber ausdrückne darauf sprach ich ihm zu und überredete ihn ich könnte das wasser auf eine andere manier wohl von ihm bringen nahm demnach einen hahn wie man zu den wein- oder bierfässern brauchte band einen damen daran und das andere ende band sich an den zapfen eines bauchzubers den ich zu solchem ende voll wasser tragen lassen stellte mich darauf als wann ich ihm den hahn in den bauch steckte welchen er überall mit lumpen umbinden lassen damit er nicht zerspringen sollte hierauf ließ ich das wasser aus dem zuber durch den hahn hinweg laufen darüber sich der tropf herzlich erfreute nach solcher verrichtung die lumpen von sich täte und in wenig tagen wieder allerdings zurecht kam auf solche weise ist einem anderen geholfen worden der sich eingebildet er habe allerhand pferde gezeugt zäume und sonst sachen im leib demselben gab sein doktor eine purgation ein und legte dergleichen dinge unter nachtstuhl also dass der kerl glauben musste solches sei durch den stuhlgang von ihm kommen so sagt man auch von einem phantasten der geglaubt habe seine nase sei so lang dass sie ihm bis auf den boden reiche dem habe man eine wurst an die nase gehängt dieselbe nach und nach bis an die nase selbst hinweggeschnitten und als er das messer an der nase empfunden hätte er geschrien seine nase sei jetzt wieder in rechter form kann also wie diesen personen dem guten simpliko wohl auch wieder geholfen werden dieses alles glaubte ich wohl antwortete mein herr allein liegt mir an dass er zuvor so unwissend gewesen nunmehr aber von sachen zu sagen weiß solcher auch so perfekt daher erzählt der gleichen man bei älteren erfahrenen und beleseneren leuten als er ist nicht leichtlich finden wird er hat mir viel eigenschaften der tiere erzählt und meine eigene person so artlich beschrieben als wann er sein lebtag in der welt gewesen also dass ich mich darüber verwundern und seine reden beinahe vor ein orakel oder warnung gottes halten muss herr antwortete der fahrer dieses kann natürlicherweise wohl sein ich weiß dass er wohl belesen ist maßen er sowohl als sein einsiedel gleichsam alle meine bücher die ich gehabt und deren zwar nicht wenig gewesen durchgangen und weil der knabe ein gut gedächtnis hat jetzt wo aber in seinem gemüt müßig ist und seine eigenen person vergisst kann er gleich hervorbringen was er hier bevor ins hirn gefasst ich versehe mich auch dass er mit der zeit wieder zurecht zu bringen sei also satzte der fahrer den gubernator zwischen furcht und hoffnung er verantwortete mich und meine sache auf das beste und brachte mir gute tage ihm selbst aber einen zutritt bei meinem herrn zuwege ihr endlicher schluss war man sollte noch eine zeit lang mit mir zusehen und solches täte der fahrer mehr um seines als meines nutzen wegen denn mit diesem dass er so ab und zu ging und sich stellete als wann er meine teilen sich bemühe und große sorge trage überkam er des gubernators gunst tahero gab ihm derselbe gedienste und machte ihn bei der garnison zum kaplan welches in so schwerer zeit kein geringes war und ich ihm herzlich wohl gönnete kapitel 13 buch 2 gelesen von kaktus abschnitt 17 von der abenteuerliche simplicismus teil 1 dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind in der public domain weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org aufgenommen von helara der abenteuerliche simplicismus teil 1 von hans jacob christoffel von grimmelshausen abschnitt 17 zweites buch kapitel 14 und 15 das vierzehnte kapitel simplex nach einem glückseligen leben muss sich den tollen kroaten ergeben von dieser zeit an besaß ich meines herren gnade kunst und liebe vollkümlich dessen ich mich wohl mit wahrheit rühmen kann nichts mangelte mir zu meinem besseren glück als dass ich an meinem karls kleid zu viel und an jahren noch zu wenig hatte wiewohl ich solches selbst nicht wusste so wollte mich der fahrer auch noch nicht mit sich haben weil ihn solches noch nicht zeit und seinem nutzen vorträglich zu sein bedunkte und demnach mein herr sah daß ich lust zur musik hatte ließ er mich solcher lernen und verdingte mich zugleich einem vortrefflichen lautnisten dessen kunst ich in bilden ziemlich begriff und ihn um so viel übertraf weil ich besser als er darein singen konnte also dienete ich meinem herren zur lust kurzweiler ergetzung und verwunderung alle offiziere erzeigten mir ihren geneigten willen die reichesten bürger verehrten mich und das hausgesinnt neben den soldaten wollten mir wohl weil sie sahen wie mir mein herr gewogen war einer schenkte mir hier der ander dort dann die wußten daß schallsnarren oft bei ihren herren mehr vermügen als etwas rechtschaffnis und dahin hatten auch ihre geschenke das absehen weil mir etliche darum gaben daß ich sie nicht verfug schwänzen sollte andere aber eben deswegen dass ich ihren wegen solches tun sollte auf welche weise ich ziemlich geld zu wegen brachte welches ich mehrenteils dem fahrer wiederzusteckte weil ich noch nicht wusste wozu es nutzte und gleich wie mich niemand jähl ansehen dürfte als hatte ich auch von nirgends her keine anfechtung sorge oder bekümmernis alle meine gedanken legte ich auf die musik und wie ich dem einen und dem anderen seinem engel artlich verweisen möchte daher wuchs ich auf wie ein narr im zwiebelland der hundspiegel wurde mir glatt und meine liebskräfte nahmen handgreiflich zu man sah mir im bilde an daß ich mich nicht mehr im wald mit wasser eicheln buchen butzeln und kräutern mortifizierte sondern daß mir bei guten bißlein der rheinische wein und das hanauische doppelbier wohl zuschlug welches in so erlehnte zeit vor einer großen gnade von gott zu schätzen war denn damals stund ganz deutschland in völligen kriegsflammen hunger und pestelenz und hanau selbst war mit feinden umlagert welches alles mich im geringsten nicht kränken konnte nach aufgeschlagener belegerung nahm ihm mein herr vor mich entweder dem kardinal richelow oder herzog bernhard von weimar zu schenken dann und daß er hoffte einen großen dank mit mir zu verdienen gab er auch vor daß ihm scher unmöglich wäre länger zu ertragen weil ich ihm seine verlorene schwester gestalt deren ich je länger je ähnlicher würde in so nährischem habit täglich vor augen stellete solches widerriet ihm der pfarrer dann er hielt davor die zeit werde kommen in welcher er ein miracul tun und mich wieder zu einem vernünftigen menschen machen wollte gab demnach dem gubernator den rat er sollte ein paar kaltfälle bereiten und solche anderen knaben antun lassen hernach eine dritte person bestellen die in gestalt eines arztes propheten oder landfahrers mich und bemeldete zwei knaben mit seltsamen ceremonien ausziehe und vorwenden dass er aus tieren menschen und aus menschen tierer machen könnte auf solche weise könnte ich wohl wieder zurecht gebracht und mir und sonderlicher größere mühe eingebildet werden ich sei wie andre mehr wieder zu einem menschen worden als ihm der gubernator solchen vorschlag belieben ließe kommunizierte mir der pfarrer was er mit meinem herrn abgeredet hätte und jubber redete mich leicht daß ich meinen willen darein gab aber das neidige glück wollte mich so leichtlich aus meinem narren kleid nicht schliefen noch mich das herrliche gute leben länger genießen lassen dann indem als gerber und schneider mit den kleidern umgingen die zu dieser komödie gehörten terminierte ich mit etlichen andern knaben von der festung auf dem eis herum da führte ich weiß nicht wer unversehens eine partei kroaten daher die uns miteinander anpackten auf etliche leere bauernpferde satzen die sie erst gestohlen hatten und miteinander davon führten zwar stunden sie endlich im zweifel ob sie mich mitnehmen wollten oder nicht bis endlich einer auf würmisch sagte mi veme docho blachnasse bau bove de me hoge babo oberstwoi dem antwortete ein anderer also mußte ich zu ferd und in werden daß einem ein einzig unglückliches stündlein aller wohlfahrt entsetzen und von allem glück und heil dermaßen entfernen kann daß es einem sein lebtag nachgeht ende von kapitel vierzehn book zwei das fünfzehnte kapitel simplex muß bei den kroatischen scharen unfalls und jubels genugsam erfahren ob zwar nun die henauer gleich lähmen hatten sich zu pferd herausließen und die kroaten mit einem scharmmützel etwas aufhielten und bekümmerten so mußten sie ihnen jedoch nichts abgewinnen dann diese leichte ware ging sehr vorteilhaftig durch und nahm ihren weg auf büringen zu allwo sie fütterten und den bürgern dasselbst die gefangene hanauische reiche söhnlein wieder zu lösen gaben auch ihre gestohlenen pferde und andere ware verkauften von dannen brachen sie wieder auf schier ehe es recht nacht geschweige wie der tag wurde gingen schnell durch den büringer wald dem stift fulda zu und nahmen unterwegs mit was sie fortbringen konnten das rauben und plündern hinderte sie an ihrem schleudigen vorzug im geringsten nichts denn sie konnten's machen wie der teufel von welchen man zu sagen pflegt daß er zugleich laufe und hofiere und doch nichts am wege versaume maßen wir noch denselben abend im stift hischfeld obwohl sie ihr quartier hatten mit einer großen beute ankamen das ward alles partiert ich aber ward dem obersten korps zuteil bei diesem herrn kam mir alles widerwärtig und fast panisch vor die hanauische schlecker bislein hatten sich in schwarzes grobes brot und mager rindfleisch oder was wohl abging in ein stück gestohlenen speck verändert wein und bier war mir zu wasser worden und ich musste anstatt des bettes bei den pferden in der streu vorlieb nehmen vor das lautenschlagen das sonst jedermann belustiget musste ich zu seiten gleich anderen jungen untern tisch kriechen wie ein hund heulen und mich mit sporen stecken lassen welches mir ein schlechter spaß war vor das hanauische spazieren gehen durfte ich mit auf furage reiten pferderstriegeln und denselben ausmisten das furagieren aber ist nichts anders als daß man mit großer mühe und arbeit auch oft nicht ohne lieb und lebensgefahr hinaus auf die dörfer schweift drischt mal wagt stiehlt und nimmt was man findet drillt und verdeppt die bauern ja schändet wohl gar ihre mägde weiber und türkste zu welcher arbeit ich aber noch zu jung war und wann den armen bauern das ding nicht gefallen will oder sie sich etwa erküren dürfen einen oder den anderen furagierer über solche arbeit auf die finger zu klopfen wie es denn damals der gleichen gäste in hessen viel gab so haut man sie nieder wenn man sie hat oder schickt aufs wenigste ihrer häuser im rauch den himmel mein herr hatte kein weib wie dann diese art krieger keine weiber mit zu führen pflegen weil die nächster die besten deren stellen vertreten müssen keinen pager keinen kammerdiener keinen koch hingegen aber einen haufen reutznächter und jungen welche ihm und den fäden zugleich erwarteten und schämte er sich selbst nicht ein roß zu sarten oder demselben futter für zu schütten er schlief alle zeit auf stroh oder auf der bloßen erde und bedeckte sich mit seinem pelzroch daher sah man oft die mühleflur auf seinen kleidern herumwandern deren er sich im geringsten nicht schämte sondern noch dazu lachte wann ihm jemand eine er trug kurze haupthaar und einen breiten schweizer bart welches ihm wohl zustatten kam weil er sich selbst in baurenkleider zu feststellen und darin auf kundschaft auszugehen pflegte wiewohl er nun wie gehört keine grande zerspeistete so ward er jedoch von den seinen und andern die ihn kannten geehrt geliebt und gefürchtet wir waren niemals ruhig sondern bald hier bald dort bald fielen wir ein und bald wurd uns eingefallen sogar war keine ruhe da der hessenmarkt zu ringern hingegen feierte uns melander auch nicht als welcher uns manchen reute abjagte und nach kassel schickte dieses unruhige leben schmeckte mir gar nicht daher wünschte ich mich oft vergeblich wieder nach hernach mein größtes kreuz war daß ich mit dem burschen nicht recht reden konnte und mich gleichsam von jedwedem hin und wieder stoßen plagen schlagen und jagen lassen mußte die größte kurzweiler die mein oberster mit mir hatte war daß ich ihm auf deutsch singen und wie andere reuter jungen aufblasen mußte zu zwar selten geschah doch kriegte ich als dann solche dichte ohrfeigen daß der rote saft hernach ging und ich lang genug daran hatte zuletzt fing ich an mich des kochens zu unterwinden und meinem herrn das gewehr darauf er viel hielt sauber zu halten weil ich ohne das auf frage zu reiten noch nicht nutz war das schlug mir so trefflich zu daß ich endlich meines herrn gunst erwarb maßen er mir wieder aus kalbwellen ein neues narrenkleid machen lassen mit viel größeren eselsohnen als ich zuvor getragen und weil mein herrn mund nicht eklig war bedurfte ich zu meiner kochkunst desto weniger geschicklichkeit demnach mir aber zu öfter an salz schmalz und gewürz mangelte war ich meines handwerks auch müde trachtete derowegen tag und nacht wie ich mit guter manier ausreißen mußte vornehmlich weil ich den frühling wieder erlangt hatte als ich nun solches ins werk setzen wollte nahm ich mich an die schaf und kühnkütteln deren es voll um unser quartier lag fern hinweg zu schleifen damit solche keinen zu jubeln geruch mehr magten solches ließ ihm der oberste gefallen als ich nun damit umgeh blieb ich da es dunkel ward zuletzt gar aus und entwischt in den nächsten wald Ende von Kapitel 15 Book 2 Abschnitt 18 von der abenteuerliche Simplicissimus Teil 1 Dies ist eine LibriVox Aufnahme Alle LibriVox Aufnahmen sind in der Public Domain Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Christian Der abenteuerliche Simplicissimus Teil 1 von Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen Abschnitt 18 Zweites Buch Kapitel 16 und 17 Kapitel 16 Simplex eine treffliche Beute erschnappet Als ein Waldbruder viel Speisen ertappet Mein Handel und Wesen ward aber allem Ansehen nach je länger je ärger Ja so schlimm daß ich mir einbildete ich sei nur zum Unglück geboren Dann ich war wenig Stunden von den Kroaten hinweg da erhascheten mich etliche Schnapphahnen Diese vermeinten ohn Zweifel etwas rechts an mir gefangen zu haben weil sie bei finstra Nacht mein närrisch Kleid nicht sahen und mich gleich durch Zwehen aus ihnen an einen gewissen Ort weit hinein in Wald führen ließen Als mich diese dahin brachten und es zugleich stockfinster ward wollte der eine Kerl kurzum Geld von mir haben Zu solchem Ende legte er seine Handschuhe samt dem Feuerrohr nieder und fing an mich zu visitieren fragende wer bist du hast du Geld Sobald er aber mein haarig Kleid und die lange Eselsohren an meiner Kappe die er vor Hörner gehalten begriff und zugleich die hellscheinende Funken welche gemeiniglich der Tiere heute sehen lassen wenn man sie in der finstre streichet gewahr ward erschrak er daß er ineinander fuhr Solches merkte ich gleich derowegen striegelte ich eh er sich wieder erholen oder etwas besinnen konnte mein Kleid mit beiden Händen dermaßen daß es schimmerte als wann ich inwendig voller brennenden Schwefels gestocken wäre und antwortete ihm mit erschrecklicher Stimme der Teufel bin ich und will dir und deinem Gesellen die Hälse umdrehen Welches diese Zween also erschreckte daß sie sich alle beide durch Stöcke und Stauden so geschwind davontrolleten als wenn sie das höllische Feuer gejaget hätte Die finstre Nacht konnte ihren schnennen Lauf nicht hindern und obgleich sie oft an Stöcke Steine Stämme und Bäume liefen und noch öfter zu Haufen fielen rafften sie sich doch geschwind wieder auf Solches trieben sie bis ich keinen mehr hören konnte ich aber lachte unterdessen so schröcklich daß es im ganzen Wald erschallete welches Ohnzweifel in einer solchen finstern Einöde fürchterlich anzuhören war Als ich mich nun abwegs machen wollte strauchelte ich über das Feuerrohr das nahm ich zu mir weil ich bereits mit dem Geschoß umzugehen bei den Kroaten gelernt hatte Da ich weiter schritte stieß ich auch an einen Knapsack welcher gleich meinem Kleid von Kalbfällen gemacht war Ich hub ihn ebenmäßig auf und fand daß eine Patrontäsche mit Pulver, Blei und aller Zugehör wohl versehen unten daran hing Ich hing alles an mich nahm das Rohr auf die Achsel wie ein Soldat und verbarg mich ohnweit davon in einen dicken Busch Der Meinung daselbst eine Weile zu schlafen Aber sobald der Tag anbrach kam die ganze Partei auf vorbenannten Platz und suchten das verlorene Feuerrohr samt dem Knapsack Ich spitzte die Ohren wie ein Fuchs und hielt mich stiller als eine Maus Wie sie aber nichts fanden verlachten sie die Zwehen so von mir entflohen waren Pfui ihr feige Tropfen sagten sie Schämet euch ins Herz hinein daß ihr euch von einem einigen Kerl erschrecken, verjagen und das Gewehr nehmen lasset Aber der eine schwur der Teufel sollt ihn holen wann's nicht der Teufel selbst gewesen sei Er hätte ja die Hörner und seine raue Haut wohl begriffen Der ander aber gehob sich gar übel und sagte Es mag der Teufel oder seine Mutter gewesen sein, wenn ich nur meinen Ranzen wieder hätte Einer von ihnen, welchen ich für den vornehmsten hielt, antwortete diesem Was meinest du wohl, daß der Teufel mit deinem Ranzen und dem Feuerrohr machen wollte? Ich dürfte meinen Hals verwetten, wo nicht der Kerl, den ihr so schändlich entlaufen lassen, beide Stücke mit sich genommen Diesem hielt ein anderer Widerpart und sagte, es könne auch wohl sein, daß seither etliche Bauern dagewesen wären, welche die Sachen gefunden und aufgehoben hätten Solchem ward endlich von allen Beifall gegeben und von der ganzen Partei festiglich geglaubt, daß sie den Teufel selbst unter Händen gehabt hätten Vornehmlich, weil derjenige, so mich in der Finstere visitieren wollen, nicht allein solches mit grausamen Flüchen bekräftiget Sondern auch die rauhe, funkelnde Haut und beide Hörner als gewisse Wahrzeichen einer teuflischen Eigenschaft gewaltig zu beschreiben und herauszustreichen wußte Ich vermeine auch, wann ich mich unversehens hätte wiederum sehen lassen, daß die ganze Partei entlaufen wäre Zuletzt, als sie lang genug gesuchet und doch nichts funden hatten, nahmen sie ihren Weg weiters Ich aber machte den Ranzen auf zu frühstücken und langte im ersten Griff einen Säckel heraus, in welchem dreihundert und etliche sechzig Dukaten waren Ob ich nun hierüber erfreut worden, bedarf zwar keines Fragens, aber der Leser sei versichert, daß mich der Knapsack viel mehr erfreuete Weil ich ihn mit Proviant sowohl versehen sah, als diese schöne Summa Goldes selbst Und demnach dergleichen Gesellen bei den gemeinen Soldaten viel zu dünn gesähe zu sein pflegen, daß sie solche mit sich auf Partei schleppen sollten Als machte ich mir die Gedanken, der Kerl müsse dies Geld auf eben derselben Partei erst heimlich erschnappt und geschwind zu sich in Ranzen geschoben haben, damit er solches mit den andern nicht partieren dürfe Hierauf zehrte ich fröhlich zu morgen, fand auch bald ein lustig Brünnlein, bei welchem ich mich erquickte und meine schöne Dukaten zählete Wann mir's allbereit das Leben gültte, ich sollte anzeigen, in welchem Land oder Gegend ich mich damals befunden, so könnte ich's nicht Ich blieb anfangs so lang in dem Wald, als mein Proviant währete, mit welchem ich sparsam Haus hielt Als aber mein Ranzen leer worden, jagte mich der Hunger in die Bauernhäuser Da kroch ich bei Nacht in Keller und Küchen und nahm von Essensspeise, was ich fand und tragen mochte Das schleppte ich mit mir in Wald, wo er am allerwildesten war Darin führte ich wieder überall ein einsiedlerisch Leben wie hiebevor, ohne daß ich sehr viel Stahl und desto weniger betete Auch keine stetige Wohnung hatte, sondern bald hie, bald dorthin schweifte Es kam mir trefflich wohl zu statten, daß es im Anfang des Sommers war Doch konnte ich auch mit meinem Rohr Feuer machen, wann ich wollte Kapitel 17 Simplex sieht Hexen zum Tanz hinwegfahren Kommt auch zu ihren verteufelten Scharen Unter währenddem, diesem meinem Umschweifen, haben mich hin und wieder in den Wäldern unterschiedliche Bauersleute angetroffen Sie seint aber allzeit vor mir geflohen Nicht weiß ich, war's die Ursache, daß sie ohn daß durch den Krieg scheu gemacht, verjagt und niemals recht beständig zu Haus waren Oder ob die Schnapphahnen diejenige Abenteuer, so ihnen mit mir begegnete, in dem Land ausgesprengt haben Also, daß hernach diese, so mich nachgehens gesehen, im Gleichen geglaubt, der böse Feind wandere wahrhaftig in selbiger Gegend umher Einsmals ging ich in dem Wald etliche Tage in der Irre herum Derowegen mußte ich sorgen, daß Proviant möchte mir aufgehen und ich dadurch endlich ins äußerste Verderben kommen Ich wollte dann wieder Wurzeln und Kräuter essen, deren ich nicht mehr gewohnt war In solchen Gedanken hörete ich zween Holzhauer, so mich höchlich erfreuete Ich ging dem Schlag nach, und als ich sie sah, nahm ich eine Handvoll Dukaten aus meinem Säckel Schlich nahe zu ihnen, zeigte ihnen das anziehende Gold und sagte Ihr Herren, wenn ihr meiner wartet, so will ich euch die Handvoll Gold schenken Aber sobald sie mich und mein Gold sahen, ebensobald gaben sie auch Fersengeld Und ließen Schlegel und Keil samt ihrem Käs und Brotsack liegen Mit solchem versahe ich meinen Ranzen wieder, verschlug mich in den Wald Und verzweifelte schier, mein Lebtag wieder einmal zu Menschen zu kommen Nach langem Hin- und Hersinnen gedachte ich Wer weiß, wie's dir noch geht Du hast doch Geld, und wann du solches zu guten Leuten in Sicherheit bringest So kannst du ziemlich lang wohl darum leben Also fiel mir ein, ich sollte es einnähen Derowegen machte ich mir aus meinen Eselsohren, welche die Leute so flüchtig machten Zwei Armbänder, gesellete meine Hanauische zu den schnapphanischen Dukaten Täte solche in besagte Armbänder wohl arrestieren Und oberhalb den Ellbogen um meine Arme binden Wie ich nun meinen Schatz dergestalt versichert hatte Fuhr ich den Bauern wieder ein Und holte von ihrem Vorrat, was ich bedorfte und erschnappen konnte Und wie wohl ich noch einfältig gewesen So war ich jedoch so schlau Daß ich niemal, wo ich einst einen Partikul geholt Wieder an dasselbige Ort kam Dahero war ich sehr glückselig im Stehlen Und ward niemals auf der Mauserei ertappt Einsmals zu Ende des Mai Als ich abermal durch mein gewöhnlich, obzwar verbotenes Mittel Meine Nahrung holen wollte Und zu dem Ende zu einem Bauernhof gestrichen war Kam ich auf das Allerheimlichste in die Küche Merkte aber, daß noch Leute auf waren Nota, wo sich Hunde befanden, da kam ich wohl nicht hin Derowegen sperrete ich die eine Küchentüre, die in den Hof ging Angelweit auf, damit, wann es etwa in Gefahr setzte Ich stracks ausreißen könnte Blieb also mausstill sitzen, bis ich erwarten möchte Daß sich die Leute niedergelegt hätten Unterdessen nahm ich eine Spalte gewahr Die das Küchenschelterlein hatte Welches in die Stube ging Ich schlich hinzu Zu sehen, ob die Leute nicht bald schlafen gehen wollten Aber meine Hoffnung war nichts Dann sie hatten sich erst angezogen Und anstatt des Lichts eine schweflichte, blaue Flamme auf der Bank stehen Bei welcher sie Stecken, Besen, Gabeln, Stühle und Bänke schmierten Und nacheinander damit zum Fenster hinausflogen Ich verwunderte mich schrecklich Und empfand ein großes Grauen Weil ich aber größerer Erschrecklichkeiten gewohnt war Zumal mein Lebtag von den Unholden weder gelesen noch gehöret hatte Achtete ich's nicht sonderlich Vornehmlich, weil alles so still herging Sondern verfügte mich, nachdem alles davongefahren war Auch in die Stube Bedachte, was ich mitnehmen Und wo ich solches suchen wollte Und satzte mich in solchen Gedanken Auf eine Bank schrittling nieder Ich war aber kaum aufgesessen Da fuhr, ja schnurrte ich Samt der Bank Gleichsam, augenblicklich zum Fenster hinaus Und ließ meinen Ranzen und Feuerrohr So ich von mir geleget hatte Vor den Schmierballon und so künstliche Salbe dahinten Das Aufsitzen, Davonfahren und Absteigen Geschah gleichsam in einem Nu Dann ich kam, wie mich bedunkte Augenblicklich zu einer großen Schar Volks Es sei dann, daß ich aus Schrecken nicht geachtet habe Wie lang ich auf dieser weiten Reise zugebracht Diese tanzten einen wunderlichen Tanz Dergleichen ich mein Lebtag nie gesehen Dann sie hatten sich bei den Händen gefaßt Und viel Ring ineinander gemacht Mit zusammengekehrten Rücken Wie man die drei Grazien abmalet Also, daß sie die Angesichter Herauswärts kehrten Der Innerring Bestund etwa in sieben oder acht Personen Der Ander hatte wohl noch so viel Der Dritte mehr als diese beide Und so fortan Also, daß sich in dem Äußern Ring Über zweihundert Personen befanden Und weil ein Ring oder Kreis Um den Andern links Und die Andere rechts herum tanzten Konnt ich nicht sehen Wie viel solcher Ringe gemachet Noch, was sie in der Mitten Darum sie tanzten Stehen hatten Es sah eben greulich seltsam aus Weil die Köpfe so possierlich Durcheinander haspelten Und gleich, wie der Tanz seltsam war Also war auch ihre Musik Auch sang, wie ich vermeinte Ein jeder am Tanz selber drein Welches eine wunderliche Harmoniam abgab Meine Bank, die mich hintrug Ließ sich bei den Spielleuten nieder Die außerhalb der Ringe Um den Tanz herum stunden Deren etliche hatten anstatt der Flöten Zwerchpfeifen und Schalmeien Nichts anders als Nattern, Fiebern und Blindschleichen Darauf sie lustig daherpfiffen Etliche hatten Katzen Denen sie in Hintern bliesen Und auf dem Schwanz fingerten Das lautete den Sackpfeifen gleich Andere geigeten auf Roßköpfen Wie auf dem besten Diskant Und aber andere schlugen die Harfe Auf einem Kühgerippe Wie solche auf dem Vasen liegen So war auch einer vorhanden Der hatte eine Hündin unterm Arm Bären leierte er am Schwanz Und fingerte ihr an den Düten Darunter trompeteten die Teufel Durch die Nase Daß es im ganzen Wald erschallerte Und wie dieser Tanz bald aus war Fing die ganze höllische Gesellschaft an Zu rasen, zu rufen, zu rauschen Zu brausen, zu heulen, zu wüten Und zu toben Als ob sie alle toll und töricht gewesen wären Da kann jeder gedenken In was für Schrecken und forchtig gesteckt In diesem gräulichen Lärmen Und abscheulichem Wesen Kam ein Kerl auf mich da Der hatte eine ungeheure Krotte unterm Arm Gern so groß als eine Heerpauke Deren waren die Därme aus dem Hindern gezogen Und wieder zum Maul hineingeschoppt Welches so garstig aussah Daß mich darob kotzerte Sieh hin, Simplici, sagte er Ich weiß, daß du ein guter Lautenist bist Laß uns doch ein fein Stückchen hören Ich erschrak, daß ich schier umfiel Weil mich der Kerl mit Namen nannte Und in solchem Schrecken Verstummete ich gar Und bildete mir ein Ich läge in einem so schweren Traum Bat derowegen innerlich Im Herzen Gott den Allmächtigen Daß er mich doch erwachen lassen Und mir aus diesem Traum helfen wollte Der mit dem Krott aber Den ich steif ansah Zog seine Nase aus und ein Wie ein kalekutischer Hahn Und stieß mich endlich auf die Brust Daß ich schier davon erstickte Derowegen fing ich an Überlaut zu Gott zu rufen Und sagte Herr Jesu Christe Kaum war dies kräftige Wort ausgeredet Da verschwand das ganze Heer In einem Hui ward es stockfinster Und mir so fürchterlich ums Herz Daß ich zu Boden fiel Und wohl hundert Kreuz vor mich machte Ende von Kapitel 17 Buch 2 Abschnitt 19 Von der abenteuerliche Simplicissimus Teil 1 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Christian Der abenteuerliche Simplicissimus Teil 1 Von Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen Abschnitt 19 Buch 2 Kapitel 18 und 19 Kapitel 18 Simplex bitt, man woll' ja etwan nicht meinen, als woll' er mit großem Messer erscheinen. Demnach es etliche Und zwar auch vornehme Gelehrte Leute darunter Giebt, die nicht glauben, Daß Hexen oder Unholden sein, Geschweige, Daß sie in der Luft Hin und wieder fahren sollten, Als zweifele ich nicht, Es werden sich etliche finden, Die sagen werden, Simplicius schneide hier Mit dem großen Messer auf. Mit denselben begehre ich nun nicht zu fechten, Dann weil Aufschneiden keine Kunst, Sondern jetziger Zeit Fast das gemeinste Handwerk ist, Als kann ich nicht leugnen, Daß ich's nicht auch könnte, Dann ich müßte ja sonst wohl Ein schlechter Tropf sein. Welche aber der Hexen Ausfahren verneinen, Die stellen ihnen nur Simonem, den Zauberer vor, Welcher vom bösen Geist In die Luft erhaben ward Und auf Sankt Petri-Gebet Wieder herunterbefallen. Nikolaus Remigius, Welcher ein tapferer, Gelehrter und verständiger Mann gewesen, Und im Herzogtum Lothringen Nicht nur ein halb Dutzit Hexen verbrennen lassen, Erzählet von Johanne von Hemmbach, Daß ihn seine Mutter, Die eine Hexe war, Im sechzehnten Jahr seines Alters Mit sich auf ihre Versammlung genommen, Daß er ihnen, Weil er hatte lernen pfeifen, Beim Tanz aufspielen sollte. Zu solchem Ende Stieg er auf einen Baum, Pfiff daher, Und siehet dem Tanz mit Fleiß zu, Vielleicht, weil ihm alles So wunderlich gedeuchte, Dann da gehet alles Auf eine närrische Weise zu. Endlich spricht er, Behüte, lieber Gott, Woher kommt so viel närrisch Und unsinniges Gesind? Er hatte aber kaum Diese Worte ausgesaget, Da fiel er vom Baum herab, Verrenkte eine Schulter Und rufte ihnen um Hülfe zu, Aber da war niemand als er. Wie er dieses nachmals ruchbar machte, Hielten's die meiste vor eine Fabel, Bis man kurz hernach Katharinam Prevotiam, Zauberei halber fing, Welche auch bei selbigen Tanz gewesen. Die bekannte alles, Wie es hergegangen, Wiewohl sie von dem gemeinen Geschrei Nichts wußte, Daß Hemmbach ausgesprengt hatte. Majulus setzet zwei Exempel, Von einem Knecht, So sich an seine Frau gehängt, Und von einem Ehebrecher, So der Ehebrecherin, Büchsen genommen, Sich mit deren Salbe geschmiert, Und also beide Zu der Zauberer Zusammenkunft Kommen sein. So sagt man auch von einem Knecht, Der frühe aufgestanden Und den Wagen geschmiert, Weil er aber die unrechte Büchse In der Finstre ertappt, Hat sich der Wagen in die Luft erhoben, Also daß man ihn wieder herabziehen müssen. Olaus Magnus Erzählet in Libro Terzio Historie de Gentibus Septentrionalibus Primo Capitulo 19 Daß Hadingus, König in Dänemark, Wieder in sein Königreich, Woraus er durch etliche Aufrührer Vertrieben worden, Fern über das Meer Auf des Otini Geist Durch die Luft gefahren, Welcher sich in ein Pferd Verstellet hätte. So ist auch Mehr als genugsam bekannt, Was Gestalt, Theils Weiber Und ledige Dirnen In Böhmen Ihre Beischläfer Des Nachts Einen weiten Weg Auf Böcken Zu sich holen lassen. Was Torquemadius In seinem Hexa Merone Von seinem Schulgesellen erzählet, Mag bei ihm gelesen werden. Girlandus schreibt auch Von einem vornehmen Mann, Welcher, Als er gemerkt, Daß sich sein Weib salbe Und darauf aus dem Haus fahre, Habe er sie einsmals gezwungen, Ihn mit sich Auf der Zauberer Zusammenkunft zu nehmen. Als sie daselbst aßen Und kein Salz vorhanden war, Habe er dessen begehrt, Mit großer Mühe auch erhalten Und darauf gesagt, Gott sei gelobt, Jetzt kommt Salz. Darauf die Lichter erloschen Und alles verschwunden. Als es nun Tag worden, Hat er von den Hirten verstanden, Daß er nahend der Stadt Benevento Im Königreich Neapolis Ort zum Anderen gefahren, Ist aus seiner Historie Genugsam bekannt. So lieset man bei dem Boccaccio Von einem Edelmann aus Lombardia, Dessen Vater vor Zeiten Den Sultan in Ägypten Unbekannterweise beherberget. Als dieser gefangen, Dem Sultan überliefert Und erkannt worden, Habe er ihn in ein köstlich Bett legen, Mit vielen Gold schlafend Nach Pavia durch einen Zauberer führen Und in die Hauptkirche Daselbst niedersetzen lassen. So habe ich selbst auch Eine Frau und einem Magd gekannt, Seind aber, als ich dieses schreibe, Beide tot, Wie wohl der Magdvater noch im Leben. Diese Magd schmierte einsmals Auf dem Herd beim Feuer Ihrer Frau die Schuhe, Und als sie mit einem fertig war Und solchen beiseitsetzte, Den Andern auch zu schmieren, Fuhr der Geschmierte unversehens Zum Kamin hinaus. Diese Geschichte Ist aber vertuscht geblieben. Solches alles melde ich nur darum, Damit man eigentlich davor halte, Daß die Zauberinnen und Hexenmeister Zu Zeiten leibhaftig Auf ihre Versammlungen fahren, Und nicht deswegen, Daß man mir eben glauben müsse, Ich sei, wie ich gemeldet habe, Auch so dahin gefahren. Dann es gilt mir gleich, Es mag's einer glauben oder nicht, Und wer's nicht glauben will, Der mag einen anderen Weg ersinnen, Auf welchen mich aus dem Stift Hirschfeld oder Fulda, Dann ich weiß selbst nicht, Wo ich in den Wäldern herumgeschweift hatte, In so kurzer Zeit Ins Erzstift Magdeburg Marschiert sei. Kapitel 19 Simplex wird wieder zu einem Narren erlesen, Wie er auch zuvor war einer gewesen. Ich fange meine Historie wieder an, Und versichere den Leser, Daß ich auf dem Bauch liegen blieb, Bis es allerdings heller Tag war, Weil ich nicht das Herz hatte, Mich aufzurichten. Zudem zweifelte ich noch, Ob mir die erzählte Sachen Geträumt hatten oder nicht. Und ob zwar ich in ziemlichen Ängsten stak, So war ich doch so kühn zu entschlafen, Weil ich gedachte, Ich könnte an keinem Ärgernort Als in einem wilden Wald liegen, In welchem ich die meiste Zeit Sintich von meinem Knän war, Zubracht, Und Dahero derselben ziemlich gewohnt hatte. Ungefähr um neun Uhr Vormittag war es, Als etliche Furagierer kamen, Die mich aufweckten. Da sah ich erst, Daß ich mitten im freien Feld war. Diese nahmen mich mit ihnen Zu etlichen Windmühlen, Und nachdem sie ihre Früchte Allda gemahlen hatten, Folgens in das Läger vor Magdeburg, Allda ich einem Obristen Zu Fuß zuteil ward. Der fragte mich, wo ich herkäme, Und was vor einem Herrn Ich zugehörig wäre. Ich erzählte alles haarklein, Und weil ich die Kroaten Nicht nennen konnte, Beschrieb ich ihre Kleidungen Und gab Gleichnussen Von ihrer Sprache, Auch daß ich von denselben Leuten Geloffen wäre. Von meinen Dukaten Schwieg ich still, Und was ich von meiner Luftfahrt Und dem Hexentanz erzählete, Das hielt man vor Einfälle Und Narrenteidungen, Vornehmlich, weil ich auch sonst In meinem Diskurs Das Tausende ins Hunderte warf. Indessen sammlete sich Ein Haufen Volks um mich her, Denn ein Narr machet tausend Narren. Unter denselben war einer, So das vorige Jahr, In Hanau gefangen gewesen, Und allda Dienste angenommen hatte, Folgens aber wieder Unter die Kaiserlichen gekommen war. Dieser kannte mich, Und sagte gleich, Hoho, dies ist des Kommandanten Kalb Zu Hanau. Der Obrist fragte ihn Meinetwegen mehrere Umstände. Der Kerl wußte aber nichts Weiters von mir, Als daß ich wohl Auf der Laute schlagen könnte. Item, daß mich die Kroaten Von des Obrist-Korpes-Regiment Zu Hanau Vor der Festung Hinweggenommen hätten. Sodann, daß mich besagter Kommandant ungern verloren, Weil ich ein gar artlicher Narr wäre. Hierauf schickte Die Obristin Zu einer andern Obristin, Die ziemlich wohl Auf der Laute konnte, Und deswegen stetigst Eine nachführete. Die ließe sie Um ihre Laute bitten. Solche kam, Und ward mir präsentieret Mit Befehlch, Ich sollte eins hören lassen. Aber meine Meinung war, Man sollte mir zuvor Etwas zu essen geben, Weil ein leerer Und dicker Bauch, Wie die Laut einen hatte, Nicht wohl zusammenstimmen würden. Solches geschahe, Und demnach ich mich ziemlich bekröpft Und zugleich einen guten Trunk Zerbster Bier verschlucket hatte, Ließ ich beides Mit der Lauten Und meiner Stimme Hören, Was ich konnte. Daneben redete ich Allerlei untereinander, Wie mir's einfiel, So daß ich mit geringer Mühe Die Leute dahin brachte, Daß sie glaubten, Ich wäre von derjenigen Qualität, Die meine possierliche Kalbskleidung Vorstellete. Der Obriste fragte mich, Wo ich weiters hin wollte, Und da ich antwortete, Daß es mir gleich gelte, Wurden wir des Handels eins, Daß ich bei ihm bleiben, Und sein Hofjunker sein sollte. Er wollte auch wissen, Wo meine Eselsohren Hinkommen wären. Ja, Sagte ich, Wann du wüßtest, Wo sie wären, Sie würden dir nicht übel anstehen. Aber ich konnte wohl verschweigen, Was sie vermochten, Weil all mein Reichtum darin lagen. Ich ward in kurzer Zeit Bei den meisten hohen Offizieren, Sowohl im kursächsischen Als kaiserlichen Läger bekannt, Sonderlich bei dem Frauenzimmer, Welches meine Kappe, Ärmel und abgestutzte Ohren Überall mit seidenen Banden zierte, Von allerhand Farben, So daß ich schier glaube, Daß etliche Stutzer Die jetzige Mode davon abgesehen. Was mir aber von den Offizieren An Geld geschenkt ward, Das teilte ich wieder mildiglich mit, Dann ich verspendierte alles Bei einem Heller, Indem ich's mit guten Gesellen In Hamburger und Zerbster Bier, Welche Gattungen mir trefflich wohl zuschlugen, Versoffe, Unangesehen ich an allen Orten, Wo ich nur hinkam, Genug zu schmarotzen hatte. Als mein Obrister aber Eine eigene Laute vor mich überkam, Dann er gedachte, Ewig an mir zu haben, Da durfte ich nicht mehr In den beiden Lägern So hin und wieder schwärmen, Sondern er stellete mir Einen Hofmeister dar, Der mich beobachten Und dem ich hingegen Gehorsamen sollte. Dieser war ein Mann Nach meinem Herzen, Dann er war still, Verständig, Wohlgelehrt, Von guter, Aber nicht überflüssiger Konversation, Und, Was das Größte gewesen, Überaus gottsfürchtig, Wohlbelesen Und von allerhand Wissenschaften und Künsten. Bei ihm mußte ich Des Nachts In seiner Zelten schlafen, Und bei Tag Dorfte ich ihm auch nicht Aus den Augen. Er war eines vornehmen Fürsten Rat und Beamter, Zumal auch sehr reich gewesen, Weil er aber von den Schwedischen Bis in Grund ruinieret worden, Zumal auch sein Weib Mit Tod abgegangen Und sein einziger Sohn Armuthalber Nicht mehr studieren konnte, Sondern unter der Kursächsischen Armee Vor einen Musterschreiber Dienete, Hielt er sich Bei diesem Obristen auf Und ließ sich Vor einen Stallmeister Gebrauchen, Um zu verharren, Bis die gefährliche Kriegsläufe Am Elbstrom Sich änderten Und ihm als dann Die Sonne seines vorigen Glücks Wieder scheinen möchte. Ende von Kapitel 19 Buch 2